rein in die Masse, rein in die Masse, es geht los und ich freue mich tierisch drauf, ich habe unfassbar Bock und ich versuche all die Fehler, die ich in meinem Trainingsrun gemacht habe, hier nicht zu machen und auch, zum Beispiel direkt im Hutland, habe ich in meinem Trainingsrun direkt einen Fehler gemacht, ich habe nämlich auf dem Hutton den Checkpoint nicht aktiviert, das werden wir jetzt natürlich nachholen, damit ich mich dann später auf jeden Fall, damit ich dann später auf jeden Fall auch da hoch kann Business durchgespielt, jetzt muss jeder bis zum Ende dabei sein, um cool zu sein aber Bowser, bei dir bringt das leider nichts, auch wenn du bis zum Ende da bleibst und Deiner, Dankeschön für die 37 Monate Prime, ich freue mich, Mann, ich freue mich, Mann Wann kommt eigentlich der nächste Part zu Lesen Ring? Ich vermute, du meinst Elden Ring, oder? Und ich vermute, mit Elden Ring meinst du den Koop mit David, vermute ich jetzt mal Da schätze ich, werden wir nächsten Mittwoch weiter streamen, also ich habe mit David noch nicht geredet aber irgendjetzt ist der Mittwoch jetzt fast ein bisschen als Elden Ring Tag etabliert, wenn er an dem Tag nicht mal wieder fünf Stunden Wunsch-Stream macht, also wegen mir, wenn es nach mir geht, würde ich gerne am Mittwoch weiter Elden Ring streamen, aber Wir schauen mal, Freunde, wir schauen mal, das muss ich noch mit ihm abklären Er meint einen Lesezirkel, den könnten wir auch mal etablieren Jeder muss ein Buch mitbringen und das dann vorstellen Ja, es ist Vor allem, ich wette mit euch, David wollte diese Mario-Glas-Bestrafung machen Er so, oh nein Oh Mann, da habe ich jetzt die Challenge aber nicht geschafft Ach, da muss ich jetzt leider diesen Mario-Glas-Stream äh, anklicken, streamen machen Oh, das wird ein total cooles Community-Event Ach Mensch, das ist ja jetzt auch ärgerlich gelaufen Ich habe auch zufälligerweise an dem Samstag nichts Nein, Spaß Aber tatsächlich ist es so, zumindest kann es ich aus Sicht eines Streamers sagen Ähm, jeder, jeder Bestrafungs-Stream in Anführungszeichen Hat auch auf gewisse Weise seinen Reiz Auch wenn es einem irgendwann auf den Sack geht Aber allein, weil es ein Bestrafungs-Stream ist und es ist so Diese Streams haben definitiv ihren Reiz Und Ace, vielen, vielen Dank für deine 17 Monate, Mann Grüß dich Ich frage mich, willst du nicht lieber deinen Ostern mit deiner Familie verbringen? Liebe Grüße aus Wien Anni, einen wunderschönen guten Tag Äh, Ostern wurde bei uns nie groß gefeiert Also Ostern bestand bei uns eigentlich immer nur aus gemeinsamen Osterfrühstück Da war ich, ich war um 8 Uhr bei meinen Eltern Und wir haben, äh, und wir haben gut gefrühstückt Und, äh, das ist, das ist okay Also Ostern war in meinem Leben noch nie ein großes Fest Also es gibt auch viele, die zu Ostern tatsächlich immer relativ viele auch Geschenke bekommen Und alles war bei uns nie so Also Ostern war bei uns eigentlich immer nur mit der Familie gemeinsam frühstücken Und dann war es ein ganz normaler Tag Naja, natürlich, vielleicht musst du als Kind Schokoeier suchen oder sowas Ähm, aber Also, das ist jetzt, ich habe auch einige Nachrichten bekommen So, hä, Digga, warum streamst du? Kümmere dich doch um deine Familie Du kannst doch nicht dein ganzes Leben an die, äh, an die Arbeit verkaufen Nicht so, Alter Also, auch wenn ich kein Streamer wäre Hätte ich ab 10 Uhr nichts mehr zu tun, was mit Ostern zu tun hat, ne? Ey, Poké Davis, freut mich, dass du das Video angeschaut hast Willkommen im Stream Aber wie sieht es aus, Freunde? Wart ihr schon, wart ihr schon Ostereier suchen? Also normalerweise, ich war da heute fast ein bisschen traurig Nein, das ist gelogen Ich sehe schon, komm, meine Mom guckt sich das irgendwann an Und kann nie wieder in Ruhe schlafen Es war auch eigentlich so, dass wir aus Joke mittlerweile Auch jetzt, wo ich, wo ich erwachsen bin Noch immer irgendeine Kleinigkeit in der Wohnung versteckt haben Die man dann suchen kann Keine Ahnung Ich meine, jetzt kann ich gerade nichts Süßes essen Aber was weiß ich Einfach eine Packung Schokoeier oder so Und heute durfte ich nichts suchen, Freunde Durfte nichts suchen Wobei Ostern an sich, also, wie gesagt Ich bin jetzt nicht sehr gläubig Da bin ich ja ganz offen und ehrlich Also, der kirchliche Aspekt von Ostern War eh noch nie für mich so wichtig Aber rein vom Branding Ist Ostern schon echt süß, ne? Dieser süße Osterhase Der bunte Schokoeier versteckt Und der Frühling kommt und überall Blumen und alles ist bunt Also, ich finde Ostern ist schon ein cooles Fest Rein vom Vibe her Ostern ist nur ein Fest für die Läden Aber Wind, da könntest du Da könntest du jeden Feiertag nehmen Da könntest du auch sagen Weihnachten ist für die Läden Valentinstag ist für die Läden Fasching ist für die Läden Nikolaus ist für die Läden Also, theoretisch kannst du jeden Feiertag sagen Er ist nur für Kommerz Und jetzt aber noch Erstmal Nevio, danke für die vier Monate Einen wunderschönen guten Tag Und der Boss ist weg Auch mit zwei Monaten Prime Du versuchst immer meinen Tag Bleib so wie du bist Oh, dankeschön Das freut mich Ich such dieses Jahr eher die Sachen Die ich in irgendein Karton gepackt habe Ja, bei mir ist jetzt auch bald Also, bald steht Umzug an Irgendwann Mai Ich denke, Ende April Anfang Mai wird es dann Bei mir auch mit Umzugskartons packen Losgehen Das wird auch ein Ding Ich suche an Ostern meine Eier nicht gefunden Ja? Scheiße Döner, ne? Das ist ärgerlich So, warte mal Ich jetzt mal dich Ich glaube, dann krache ich jetzt auch schon Hier runter Oh Gott, bitte Bitte schafft es Was muss ich kaputt machen hier? Hab mir ein Was? Mir wurde durch eine Maus Ein Schokoei zerstört Bro, eine Maus Hat ein Schokoei gegessen Seit wann fressen Mäusel Schokolade? Fressen die nicht eher Du frisst die Maus Ah, warte mal Den muss ich noch kennen Der wäre sonst los Frisst die Maus Ey, Bowser Freut mich, Mann Freut mich sehr Ja, by the way Das ist auch eine Sache Die haben wir gar nicht groß beworben Weil wir es so Stück für Stück Langsam angehen wollten Aber Für alle, die sich schon immer mal gesagt haben Ey, ich finde irgendwie Die UI-Klamotten von euch ganz cool Oder ey, Hübi Ich würde irgendwie gerne Mein Shirt von dir kaufen Seit vorgestern Hat der UI-Shop 24-7 geöffnet Mit Basic-Produkten Und jetzt aktuell noch Mit Produkten aus alten Drops Aber es werden in Zukunft Natürlich auch noch so Aus-designte Drops Und alles kommen Aber Das ist eine Sache Die wir jetzt so ganz langsam Ausrollen wollen Aber der UI-Shop Hat jetzt 24-7 geöffnet Also ihr könnt immer mal reingucken Falls ihr Bock habt Ich will die Socken getragen kaufen Ja, aber dann halt Für dreifachen Aufpreis-Döner Versteht sich Jetzt wieder fast alles aus Ja, aber Nadel Das liegt auch dran Also gerade bei den alten Produkten Direkt Das waren ja Restbestände Dass da teilweise Nur noch wenige Stückzahlen Vorhanden waren Also von manchen Pullis Hatten wir noch keine Ahnung Fünf oder zehn Stück im Lager Da ist dann natürlich schnell Ausverkauft Aber das betrifft jetzt nur Die alten Produkte Guten Morgen Heute gibt es auch ein Osterfrühstück Bei uns mit selbstgebackenem Brötchen Oha Das klingt ja mal voll geil Yo, Sunrider Mit 9,34 Dankeschön Danke schön Alter, auch noch ein Slytherin hier Maschallah Der Alert ist noch ein wenig blau Oh damn Habe ich da noch kein Chroma Key Drübergelegt Oh, Bruder Wart mal Moment, Moment, Moment Äh, hier Type Stream blau Doch, da ist noch ein Chroma Key drüber Der Greenskin Wart mal, wart mal, wart mal Moment Ich teste mal ganz kurz was Ich, ich, ich trigger den noch mal Einen Moment Äh Ah, verdammt Moment, Moment Äh, äh, äh Verdammt, wie mach ich denn das jetzt am besten? Äh, Raider Minute Ich, ich trigger den noch mal Moment Ah, I see I see I see the problem Jetzt ist besser Hahaha, jetzt ist besser Viel Spaß beim Stream Dankeschön für den Hinweis Rein in den Timeloss Hahaha Ja, ich werde ja auch nachher was essen müssen Ich muss auch nachher, ich muss auch nachher die Katzen füttern Also, so, so ein paar Pausen werden schon drin sein Robin, ey, auch noch mit den 250 Bits Dankeschön Was beschwert ihr euch, das Blau kommt böse Ja So, pass auf, dann aktivieren wir den ganz kurz Ja Ups Der Typ mit der Thaddeus Stimme Aus Beavis und Butthead Äh, Moment Hat mir die Eier abgeschnitten Und jetzt ist Ostern Okay, mein Beileb, Bro Und by the way Vorhin hat da noch jemand gefragt, warum ich die Lila Münzen sammle Äh, das ist tatsächlich notwendig Weil, um von Toadette am Ende alle Munde zu bekommen Muss man eine gewisse Anzahl Outfits gekauft haben Und, äh Man muss auch, äh, so Souvenirs und so von den einzelnen Kingdoms gekauft haben Und, äh, das macht man quasi Das macht man mit ihm Mit den, mit den Lila Münzen Wir sammeln nicht alle Lila Münzen ein Also, wir werden nicht, äh, jedes Kingdom mit den Lila Münzen zu 100% Das wird nicht passieren Das wird nicht passieren Aber wir brauchen einige Guck mal, zwei SC Magdeburg Bilder SC Magdeburg ist mein Kacken Ähm Mein Lieblingshandballverein Wart mal Wart mal Was? Ich hab ganz viel Schokolade bekommen Zwei SC Magdeburg Bilder SC Magdeburg ist mein Lieblingshandballteam Marshmallow SC Magdeburg Trikot SC Magdeburg Was? Was? Ich kann dir nicht ganz folgen, Bro Wart mal Aber da nehme ich jetzt, glaube ich, die hier noch ganz kurz mit Ich weiß gar nicht, ob ich die brauche Äh, wir machen es einfach anders Machen sie einfach so Das, was er sagt Äh, ich nehme das Gleiche Immer wenn du mit Leuten in einem Restaurant bist, wo du nicht weißt, was es gibt Äh, ich, 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 ich nehme das, was er nimmt Bitte hör auf, SC Magdeburg auszusprechen Ich bekomme die Krise Okay, guten Morgen, Bro Nee, hör mir mit den Rhein-Neckar-Löwen auf Die Rhein-Neckar-Löwen sind, sind nur so gut geworden, weil sie, weil sie Andi Schmied hatten Nee, alles gut Rhein-Neckar-Löwen sind ein stabiler Verein Aber zu der Zeit, als Andi Schmied bei denen gespielt hat, sind die auf den Sack gegangen Weil die gefühlt einfach, weil die nur gut waren, weil sie Andi Schmied hatten Ich weiß, das ist übertrieben Ich weiß Melsungen? Nee, Flensburg Aber ich muss sagen, äh, meine Flensburg-Liebe kommt auch nur, weil früher Matthias Andersson da Torwart war Und der war mein, und der war mein Vorbild Der war mein Vorbild als Handballspieler Deswegen habe ich meine Flensburg-Liebe immer noch Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich aktuell keinen Handballverein, den ich so richtig krass supporte Ich muss sagen, ich schaue einfach gerne Handball, ich liebe einfach den Sport an sich Flensburg-Liebe kommt nur wegen des Biers, richtig Ey, JamRam, ich wünsche dir viel Spaß, Mann Uns geht sie auch am Start mit den 19 Monaten, was geht? Oh, Bruder Äh, Raid a Minute Äh, ich habe jetzt, nee, auf der Pyramide ist kein Checkpoint, ne? Warte mal ganz kurz Jetzt muss ich hier mal ganz, ich muss mal kurz eine andere Route gehen Aber man kann, deswegen aktiviert man sich ja hier auch schön die Checkpoints, dass man hier viele Möglichkeiten hat Mein Dad ist Milch holen gegangen Ja, für Kaffee braucht man das auch Bier mit Bügelverschluss zu öffnen, aber auch einfach geileres Feeling Voll, voll, ich habe euch ja letztes Mal das Bier gezeigt, was ich hier gerne trinke Also mein Lieblingsbier hier aus dem Süden Das ist ja auch mit Bügelverschluss Das ist schon sehr, sehr edel Und Bananenbolzer, Dankeschön für dein giftet Sub an EloGamer Ey, mega korrekt, Dankeschön Und Tim Master auch noch mit dem 21. Monat Prime Let's go So, Moment So, hier muss ich hin Jetzt kracht sie aber anders Jetzt kracht sie aber ganz anders Was trinkst du denn am liebsten? Ne, Altmünster heißt das Aber das ist jetzt nicht deutschlandweit bekannt Das ist nur hier im Süden Ey, jetzt nochmal wirklich Wart mal hier Area auch noch mit dem 23. Monat Und Mango Spion auch noch mit dem 5. Vielen, vielen Dank, Guys Schön, dass ihr da seid Wird die Couch da hinten nicht langsam voll? Da hat die Kaiser-WG nicht mehr viel Platz Ah, die catchen die einfach weg Alles gut Hast du Karten für das letzte Spiel des SCM? Ne, ich hab gar keine Karten, Bro Was ist Stauder für ein Bier? Ist das so ein NRW-Ding? Oder gibt's das deutschlandweit? Weil ich kenn's tatsächlich nicht Ey, aber die Flugmode war übelgeil, Edololi Die hat so viel Spaß gemacht Ruhrpott, okay Ja, mal schauen, Mango Spion Es gibt eine Fraktion im Chat, die sagt 12 Stunden lächerlich Das wird viel mehr Ich hab keine Ahnung Ich weiß aber zum Beispiel Als ich das letzte Mal den 3D World 100% Runstream Ronder gemacht hab Äh, da lag ich massiv Da hab ich mich massiv überschätzt Da war das Ding in 6-7 Stunden geritzt Und ich hab irgendwie mit 10 oder 12 gerechnet Keine Ahnung Wirklich keinen Schimmer, wie lange das heute dauert Könntest du einen Monat auf Kaffee verzichten? Ja Also, ich würd's vermissen Wie gesagt, das sei ja ganz häufig Also das Coffee Ich bin, also Ich trink das nicht wegen dem Koffein Oder weil ich mir einrede Ja, wenn ich mir jetzt einen Kaffee mache So dann, äh Keine Ahnung Dann werd ich wacher und produktiver Also ich trink das legit Einfach, weil es mir sehr, sehr, sehr gut schmeckt Und ich, klar, ich könnte im Monat darauf verzichten Aber es wär halt schade Im Monat lang etwas nicht zu trinken Was mir gut schmeckt Also ich trink's halt vor allem, weil es ein Warmgetränk ist Ne, weil ich einfach auf einer Kaffeemaschine Einen Knopf drücken muss Und ich krieg einfach ein heißes Getränk Das find ich halt mega geil Ähm, Tee trink ich tatsächlich auch sehr gerne Aber der Kaffeegeschmack gefällt mir einfach besser Aber ich könnte drauf verzichten, ja Also, würde ich jetzt mal behaupten Ich behaupte mal, dass ich keine Koffeinabhängigkeit habe Aber ich glaub, jeder Süchtige behauptet Dass er keine Abhängigkeit hat, also, ne Ja, ein Monat wird kein Red Bull, wäre gar kein Stress Also auf Energy kann ich super entspannt verzichten Also ich glaube, es würde mir schwerer fallen Auf Kaffee zu verzichten Einfach, weil ich gerne heiß Getränke trinke Also auf, also Energy könnte ich Instant Instant, danke Eiskaffee ist sehr geil, ja Äh, nee, Kohl esse mit einem Schluck Milch Trink ich meinen Kaffee Schwarz mag ich nicht Da ist er mir, das ist mir zu, zu Zu sauer, sag ich mal Kaffee hat ja wirklich eine sehr saure Note auch Schwarzen Kaffee mag Also, schwarzer Kaffee Da muss das schon so sehr, sehr hochwertiger Kaffee sein Aber, also ich will eigentlich immer Immer einen Schuss Milch in meinem Kaffee Aber kein Zucker Also, Tee und Kaffee Hab ich schon immer ohne Zucker getrunken Tee trinke ich auch gern, Kenny Ja, doch Also allgemein Ich mag heiß Getränke einfach Ich trinke auch gern Kinderpunsch Ich trinke auch gern Glühwein Also ich glaube Ich mag einfach warme Ich mag einfach warme Getränke Ne, I don't know Impy Ich bin kein großer Fan von Von Süße im Tee und Kaffee Ich weiß nicht warum Wahrscheinlich einfach Gewohnheit Mit Honig trinke ich es nur Mit Honig trinke ich es nur Wenn ich Erkältung habe Also wenn ich Halsweh habe Oder eine Erkältung habe Dann trinke ich immer Kaffee und Tee mit Honig Kakao mit Amaretto ist schmackofatz Verklinge es kann sich nicht immer nur Um Alkohol drehen Pass auf dich auf Ne, ich glaube tatsächlich Ich habe noch nie bewusst Amaretto getrunken Vielleicht war das mal irgendwo dabei Aber ich könnte mich jetzt nicht bewusst An den Geschmack von Amaretto Äh, immer noch muss ich sagen Ne, in Tee finde ich Zucker ganz schlimm Also Tee immer pur Ich mag dieses Ich will diesen Kräutergeschmack Einfach schmecken Kann heute nicht wirklich nicht da sein Muss gleich weg Da wollte ich noch Danke für den Legacy Drop sagen Konnte vom letzten Drop noch was holen Auch wenn es der Torsten Angemacht hat Ach, sehr schwarz Das freut mich Aber ich hoffe Die gefallen da Die Klamotten Ich hoffe, dass du dich drin wohlfühlst Ich bin bei dir Also ich würde Kaffee immer Tee vorziehen Aber wenn ich irgendwo Also gerade so So Chai So türkischen Tee Wenn ich so bei Heikes Eltern zu Besuch bin Oder so Und die haben dann wirklich so Chai Das ist schon Baba Das ist schon Das ist schon sehr cool Der schmeckt schon Der schmeckt schon echt geil Also ich glaube Ich mag einfach bittere Getränke Ich bin glaube ich einfach ein Fan Von so bitteren Getränken Deswegen auch so Schwarztee Für mich halt auch sehr, sehr, sehr fresh Iranischer Limonentee Den habe ich jetzt glaube ich noch nicht getrunken Ich mag Kaffee Aber darfst noch nicht trinken Sagen deine Eltern Dass du es noch nicht darfst Wie alt bist du denn? Man muss schon so ein bisschen aufpassen Dass man nicht zu früh mit Koffein anfängt Wobei ich glaube ich Sehr viele Jugendliche heutzutage Einfach durch Durch Energies Und Cola und so Schon sehr früh mit Koffein anfangen Also eigentlich Wenn man ehrlich ist Wenn Eltern Energies Oder Cola erlauben Müssten sie Kaffee eigentlich auch erlauben Wenn man straight ist Wahrscheinlich ist Kaffee sogar besser als Cola Spaß dir den Zucker Ich bin auf die falsche Plattform Ich bin auf die falsche Plattform Und wenn du 100% spielen willst Würde ich dir von Anfang an empfehlen Mit einem Tracker zu arbeiten Also mit einer Karte Weil ansonsten verlierst du irgendwann die Übersicht Blind 100% in TOTK Die musste schon sehr Ähm Ambitioniert sein Und viel 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 Zeit mitbringen Ey Chaos Gaming Hallöchen Oder Chaos Gaming Couple Schaut ihr gerade zu zweit zu Dankeschön fürs Prime Sub Freut mich sehr Und Yui Mini auch mit dem 14. Monat Hallöchen Ah das freut mich In welcher Stadt sehen wir uns denn Mini In welcher Stadt sehen wir uns denn Ach nee ich muss mich auf Eis schlagen lassen Ups Och Bruder Ach du jetzt nicht diesen Ach bro Dankeschön Ach du jetzt Ich liebe Likör, egal was ich trinke, ich möchte nicht betrunken werden, ich liebe richtig den Geschmack. Likör ist geil. Likör kann man nix sagen. Aua. Gute Morgen. Sehr gut. Wie ungewohnt ist eigentlich diese schnelle Mario Eulis-Sage-Speedrun zu spielen? Ja, das ist aber der ganze Run, Cap-End. Das ist der ganze Run und deswegen war ich ja auch so... Äh, also deswegen war ich auch so gehuckt, den dann so schnell zu lernen, weil das so viel Spaß macht, all diese Orte in Odyssey zu sehen, die du sonst nie siehst. Und Spur-Anemone, danke schön noch für die 5 Monate Prime. Grüß dich. Seidie zockt auch noch im 11. Monat Prime richtig gut und Jui, doch mal im 6. Schön, dass ihr alle da seid. Schauen wir mal. Aber das Ding ist, ich meine, je länger der Stream geht, desto schlechter spiele ich, ne? Also eigentlich müsste ich mir persönlich einen kurzen Stream wünschen, aber ich bin schon dabei, es ist schon sehr, sehr reizvoll, hier einfach schön den ganzen Tag zu verschimmeln. Boah, aber es ist so angenehm, all diese Monde jetzt zu kennen, die hier in dem Dokument einfach angeschrieben sind. Also, dass ich jetzt einfach wirklich so braindead schon diese Route laufen kann. Also, es wird schon so sein, dass ich später im Run, gerade so Küstenland, werde ich auch wieder ein paar Mal lost sein und nicht genau wissen, welche Monde gemeint sind. Aber ich fühle mich auf jeden Fall schon deutlich, ähm, sicherer in dem, wie ich hier runne. Deine Meinung zu Käse? Ich liebe Käse, Bro. Käse ist ultra sick. Ah, wirklich, ich liebe Käse. Einen schönen First-Time-Cheddar, den feiere ich am meisten. Ey, Clay, was geht? Ich glaube, hier kann man komplett auf Goombas verzichten, ne? War das nicht die Lehre, die wir letztes Mal gezogen haben? Da dachte ich mir so, yo, ich muss auf jeden Fall die Goombas mitnehmen. Und dann kam, glaube ich, raus, dass ich die hier gar nicht brauche. Oh, lol, da sind ja sogar noch unsichtbare Blöcke. Okay, dann brauche ich die Goombas ja gleich fünfmal nicht. Aber ihr haltet jetzt eure Schnauze. So. Ey, freut mich, Moly Crow, dass du deinen Weg hier auf Twitch gefunden hast. Schön, dass du hier bist. So. Das war Sand 1, guys. Habe ich einen Pixel-Luigi verpasst? Nee, ich hole noch keinen Pixel-Luigi. Pixel-Luigis sind eigentlich auch hier mal eingetragen. Wir holen später, wenn wir ins Sand-Kingdom kommen, den Pixel-Luigi. Äh, aktuell noch nicht. So, jetzt ganz wichtig. Nicht Lake-Kingdom auswählen. Das hat mir letztes Mal komplett die Route gebumst. Aus Gewohnheit. Forst jetzt als erstes. Okay. Das ist sehr ungewohnt zum Any-Percent-Run. Mein Name ist Sandwich. Hallöchen, danke für die 21 Monate. Danke, Impi. Das ist aber auch echt. Es entspricht so gar nicht meinem Instinkt, nicht einfach die erste Welt zu nehmen, die mir vorgeschlagen wird. Pixel-Charaktere sammle ich einige ein, Theo, um Münzen zu grinden. Und was war die andere Frage? Lila-Coins sammle ich einige, um Outfits zu kaufen. Aber nicht alle. Hey Nutella-Toast. Warum ist eigentlich Zeitumstellung heute noch so ein Ding? Also aktualisiert sich nicht mittlerweile jeder PC, jedes Handy, jedes Gerät von allein? Also ich meine, die Zeitumstellung kann einen doch nur noch wirklich irgendwie erwischen, wenn man einen analogen Wecker hat, oder? Meine Wanduhren. Ja, die Frage ist, warum hat man eine Wanduhr? Wie wurde die Zeit umgestellt? Es wurde eine Stunde nach vorne gestellt, Meister. Gestern wurde es 19 Uhr dunkel, heute wird es 20 Uhr dunkel. Die Rolex muss leider umgestellt werden live. Oh Mann, jetzt muss ich schon wieder durch meine gesamte Uhrensammlung gehen. Oh, ich hasse die Zeitumstellung. Scholz, schaff mal ab. Man muss eine lange Nachricht schreiben, dann reagiert Hubi drauf. Nee, eher umgekehrt. Lange Nachrichten über, also ich lese selten lange Nachrichten, ne? Weil ich dann sehr, sehr lange in den Chat gucken muss und dann nicht mehr so gut währenddessen zocken kann. Ist tatsächlich eher andersrum. Also hast du der, schon mal ab. das Spiel lieber als uns live. Jetzt ist raus, Asta. Ich mach das eigentlich nur, weil ich zocken will. Der Chat geht mir eigentlich nur noch auf den Sack. Wie oft hast du Mario Odyssey schon durchgespielt? Zu viel, Bro. Zu viel. Keine Ahnung. Ein paar hundert Mal. Würde ich mal schätzen. 300, 400, irgendwie so. Und vielen Dank, Yo Kübi. Für die sechs Monate. Warum nervt der Chat? Das war Ironie, Bro. Man muss schreiben, Hübi wie so lila Münzen. Dann antwortet er. Was? Ich weiß nicht. Auf der anderen Seite ist so Tageslicht schon schön. Vielleicht wenn wir es so andersrum machen, dass hinten das Licht reinkommt, dann habe ich glaube ich vorne ein bisschen bessere Beleuchtung, oder? Problem ist halt, das Problem ist halt, das Problem ist halt, dass es so ultrahelles, weißes Tageslicht ist. Ja, Freunde, wir wollen den Scheiß auf Tageslicht. Besser. das ist ja purpose behind the shop Das war's für heute. Hi, ich bin heute das erste Mal im Stream, ich habe gerne deine Videos. Das freut mich, Meister. Herzlich willkommen im Chat. Ja, Sonne ist angeblich so etwas, was es in diesem draußen gibt. Hallo Hüge, ich bin auch zum ersten Mal in deinem Stream. Hallo der Fee, grüß dich. Hallo Hüge, ich bin euer Off-Twitcher auf YouTube, verfolgt D-Shot seit 2011. Leon hat manchmal schon ziemliche W-Takes. Manchmal. Er schießt halt 200 Patronen und eine trifft. Er ist ein Schrotflinten-Leon. Hallo Hübi, ich höre auch das erste Mal was von draußen. Oder wie jetzt jede Nachricht mit Hallo Hübi beginnt. Ich habe noch keine 880 Pipi-Janos. Das ist tatsächlich mein allererster Run. Bruder, die ganzen Menschen sind gerade im Chat. Vor allem nachdem ich auch nicht mehr Hübi-TV heiße. Alter, davor war es halt so, wenn ich halt, dadurch, dass ich Hübi-TV hieß, immer wenn Leute einfach nur Hey Hübi bla 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 geschrieben haben, dann hat es mein Chat, dann war das für meinen Chat egal. Weil es gibt immer so eine rote Markierung, wenn der Name geschrieben wird. Nachdem jetzt aber meinen Twitch-Namen auf Hübi geändert hat, immer wenn jemand Hübi schreibt, wird das immer so fett rot markiert. Jetzt einfach mein gesamter Chat rot. Gut, fast so als ob er seine Tage hätte. Haha, frohe Ostern! Digga. Bruder, Alter. Dieser Chat ist so useless. Ey, ich muss euch das mal, ich zeige euch das mal ganz kurz. Warte mal, warte mal, warte mal. Was seht ihr das? Oh, das ist mein Chat. Das ist einfach mein Chat. Ich habe einfach das rot Design aktiviert. Oh, mit nem Herz. Jetzt fühle ich mich aber lieb gehabt. So, das war's mit Wodet. Ey, diese ersten Playthroughs sind so schnell. Dein Chat hat die Sonnencreme vergessen. Ja, mein Chat geht, glaube ich, auch in dieses Draußen. Wer ist die Heiße im Background? Deine Mutter. Ah! Cringe, wer auf Mutter geht. Schreibe erst mal ein Gedicht. Die Sonnencreme. Die Sonnencreme. Real Talk Döder? Ist das true? Also im übertragenen Sinne, nicht wörtlich. Es gibt Gerüchte, dass du ein Cutter von Schneide bist, Döner? Du! Bro, deine Skills in allen Ehren. Aber ich glaube, Cutten ist jetzt nicht dein primärer Skill, mit dem du durchs Leben gehst, oder? Oder machst du es wirklich? Bro, ich bin jetzt verwirrt. Morgen steht es in der Freizeitwoche. Was ist die Freizeitwoche, Bro? Ist das irgendeine Ferienzeitung? Was ist die Freizeitwoche? Keine Ahnung, das ist die Freizeitwoche. Keine Ahnung, Ge panic. Keine Ahnung, Geine Ahnung, Geine Ahnung. Keine Ahnung, Geine Ahnung. Es gibt einen Twitch-Account, der Padme bewusstlos heißt, Döner. Du chillst mit so einer Chaya daheim, ihr bundled gerade so an, erstes, zweites Date, sie bleibt mal über Nacht und dann sagst du so, hey komm, du bist ja auch Gamerin, wollen wir noch ein bisschen Twitch gucken und dann meldest du dich einfach am Fernseher mit deinem Twitch-Account an und der heißt einfach Padme bewusstlos. Alter, ey, Bro, ey, Bro, äh, so, aber wir müssen hier rüber, ne, ja, ja. Will, ich grüße dich, danke für die sieben Monate Prime, Alter, empfieh. Warten, bis sie auf Klo geht und dann anmelden. Warten, bis sie auf Klo geht und dann anmelden. Diga. Wem gehört der Account, wem gehört, oh, oder warum, wer hat den erstellt, Bro, wenn das irgend so ein Überwachungsinstitut mitbekommt, Feierabend, direkt Knast, es kann nur Sven sein, ja, ey, Colli, grüß dich, Mann, was geht? Äh, Wicke, ich hab tatsächlich das Mario Odyssey Custom Tracks Projekt, hab ich erstmal pausiert, es war cool, aber wie gesagt, äh, es war, das Problem war bei diesem, bei diesem Mario Kart Wii Custom Tracks Projekt, dass sehr viele, also ich hatte mir so ein Pack rausgesucht, wo ja so angeblich ganz crazy, verrückte Strecken drin sind, äh, aber tatsächlich sehr viele haben wir auch einfach rausgekattet, weil diese langweilig waren, also es war in diesem Pack sehr, sehr schwer, spannende Strecken zu finden. Und das hat, das war in dem Aufnahmen immer sehr weird, wenn ich immer und immer wieder eine Strecke anfange, die war dann wieder lame und wieder lame und, äh, ja, das war, das war's, das war's Problem, also ich bräuchte irgendwie so, so ein Pack, so ein Mario Kart Wii Custom Tracks Pack, wo wirklich nur so, so Strecken drin sind, die, die echt crazy sind oder eine neue Mechanik mitbringen oder, oder sowas, die so wirklich diese Mario Kart Wii Mechaniken ausreizen. Problem war, das ist so sechs Basic Strecken und zwei coole Strecken pro Part. Ja, und wenn man dann wirklich sagt, okay, wir schneiden alle Basic Strecken raus und bringen nur die coolen Strecken ins Video, dann nimmst du so zwei Stunden auf auf der Suche nach vier bis fünf guten Strecken. Was ist mit Clip auf Timer? Wovon redest du, Bro? Oh, ah, das meint ihr, okay, Moment. Split, man. Matsle, hallöchen, danke für dein frisches Prime, grüß dich. Warum gibt es Moon 4? Weil man viermal ins Moon Kingdom geht. Ich würde jetzt Avengers Heroin abspielen, aber ich hab's grad nicht parat. Ich hasse diesen Dreisprung. Spießt du Handyspiele? Ähm, nee, weil mir, weil ich privat gar nicht zocke, aber ich hab nichts gegen Handyspiele. Also ich zocke sehr gerne mal Handygames. Ich find die eigentlich sehr, sehr unterhaltsam. Wann kommen die, äh, letzten Parts für den Yoshis Crafted World, let's play? Äh, morgen. Okay, Freunde. Einmal, einmal fürs Event heute, okay? Fürs Event. Okay, das war's nicht. Das probieren wir nochmal, das probieren wir nochmal. Wann mal, wann mal, dann machen wir jetzt mal kurz hier so. Und dann so. Gut, jetzt spawnt der wieder. Du Hund. Das sieht nicht gut aus, glaub ich, oder? Schade! Okay. Der Winkel hat nicht gepasst. Der Winkel hat nicht gepasst. Okay, einmal noch, einmal noch. Fürs Event. 100 Gifted Subs, wenn das klappt. 200. Der sieht besser aus. Der sieht deutlich besser aus. Easy. Keine türkischen, please. Behaltet eure Kohle, Freunde. Ich laber nur Scheiße. Hahaha. Warte mal, wo muss ich, jetzt geht das Verrückte wieder los, ne? Doch, ich nehm schon die mit erst mal. Das ist diese sehr weirde Route. Ja, so, okay. No! Bruder. Bruder. Aber das Gute ist, wenn man hier oben spawnt, man ist einfach super, super, super schnell wieder da, wo man hin, wo man hin muss. So, sehr gut. Wir brauchen das Coin-Hint-Art. Warte mal, das ist hier, ne? Warte mal, vielleicht noch weiter hier drüben. Jawollah, da ist es. Warte mal, ich, 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 ich jag mal kurz den, den Kollegen hier weg. Damit wir hier keinen Stress bekommen. So, jetzt muss ich kurz aufpassen. Hier habe ich mir im letzten Mal verkackt. Alter, lässig. Leo, was geht? Danke für den Prime. So, Break Cage. Inside the stone prison. Warte mal, ich muss es mal hier so machen. Dann machen wir jetzt mal. Nein, nein, so nicht. Ich muss es hier klug kombinieren, Freunde. So. Aber ich muss den jetzt immer Capturen. Genau, dass, dass hier, ähm, dass der hier am Start bleibt. So, nochmal Capturen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange der da bewusstlos liegen bleibt. Da könnte sich Döner besser mit aus. Bruder. Muss ich da hin? Ja, ne? Ja, ne? So, jetzt, 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 jetzt kommt, jetzt kommt der Test, äh, wie, wie lang der da liegen bleibt. Ich habe auch das gute Mittel von Döner. Okay, Döner, es tut mir leid. Ich lasse es, okay? Ich lasse es. Okay, das klappt. Wart mal, die muss ich dann noch mitnehmen? Genau. So, dann ist Luigi Hint Art. Das müsste hier sein, ne? Bruder, wo schimmelt das? Hier auf der Kante, ne? Ja. Diese, diese, diese Hint Arts müssen so freaking präzise sein. Wieso läuft keine Musik im Hintergrund? Bruder, was, was laberst du? So, das hat auch ganz gut funktioniert. Ja, die kamen, Theo, diese Pixel-Luigis, die kamen, äh, über Zeit dazu. Die wurden über, so, Bilder veröffentlicht, die auf Twitter von Nintendo gepostet wurden. Oder auch in diesem, ähm, in diesem Nintendo Switch News Tab. Oder, oder, oder was das war. Ich hab diesen Montag oder der Brücke immer versucht, mit dem Risky Jump zu holen. Ja, haben, glaub ich, viele. Und das ist auch, äh, vollkommen okay. Und das ist auch, äh, vollkommen okay. Cityland einfach Kamino. Da kommt wieder der Star-Wars-Hustler durch. Kannst du nochmal so ein Quiz mit Justin machen? Ja, da wird auf jeden Fall ein Teil 2 kommen. Ich glaube sogar, ich bin's aber nicht sicher, ob ich jetzt hier Fake News erzähle. Ich glaube, Justin hat sogar schon angefangen, äh, Fragen zu sammeln. Äh, Impi, ja, am Donnerstag haben, glaub ich, noch Lego City Undercover gespielt. Am Mittwoch und am Donnerstag. Warum fragst du? Nein, wir, wir, Dark Sonic, wir werden nicht immer die Kenobi Serie ranten. Ich muss allgemein, ich, ich will nicht mehr so viel ranten. Ich war nämlich gestern bei, ich war bei Tim im Stream. Und da haben sie Game of Thrones gerantet. Und da habe ich gemerkt, wie, 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 äh, wie, 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 wie Assi das, 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 also nicht wie Assi, aber wie triggernd das manchmal sein kann, wenn Leute was kritisieren, wo du denkst, so, Alter, halt dein Maul. Ich meine, Kenobi ist super bad, also, das ist so, aber, ich war dann so und dachte mir so, Alter, halt dein Maul. So, ja, Game of Thrones, Staffel 7 und 8 haben Probleme. Aber dieses, 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 so diese Jokes immer, Game of Thrones hat kein Staffel 7 und 8. Na, also wirklich ganz viel Liebe an Tim, aber die Meinung ist crap. Ey, das hat mich so getriggert. Ja, Staffel 7 und 8 haben ein paar Problems, aber es sind trotzdem unfassbar krasse Gesamtwerke. Punkt, Punkt. Oh, das wird, das ist nix, Freunde. Let's go, Alter, der, der das AIM sitzt. Zelda, Game of Thrones. Ja, das ist auch ne Meinung. Das ist auch wirklich gut miteinander vergleichbar. Brille, Hallöchen! Was geht, Diggi? Schön, dass du da bist. Fortnite Amerika. Ich mach' grad'n Rewatch-Döner, seit mehreren Monaten. Ich schaff' zwei bis drei Folgen pro Woche. Oh, ne, den brauch' ich schon. Den brauch' ich schon. Äh, Firebroke, keine komplette Any-Percent-Route. Das ist ne angedeutete Any-Percent-Route, aber es ist eher ne World-Peace-Route. Also, dass man einfach in jedem Königreich alle Bosse besiegt und so. Bruder. Mario, mein Herz. Und das ist noch dieses geile Labyrinth. Und dann gibt's noch dieses Ultra-Crab-Labyrinth mit, äh, ja, das hat Sinn ergeben. Äh, dann gibt's noch dieses Ultra-Crab-Labyrinth mit den Stachis. Das ist so ein Müll. Ich hab' jetzt neun Monaten sechs Staffeln geschafft. Starkes Pace. Du, äh, same. Also, das ist ungefähr mein... Das kommt ungefähr an mein Pacing ran. Aber das Ding ist, ich schau' auch in der Zeit quasi nichts anderes. Also, das ist halt mein Serienkonsum. Fühl' ich, Brille, fühl' ich. Ich glaub' die... Ich glaub' diese Stachis-Sub-Area müsste auf der Darker Side sein, ja. Ne, Dark Side, nicht Darker Side. Alter, Döner. Lass es dir... Lass es dir auf jeden Fall schmecken, dein Osterfrühstück. Nimm ihn nicht zu tief in den Mund. Richtig, Buku-Buku. Also, ich spiel's quasi in jedem, ähm... Ich spiel jetzt in jedem Kingdom, äh, quasi World Peace durch. Also, ich bring' die Story zu Ende, dass man dann auch eben den Mondblock spawnen lassen kann. Das ist das Wichtige, dass man dann in der Lage ist, äh, die Königreiche so gut es geht abzuschließen. Und wir fahren dabei auch, äh, so viele Münzen wie möglich, weil wir brauchen am Ende ordentlich Münzen, um genügend Outfits zu kaufen. Also, äh... Ja, ist so ein erweiterter Any-Percent-Run, könnte man sagen. Ich find's, by the way, immer noch so falsch, dass der Dude und der Dude keinen Sonnenschirm haben. Ich find, das sieht so wrong aus. Es sieht so falsch aus. Und ich dachte immer, die, die werden so... Also, die werden weggeglitscht. Also, ich dachte immer, da wären Sonnenschirme. Aber das sind einfach keine. So, so typischer Mandela-Effekt. Aber, aber, Hübi, Shimtex hat ein Video über den Mandela-Effekt gemacht. Du darfst das nicht mehr sagen. Weil, wenn ein YouTuber das sagt, dann ist das Gesetz. Da ist ein Action-Strund im Run, ne? Man kann übrigens auch Doom auf einem Schwangerschaftstest spielen. Das habe ich bei Jules gesehen. Mhm. Hübi, guck mal, wie klug ich bin. Sittiland wohnen? Nee, nee, nee. Das ist mir too big, too big. Haha, that's what... Okay, halten wir das Maul. Schimtex-Argumente waren aber sehr überzeugend. Bruder, es geht komplett gar nicht darum, ob, äh, es geht komplett gar nicht darum, ob das jetzt speziell auf Mandela zutrifft oder nicht. Es geht einfach darum, dass Mandela-Effekt mittlerweile einfach als Redewendung dafür verwendet wird. Dass du fest von etwas ausgehst, dass etwas immer so war. Und dann herausfindest, dass es doch nicht so ist. Ist mittlerweile einfach ein Sprichwort, ne Redewendung geworden. Und kein erwiesener Fakt von irgendwas. Oh no, Mandu! Ich hab damals immer Mandela-Effekt gesagt. Auch nicht schlecht. Sag mal, wo ist der, wo ist die Hint-Art? Ab hier irgendwo, ne? Jawollo! Ab hier irgendwo! Ab hier irgendwo! Jetzt geht das los. Ich erinnere mich, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Hier habe ich ein bisschen gestracken mit den lila Menschen, aber das schaffen wir schon. Und da müssen wir jetzt dann rüber, ne? Ja. Oh nein, nein, nein. Oh, Bruder. Oh, ich bin so dumm. Hier wäre noch eine Hint Art gewesen. Die muss ich noch angucken, sonst habe ich nachher ein dickes Routenproblem. Ähm, machen wir von hier. Naja, AGM-Desaster, ich brauche keine Bowser-Amiibo, Bro. Also, äh, wie gesagt, es geht ja nicht drum, dass ich überhaupt lila Münzen finden muss, sondern es geht vielmehr darum, dass ich halt die lila Münzen mitnehme, die schnell auf meiner Route sind. Darum geht's. Ich weiß schon die meisten lila Münzen. Mir geht's eher darum, die spezifischen lila Münzen zu finden, ne? Die für die Speedrun-Route vorgesehen sind. Ah, ne, warte mal, hier muss ich gar nichts machen, oder? Ey, dankeschön, Bro. Alter, Siggisen, vielen Dank für die drei Euro. Mega korrekt. Äh, die Bowser-Amiibo zeigt, äh, lila Münzen an. Okay. Das war's für heute. Let's go! Das ist der Content, den ich brauche. Ach, Bananje. Das klingt doch schön, das klingt doch schön. Ich freue mich immer wieder, das zu schaffen. Also ich meine, ich fail das wirklich seltener. Aber ich bin dann wirklich immer in so einem Hardcore-Focus-Mode, wenn ich das mache. Das schreibe ich auch gar nicht im Chat. Ich bin dann wirklich voll im Modus, wenn ich diesen Mond mache. Ja, das zum ersten Mal zu schaffen, das hat einen sehr mental an die Grenze gebracht. Matt, es gibt einen ganz bestimmten Rhythmus. Und wenn du, wie gesagt, in dem, der Rhythmus habe ich mal ein Video gemacht, der Rhythmus, in dem diese Frau Hey, Hey, Yeah sagt. Und wenn du nach dem Rhythmus A drückst, oder halt den Sprungknopf, und halt nur ganz leicht antippst, dass halt der Dude wirklich, dass das Mario wirklich nur so niedrig wie möglich springt, dann klappt das sehr gut. Genau so, yeah, 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 genau so, so macht die. Bruder, ich bin im Dino-Kopf. Ey, Ratze, von mir grüßt dich. Aber besser im Dino-Kopf, als im Dino-Kopf kommen. Ich war eigentlich auf Twitch wegen jemand anderem, jetzt hocke ich hier. Hallo, dicke Story an denen, wo du eigentlich hingehen wolltest. Ah, okay. Typisch, so was geht. Äh, der Weltrekord sind, äh, acht Stunden, glaube ich. Wieinate Genere, jetzt müssen wir molto, wenn man die Verwärter bestehen würde. shoeh... ...heh, deinания... Was ist das Ziel von dem Run? 880 Monde sammeln, Bro. Um genau zu sein, alle einzigartigen Monde im Spiel. Na, Green Flash, du könntest auf 999 upgraden, wenn du halt einfach für 119 mal 100 für 11900 Münzen noch Monde kaufst. Aber die sind nicht einzigartig. Die pissig. Lass, da rennen, deinen wunderschönen guten Morgen. Ja, wobei, 11.43, ja? Ja, wobei, was bin ich gerade gekommen? Bist du gekommen oder erschienen? Ah, der Mittelohrenzündung klingt richtig widerlich, Goldpalme, Bro. Ich wünsche dir eine gute Besserung. Und High Fight, was geht? Oder Fight? Trinkt das Fight aus? Ich bin mir gar nicht sicher. Great Fight Night. Ich habe mal ein bisschen lauter gemacht, Freunde. Für die Jammer unter euch. Ja. So, hier muss man aufpassen, gerade mit nur drei Leben kann man hier wirklich leicht abnippeln. Drei Leben ist echt nicht so viel für die Passage. So, Pauline nach dem Kaffee fragen, für die Jammer unter euch. Okay. Nomi, die Season in Fortnite ist großartig. Auch wenn ich jetzt leider schon echt lange nicht mehr gespielt habe. Ich komme leider aktuell nicht mehr dazu. Zu wenig Zeit. Wie lange hast du für den Run trainiert? Eine Woche. Also ich habe einfach innerhalb von einer Woche den 880-Monter-Run einmal quasi langsam gespielt und die Route geübt, die man laufen muss. Du kommst nicht mehr dazu? Naja, Bergi, man kann ja nicht sagen, ich erscheine nicht dazu, weißt du? Gerne, Hendrik. Äh, ich spiele Fortnite aktiv seit Dezember, würde ich sagen. So, Achtung! Küstenland, nicht Polarland. Das kann die ganze Route bumsen. Ach, irgendwie. Man fühlt sich immer so motiviert mit dir. Warum ist es so wichtig? Weil, äh, je nachdem welches Land du nimmst, sind die Porträts in den einzelnen Kingdoms, führen die woanders hin. Und du willst, dass die Porträts ganz bestimmte Kingdoms anzeigen, damit die Route gut funktioniert. Also die Porträts zeigen je nachdem, welches Land du da als erstes auswählst in den Kingdoms, andere Kingdoms. Koch-Topp-Tommy mit dem 11. Monat. Hi, was geht? Man findet immer irgendwas Neues in Odyssey. Ja, selbst ich. Selbst ich. Warte mal. Den spreche ich jetzt einfach schon mal an. Ich nehme mal das Stone Pillar Seal. Äh, äh, äh. Warte mal. Ich bin gerade... Stone Pillar Seal. Ich bin gerade stark zu berichten. Ähm. Ah, warte mal. Ich muss erst mal hier hin. Es geht schon wieder los, Freunde. Küstenland. Küstenland, das kracht schon wieder. Ich glaube, ich muss es hier einpflanzen. Das, der da oben. Der da oben ist das jetzt. Das ist der Story-Mond. Deshalb, 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 deshalb. Um den Kollegen geht's. Kennst du das, wenn du zocken willst, aber trotzdem in den Stream weiterguckst? Ja. Man versumpft manchmal so krass in Streams. Aber wenn man einfach eine gute Zeit hat, dann ist das in Ordnung. Ey, Dani, dir auch frohe Ostern. Das gleiche gilt auch für Hausarbeiten schreiben. Verstehe ich jetzt nicht. Ach nee, Freunde. Jetzt geht das wieder los. Ja, jetzt haben wir uns wieder hier. Under a dangerous ceiling. Was ist denn jetzt wieder under a dangerous ceiling? Das muss der hier sein, oder? Nee, das ist, Moment mal, das ist falsch. Moment, das ist falsch. Das ist, glaube ich, schon der auf meiner Speedrun-Route. Übi, David, ist du dein Bruder? Richtig. Und Tim, danke schön für die 14. Hallöchen. Für mich ist ohne Frage Harry Potter besser. Der kleine Potter. Herr der Ringe in allen Ehren. Herr der Ringe ist wirklich eine sehr, sehr schöne Filmreihe. Aber wir lassen mal die Kirche im Dorf. Jetzt brauche ich hier ein Hothead. Ein Hothead, ein Jeep Jeep. So, hier auf der Insel sind neun Purples. Mal nochmal. Mal schon mal drei. Und vielen Dank, Bock. Ich wünsche dir ebenfalls frohe Ostern. Schön, dass du hier bist, Mann. Freut mich. Ja, nicht ein Hothead. Gaschen. Ich weiß immer noch nicht, wie die auf Deutsch heißen. Wie heißen die auf Deutsch? Wasserspritz-Fortbewegungs-Jetpack-Gegner. Das ist noch keine, also, das sind keine, also ich, ja, es sind irgendwo Oktopusse, aber die heißen nicht Oktopusse. So, warte mal. Da, da ist die Tür, ne? Die habe ich beim letzten Mal auch so krass gesucht. Ja, aber ich fange langsam an, mich im Küstenland besser auszukennen. Das ist ein schönes Gefühl. Das ist ein schönes Gefühl. Nach dem Wiki wird dieses Wesen Düsenkrake gemacht. Okay, das versuche ich mir zu merken. Ja, Hüreti, das mit der Live-Podcast-Tour ist echt crazy gewesen. Aber wirklich sehr, sehr kurz, nachdem wir unseren Podcast gestartet haben, hat sich ein Instan Agentur bei uns gemeldet, die uns wohl irgendwie kannte und dann so meinte, ja, ne, wir machen das mit euch. Und dann haben wir so, okay. Alles klar. Sag mal, jetzt ist hier diese Timer-Challenge 1 wieder. Das war die hier. Das war die hier. Wobei, das ist, das, das, da habe ich beim, äh, da habe ich beim ersten Mal echt mir dann gedacht so, Bro, warum ist das eine Timer-Challenge? Weil irgendwie mit Timer-Challenge verbinde ich immer diese, diese, äh, Vogelscheuchen. Aber, ne, auch ein Knopf kann eine Timer-Challenge sein. Dieser Moment, wenn du denkst, Hübi failed, aber Hübi failed nicht, weil er ein Macher ist. Die Frage ist, warum denkst du, dass ich faile? Also, Odyssey zu 100% gespielt habe ich zweimal bisher in meinem Leben. Damit zweimal, ja. Ne, beziehungsweise jetzt dreimal mit dem, der Trainingsrun war mein dritter Durchlauf und das ist jetzt mein vierter. Trust Issues. Bro, du kannst mir vertrauen. Wir sind in einer stabilen, parasozialen Beziehung. Das Wort stabile und parasoziale Beziehung passt auch nicht so ganz. Aber muss ja keiner erfahren. Oh mein Gott, oh, 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 oh. Wie definiert man 100% durchgespielt? Naja, Adelina Münzen, Monde auf 999 gegrindet, alle Outfits gekauft, Bause ein zweites Mal besiegt. Ich denke, das müsste die Definition von 100% sein. Warte mal, ich müsste hier irgendwas diesen Samen mitnehmen, ne? Ey, Lumios, sprich mir das aus, ich hoffe es. Danke für dein Team, what's up, grüß dich, Mann. Wie kann man Bowser zweimal besiegen? Naja, im Moon Kingdom, in der Kirche, spawnt bei einer irgendeiner gewissen Mondanzahl, ich weiß nicht welcher. Ich weiß nicht, spawnt hier sogar erst bei 880 Monden, ich weiß es gar nicht. Spawnt nochmal ein Gemälde mit einem schwereren Bowser-Fight. Yes, willst du, yes, 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 hab ich gesehen, ich war gerade nur noch am hier beantworten. Lass mir kurz die Zeit, vielen, vielen Dank, du bist du wieder auf, ne? Für deine 10 Monate, nee, warte mal, die hab ich wirklich nicht vorgelesen. Tut mir leid, tut mir leid, ich seh's grad, da war ja auch Lumios auch danach, den ich auch vorgelesen hab, das ist vollkommen recht, aber ich hab das gesehen. So, oh, das war nichts. Meister. Jawoll. Also hast du gar ein kompletter Treffer. Oh, das ist schön. Und Danny auch noch mit dem Gift jetzt ab. Und zwar an Ruffy-Boy, dankeschön. So, jetzt muss ich aufpassen. Da vorne ist ein Herz. Das ist schön. Ah, diese mehrere Herz sind tatsächlich auf dem Wasser verteilt. Ist ja sehr lieb vom Spiel. Sehr, sehr gönnerhaft unterwegs hier. Ah, ich kann ihn da jetzt trappen. Nein, nein, ich kann ihn nicht trappen. Äh, Bruder, Bruder, mach doch jetzt mal nicht diesen. Bruder. Das ist so ein Mistkampf, ich hasse ihn so sehr. Es ist so ein Dreckskampf. Aber der Küstenland hat wirklich so viel Trash. Junge, Kunibert vom Krack, Alter. Die sind allein, wenn du so heiß. Finde ich gar nicht, Brille. Weil da hast du nicht das Wasserproblem. Da hast du ja unendlich Wasser bei dem Rematch. Fox ebenfalls frohe Ostern. Kunibert von Krack. Der Hund. Kannst du mal als Challenge machen, Mario Odyssey durchspielen, aber unsichtbar. Äh, das finde ich nicht so spannend, weil du kannst eigentlich als unsichtbarer Mario immer noch die meisten deiner Moves hinkriegen. Aber, äh, woran wir aktuell arbeiten ist, Mario Odyssey, aber alle Königreiche sind unsichtbar. Darauf habe ich Bock. Das Beschissene im Küstenland, äh, ich finde Movement im Wasser nicht sehr spannend. Ich finde es einfach sehr, sehr, sehr lame, sich im Wasser vorzulegen, weil einfach Mario 80% seines Movesets weggenommen wird. Äh, ich finde die Monde sind alle sehr, sehr ähnlich. Es gibt kaum so Orte im Küstenland, die irgendwie so einprägsam sind. Es verschwimmt irgendwie alles und es ist einfach absolut unübersichtlich und viel zu groß für das, was es eigentlich zu bieten hat, meiner Meinung nach. Du brauchst viel zu lange, um von A nach B zu kommen. Es ist so, I don't know. Gameplay-technisch ist es nicht schön. Optisch ja, aber gameplay-technisch schwierig. Tim, bitte nicht nach Gruß, keine Grußanfragen. Vor allem nicht spammen, sonst schallert es in den brutalen Timeout bei dir rein, Bro. Schlemmerland ist gameplay-technisch geil, ja. Aber ich finde, also gameplay-technisch finde ich immer noch Kaskadenland und, ähm, Cityland am Geilsten. Weil das Cityland so klein ist, aber aufgrund der Vertikalität passiert da so viel. Und da ist so viel zu erkunden, ne. Aber, aber Kaskadenland finde ich es auch massiv unterschätzt. Kaskadenland macht so Spaß zu zocken. Alter, Felix, ich grüße dich von ganzem Herzen. Wirklich grüße, grüße, grüße. Gehen raus an Aloyx TV. Wahnsinn. Schön, dass du hier bist. Ja, ne, Kaskadenland ist unfassbar geil zu spielen. Hi, die Pro-Player, was geht? Und Maja mit einem Gifted Zapf. Oh, Maja, das freut mich. Dankeschön. Für das Gifted Zapf an Tiger 5. Wurde eine neue Konsole angekündigt? Nein. Warum? Und FC Robin auch noch. Hey, thank you. Boah, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe nur noch einen Gönnergy, Freunde. Mein Leben ist sad. Sehr, sehr sad. Seit welchem Jahr verfolgt er mich, Leon? Ebenfalls seit 2011. Alles Fans der ersten Stunde. Gönnergy ist zuckerfrei. Irgendwie voll viele denken, dass ein Gönnergy Zucker drin ist. War das nicht sogar das Verkaufsargument auch so ein bisschen? Ich meine, neben dem Fakt, dass es von Monte ist. Er verfolgt dich im Real Life. Ey, Bro, warum baggen hier die Wandsprünge so? Hä, Digga, was ist das? Also jetzt mal ohne Scheiß, warum baggen die Wandsprünge? Die Wandsprünge baggen extrem. Ich kann keine Wandsprünge hier machen. Was ist das? Digga, ich dreh komplett hol. Und mach jetzt sogar noch selber erst mal Gift zappen, bevor man selber zappt. Ich dreh hol. Code. Und brauche ich jetzt. Und brauche ich jetzt. typeCheck. Eine Spezi-Dose. Ich würde deinem Bruder einfach vielleicht an der nächsten Raststätte einfach aussetzen oder so. Also bei dem Spezi-Ranking sehe ich nichts. Wenn ich wieder gesund bin, machen Alex und ich wieder unseren Mario-Zelda-Marathon. Und wenn ich dran denke, dass ich mal 100% run muss ohne Vorbereitung, dann läuft mir der Arsch aufgrund der Eis. Also bei mir hat es ohne Vorbereitung, glaube ich, 21 Stunden gedauert. Hallöchen. Ich danke dir für deinen 11. Monat. Danke dir, Kevin. Nee, es waren 21 Stunden. Es waren ziemlich... Es war... Es war kurz vorm 24er. Ungeplant. Warum nimmst du nicht direkt bei dem Monde mit, wenn du schon da bist? Weil wir nachher wieder in diesen Sub-Room zurückkommen. Und da muss ich sowieso Goombas stapeln für den dritten Mond in dieser Sub-Area. Und dann nehme ich dann den anderen Mond, für den ich auch Goombas stapel und muss gleich mit. Hey, Tomatatown. Was ist Nostalgie für dich? Eine Aktie. Hey, Bro. Ein Gefühl. Kein... Bro, was... Was ist diese? Alte Konsolen. Hey, Bro. Was ist denn so eine Frage? Äh, wenn man den Mond... Wenn man den Mond... Äh, Fels oder Mondstein aktiviert. Malfehle, Beleyh. Way, Heu... Oh man, wenn man First Frame, nachdem man landet, springt, dann hat Mario nicht diese Animation. Ich habe das einmal bisher in meinem Leben hinbekommen, dass er so wackelt, diese Animation abzubrechen. Das war's für mich, wenn man hier anstrebt, dann ist es nicht so, dass es das Spiel. Oh, wir machen jetzt die ganzen Races, ne? Welchen Mond findest du am schwersten? Ähm. Boah. Entweder die 2D-Kugel-Rilly, ja, okay, Volleyball, Volleyball-One-Controller, also Volleyball ohne den, Volleyball ohne den Two-Player-Mode. Aber ich sag mal, man kann halt sich den Volleyball-Mode sehr leicht schießen, so. Also du hast halt einfach einen Trick, mit dem man es schaffen kann. Ich find die Kugel-Rilly-Area im Mushroom Kingdom, die 2D-Area, sehr, sehr herausfordernd, tatsächlich. Ich würd, glaub ich, sogar mit dem gehen. Ich glaub tatsächlich, ich glaube tatsächlich, der, die 2D-Kugel-Rilly-Area im Mushroom Kingdom. Die, find ich, glaub ich, mit am schwersten, weil man sie halt auch nicht schießen kann, ne? Du hast halt einfach keine Chance, das zu überspringen, du musst es einfach schaffen. Neon, ey, was geht? Danke dir für die 31 Monate. Kugel-Rilly-Area auf der Dark Side? Oh, jetzt muss ich nachdenken. Jetzt muss ich nachdenken. War der auf der Dark Side? Verweckte ich jetzt gerade was? Ne, die, die, die. Mein war schon in Mushroom Kingdom. Ich weiß gerade wirklich nicht, welche du meinst, Brille. Und der Heim war einer Junge. Deine Meinung zu Luigi's Mansion 2, äh, bestes Luigi's Mansion. Run-Life bist ja tatsächlich sehr gut, muss ich zugeben. Also, ich bin tatsächlich überrascht. Ich bin tatsächlich überrascht, wie viel ich noch, also, wie viel das Training gebracht hat. Ich weiß aktuell immer noch so genau, wo ich langlaufen muss und, ähm, welche, welche Monde im Dokument gemeint sind, obwohl die auf Englisch geschrieben sind. Äh, ich bin sehr überrascht aktuell, wie, wie gut ich mich noch auskenne. Fröhliche Ostern. Ne, warte mal, hier muss ich nicht, oh, jetzt, okay, jetzt geht's los. Ich glaube, hier muss ich rein, ne? Chi-Guy, was geht? Dankeschön für deinen Prime, Meister. So, Freezing, äh, Jump and Swim in the Freezing Water. Ne, das ist, das ist die falsche Sub-Area. Ich meine, ich könnte die auch machen, aber ich glaube, es gibt einen Grund, warum wir die noch nicht machen. Warte mal. Oh, jetzt muss ich hier die passende Hup-Tür finden. Ah. Jetzt geht's los. Da vorne? Eventuell da vorne. Who knows? Wahrscheinlich die hier. Freezing Water near the ceiling. Ne, auch nicht. Oder jetzt kracht's aber gewaltig. Ich meine, ich könnte die alle machen, das wäre ja kein Problem, aber... Ah, die. Okay, 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 okay. Got it. Stimmt, das war eine, wo man... Ja, ja. Ich hab vergessen, nach einer Scarecrow-Tür zu zoomen. Ja, die ist es. Hast du Resident Evil gespielt? Meister, kennst du meinen Zweitkanal-Hübschschrauber? Da spiele ich gerade Resident Evil. Eine glatte Sub-Zahl wie 1,4 ist schon hübsch. Ja, aber 1,5 wäre auch hübsch, oder? Und Döner ist auch hübsch. Spaß, nur 1,5 ist hübsch. Oh, Mann, Döner, ey. Bro, es tut mir leid, dass du heute... Döner kassiert heute voll von mir. Ohne Grund. Nee. Boah, Bruder. Döner ist, glaube ich, gar nicht mehr da. Boah, dann können wir ihn ja richtig... Dann können wir ihn ja richtig, äh, wegbissen. Eistüb, dankeschön für die 10 Monate, Mann. Oh Mann, ich muss hier runter. So, Moment, ich muss auf die blauen Eisplattformen. Die sind A da vorne, ja. Ah! Oh! Oh shit! Ich glaube, die neuesten Sunny-Gerüchte werden Döner endgültig gebrochen haben. Oh, Bruder, was ist passiert? Was sind die neuesten Sunny-Gerüchte? Gib mir den Gossip. Nein! Och, den selben Fehler wie letztes Mal. Ah, nee, das war auch wrong. Moment. Ein Niklas, grüß dich. Feierst du Ostern? Quasi nicht, nein. Also, Osterfrühstück mit der Familie heute Morgen, aber sonst ist Ostern kein großes Fest bei uns. Ich habe nur irgendwas mitbekommen. Meinst du das, Mikogger, dass Sunny irgendwie nur Mois gesigned hat, um Mois' Freundin zu bumsen oder so? Das habe ich auf Twitter gesehen. Das kann die größte Fake-News aller Zeiten sein. Ich habe absolut keinen Schimmer. Also, das hat jemand auf Twitter gepostet. Das kann der größte Shit-Post gewesen sein. Mir wurde das nur vorgeschlagen. Das ist null verifiziert von irgendwas. Also, bitte nicht für bare Münze nehmen. Das war in irgendeinem Tweet, der mir vorgeschlagen wurde. Das ist alles. Aber wir warten jetzt mal darauf, was Mikogger uns schreibt. Der wollte uns gerade irgendwas über die neuesten Gerüchte berichten. Aber seitdem ist es still geworden und Mikogger im Chat. Wo war der Mond? Ist der hier oben? Oh, Bruder. Das wird gar nichts. Doch, wird was. Geil. Okay. Ach, einfach hier rüber. Wow. Ist auch echt geschenkt. Oh, das hat noch gezählt. Digga, was? Ja, genau. Mit der soll er nun durchgebrannt sein. Das hört man aus mehreren Ecken. Digga. Junge, let's go. Ich sag's euch, ne? Beziehungen. Für Männer sind es die Frauen und für Frauen die Männer und für was auch auf was immer ihr steht. Das ist es für euch. Das sind die größten Feinde eurer Karriere. Beziehungen sind die größten Feinde eurer Karriere. Beziehungsweise das Lust und Verlangen, Freunde. Frauen bringen Männer dazu, gottlose Dinge zu tun. Und auch Männer bringen Frauen dazu, gottlose Dinge zu tun. Einfach nur, weil die Hormone durchdrehen. Alter, Domi, pin das mal an. Aber mit einer schöner geschriebenen Nachricht. Man kann nie genug Prime-Werbung machen. Schön Amazon ausnehmen. Ja, nicht immer Impi. Das ist keine Regel. Es kann nur passieren. Weil wenn ihr, wenn ihr nämlich euer Prime-Sub hier mehrkostenfrei aktiviert, kriegt ihr keine Werbung wie diese. Ich hab jetzt hier auf den Knopf gedrückt, da steht Werbung. Kriegt grad wirklich jemand Werbung? Ne, das können die ja nicht schreiben, ne? Weil sie als Werbung sehen. Nein, die kriegt auch, die kriegt auch gar nicht jeder. Ich hab ja auf meinem Stream-Deck so einen Knopf, der heißt Twitch-Ad. Schmocks! Er nimmt Amazon erfolgreich aus. Dankeschön für den Prime-Digi. Sehr lieb. Das Wort Werbung ist geblockt? Könnt ihr das mal überprüfen, Mods? Habt ihr Ostern-Spezi bekommen? Ein schöneres Osterfest kann es doch nicht geben, oder? Und Master auch noch mit einem Gifted. Na klar, wenn schon, denn schon. Und zwar mit dem Gifted-Zap an Ja, Mann. Dankeschön! Ey, Knopf, die Werbung gerade hab ich aus Joke gezündet. Also wenn du grad überdurchschnittlich die Werbung bekommen hast, liegt das daran, dass ich grad einen Werbeblock aus Joke gezündet hab. Oder ich hör Menschen. Aber eigentlich sollten gar keine Menschen hier sein. Ein Under-The-The-Cheese-Rocks, Freunde. Was ist denn Under-The-Cheese-Rocks? Für den Mond. Warte mal. Under-The-Cheese-Rocks. Ist das, ist das der Story-Mond? Das muss doch fast der Story-Mond sein, oder? Heißt der Under-The-Cheese-Rocks? Mal sehen. Vielleicht. Das Ding ist, ich weiß halt immer nicht, wie die, äh, ich weiß immer nicht, wie die Story-Monde heißen. Weil das sind für mich einfach Story-Monde. Also ich hab mir nie Gedanken gemacht, wie die heißen. Da müsste er eigentlich. Also würde es Speedrun-Technisch nur Sinn ergeben. Danke, Leon. Oh ja, Schrecklin. Aber dann so verschiedene Cheese-Rocks. Blau-Schimmel-Käse, Weich-Käse, Würziger-Käse, Nuss-Käse, Kräuter-Käse, Chili-Käse. Alles. Alles. Ja, Timi. Ich weiß nicht, Timi, ob du, ob du das aktuellste Video schon gesehen hast auf meinem Hauptkanal, was heute Morgen kam. Äh, mit Mario Odyssey-Flieb. Äh, das war auch ganz krass. Weil zum aktuellen Zeitpunkt, jetzt in dem Zustand, in dem sich das Schlemmerland gerade befindet, ist der Pfad auf der Rückseite, der existiert gar nicht. Der ist noch gar nicht geladen. Ich war da total perplex, als ich das gesehen habe. Da fehlt einfach die Hälfte des Levels. Die ist einfach nicht geladen. Och, schon wieder. Das ganze Geld macht mich schöner. Ich weiß, dass es dir gefällt. Guten Morgen und frohe Ostern. Bro, Pigeon! Danke schön! Vielen, 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 vielen Dank für die 207. Hallöchen! Domi, übrigens, danke für die, äh, für die angepinnte Nachricht. Ach so, da ist ja gar keine. Ey, Solaris, grüß dich. Tired ist auch so, äh, ich bin noch dran. Hä? Also, schreibst du jetzt einen halben Aufsatz? Domi wird auch schon älter. Ey, Domi, du kannst mit uns drüber reden, ne? Wenn du so, so altes Beschwerden bekommst, so gebrechliche Beine, Schmerzen im Rücken. Gib einfach Bescheid, Mann. Wir, wir, wir kennen da Leute. Juhu! Juhu! Alter, ich hab noch nie so eine schöne Nachricht gesehen. Alter, Justin, einen wunderschönen guten Tag. Oh, das war dumm. Bro, du hast gestern gottlos lange Odyssey gestreamt, kann das sein? Also, ich bin irgendwann gestern um zwei ins Bett und du warst einfach live mit Odyssey Speedrun-Training. Da dachte ich mir auch so, okay. Oh Gott, wie komm ich denn jetzt da rüber? Äh, schaff ich den Sprung? Ne, den schaff ich doch nicht, ne? Ich glaube, ich muss da drüben lang. Och, Digga! Bis 5 Uhr. Das, das, das... Ich hinterfrag das einfach nicht, ne? Aber das zeigt mir, dass du genauso ein neues 3D-Mario brauchst wie ich. Das finde ich schön. Also, wenn man bis 5 Uhr früh in Odyssey reinhustelt, dann macht man was richtig im Leben. Normaler Samstag bei Justin. Ah, Digga! Bro, kann ich die jetzt nicht nehmen? Ich kann die nicht hochheben, ne? Ist die jetzt stuck? Also, wenn man nie mitzimeinen. wird das immer wieder zurückgehen. Und zwar ist es ein Er profitigst. Also, ich glaube, viele Leute aufregende Musik. Also, wir werden nicht wieder zurückgehen. Das stimmt. Was ist sicher, dass wir nicht so gut kommen, hier bringen? Oh, was ist es eigentlich nicht so gut? Wir schauen keine Ahnung. Wir schauen uns nicht. Wir schauen uns mal an. So, jetzt müssen wir uns an. Wir schauen uns mal an. Es geht uns an. Oh und wir schauen uns um. Da geht's schon mal um. Wir schauen uns an. Es geht noch nicht so sehr. Oh, das ist auch jetzt, Gäste. Ich glaube bei uns noch nicht so. Ich bin zu meinemだから. Wir schauen. Wir schauen sie das nochmal auf. Oder das Schlemmerland hat aus irgendwelchen Gründen richtig ätzende Transport-Missionen. Nachher müssen wir auch mit einem Firebro auch einmal über die komplette Map laufen. Hier muss man so eine Goldrübe einfach über die komplette Map transportieren. Wer hat so gesagt, ja, Mann, that's good Game Design. Wieso machst du das auf Twitch und nicht auf YouTube? Weil ich gerne auf Twitch streame. Und Twitch meine Livestreaming-Plattform ist. Weil YouTube Livestreaming mit dem Arsch nicht anschaut. Kann man auf Twitter streamen? Kaso, grüß dich! Danke schön, Domi, für diese lange, ausführliche Nachricht. Das hat mich motiviert, einen freien Sub darzulassen. Schau mal, Domi. Schau mal, was du mit deiner tollen Nachricht erreicht hast. Domi, nur wegen dir. Früher ging das Arba hat das mal gemacht. Ja, das klingt auch nach Arba. Ups. Gute Hitbox. Chat, es gibt für den heutigen Stream ein Tabuthema und das ist leckeres Essen, weil ich habe nämlich nichts zu essen hier. Ich werde den Stream über sehr hungrig werden. Rob, da gibt es deine 10 Monate Prime. Hallöchen. Schön, dass du hier bist. Schau mal, Domi, noch jemand, der geprimed subbed hat. Save nur wegen dir. Gute Kamera hier. Komplett unrelated. Wie findest du Wiener Schnitzel? Wie findest du Timeouts? Trifft mich? Mir ist es vollkommen egal. Es gibt so Themen. Ich danke erst mal Pitchenlover für die 207. Es gibt so Themen, mit denen beschäftige ich mich nicht, weil sie mir ultra egal sind. Und die Zeitumstellung ist eines dieser Themen. Es gibt so Menschen, die so richtig emotional über die Zeitumstellung diskutieren und so hier und da. Das sind genau die gleichen Menschen, die auch über das Gendern reden oder ich weiß es nicht, was es sonst noch so alles gibt. Mir ist das so scheißegal. Ich habe einfach, ich habe diesen einen Ansatz. Ich akzeptiere die Spielregeln der Welt so wie sie sind. Ich hinterfrage sie nicht. Ich versuche sie nicht zu ändern. Es ist mir kackegal. Ich versuche einfach nur mit den vorhandenen Spielregeln das Beste draus zu machen. Mir ist auch die Legalisierung egal. Es ist mir so Wumpe. Es ist mir so Wumpe. Ich versuche einfach nur mit dem vorhandenen, was da ist, das Geilste draus zu machen und mich gar nicht damit zu beschäftigen, weil ändern kann ich es nicht. Es gibt richtig viele, die so ultra emotional über Zeitumstellung diskutieren. Die kommen damit, ja, man könnte sich so und so viel Geld sparen. Ich weiß gar nicht, weil man dann irgendwie, ich weiß es gar nicht. Da gibt es Leute, die haben gefühlt einen Doktor in Gegenzeitumstellung argumentieren. Ich gehe mir so, Bro, lass es doch einfach, Digger. Wegen Jungs, Bro. Beschäftige dich mit irgendwas Sinnvollem, was dich weiterbringt. ein Wehen juckt, ob zweimal im Jahr eine Stunde geändert wird. Also, ich denke mir so, also, who cares? Who the fuck cares? Okay, Mika, und, 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 wenn du jetzt die Zeitumstellung hinterfragst und, und dann zum Punkt kommst, dass du die Zeitumstellung nicht gut findest, was machst du dann? Donnie, danke dir für die zwei Wunderte Prime. People Prime an der Stelle Zeit anhalten, die Uhren abschaffen. alle und Kiwi auch noch mit dem Prime. Also, Domi, ich glaube, deine Prime-Nachricht ist, ist King, Bro. Wie ist alles inszeniert von der Regierung? Ada, Nick, was geht? Danke für dein Prime. Domi, du bist, du bist, du bist, du bist heute ein Epic-Rin. Und es ist auch gut, dass du dir so lange Zeit genommen hast für diese Nachricht. Einfach Zeit nicht umstellen und nach der alten Zeit leben, ja. Und einfach dann zu jedem Termin eine Stunde zu spät zu kommen. Alle Epic-Rin heute nur mit den Troll-Gifts. Der Mann kann nichts richtig machen. Was für Troll-Giftet, du hast an Prime-Gaming und an Padme bewusstlos heute gegiftet. Classic-Impi. Also, ich finde die Uhren sehr schlimm, die unterdrücken uns und zwingen uns einem angeblichen Lauf der Zeit auf, um danach zu funktionieren. Das ist doch nur ein Instrument von denen da oben. Zeit ist relativ. Ich mache sowieso alles einen Tag vorher, weil Zeitmanagement überbewertet ist. Freunde, jetzt befreit euch. Zieht den Aluhut aus, ihr, nein, nein, zieht den Aluhut an, ihr Schafe. Kommt auf die Seite der Menschen, die erkannt haben, dass die Zeit nur ein Marketing-Instrument der Industrie ist von den alten weißen Männern hinter den schwedischen Gardinen. Er steckt Zeit abschaffen. Zeit existiert gar nicht. Die sogenannten Termine sind nur eine Illusion, erschaffen euch zu knechten. Da habe ich auch passend jetzt eine neue Telegram-Gruppe dafür eröffnet. Wacht auf, Leute. Jo, Alter! Hefti einfach mit einem Halbjahres-Sub. Bro! König! Dankeschön! Einfach ein halbes Jahr Vertrauen entgegengebracht. Ohne Witz, da fühlt man sich als Streamer sehr geehrt. Da fühlt man sich als Streamer sehr geehrt, wenn man so sieht, okay, der Zuschauer zahlt einfach ein halbes Jahr im Voraus, weil er der Meinung ist, in einem halben Jahr ist der Stream immer noch interessant. Was er halt nicht weiß, ist, dass ich ab morgen meine Streaming-Karriere beende. Ja! Oh, hey! 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 By the way, ähm, Fly, nee, Fly ist noch gar nicht da, ne? Fly hatte in seinem Funfact auch so einen, so einen, äh, so einen gelben M&Ms-Emoji, ähm, der einfach so nach hinten auf den Rücken umkippt. Den haben wir, glaube ich, noch nicht im Chat. Der ist quasi so eine Art Dice of Cringe, bloß mit diesem gelben, mit diesem gelben Smarty oder M&M. Ich will den haben. Du willst viel, wenn der Tag lang ist, aber ich bin ja auch lange live, dann darf ich ja auch viel wollen. Wir sind nicht dumm, Deborah. Wir decken gerade eine Verschwörung der Welt auf. Das sind, das sind die Rothschilds. Das sind die Rothschilds. Die Bora und Sascha verstehen es einfach noch nicht. Die sind auch Schlaf-Schafe. Warum macht es so viel Spaß, so viel Trash zu reden? Wieso spielst du auf Deutsch? Einfach, dass es zum Zuschauen angenehmer ist. Ja, egal auf welcher Stelle. Ich spiele, es werden immer Fragen kommen, warum ich auf dieser Sprache spiele. True irgendwie. Stimmt, es ist vollkommen egal, auf welcher Sprache ich zocke. Oh, verdammt der Axe, muss ich aufpassen. Der heißt Braw. Okay, haben wir einen Better Twitch-TV-Mod hier, der Zugriff hat? Ich weiß immer nicht, welchen Mods ich bei der Twitch-TV-Zugriff gegeben habe. Oh, Bruder, was? Bruder, was? Hefti mit 20 Euro. Dude! Okay, ich und meine Verlobte schauen dich schon seit zwei Jahren und lieben deinen Content. Mach weiter so kleiner als... Oh mein Gott! Ey! Ganz viel Liebe an euch! Oh, das ist ja mega korrekt. Dankeschön! Das hört man sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für den Riesen-Support. Das Kart im Alert war transparent. Och, nee! Jetzt habe ich... Ah, ich... Moment. Ich weiß genau, glaube ich, glaube ich, ich weiß genau, woran es liegt. Das ist, weil ich vorhin für den Harry Potter Alert, den Chromark-Klitzel-Kass gemacht habe. Okay. Bei der nächsten 10 Euro Donation schauen wir mal, wie es aussieht. Warte mal, ich glaube... Warte mal. Ich glaube, ein Mond ist noch hier oben, den ich mitnehmen muss. Oder nicht, hier war der. Beim ersten... Erstmal sind, glaube ich, hier noch lila Münzen. Genau, die nehmen wir mit. Und dann nehmen wir den noch mit, genau. Warte mal, bin ich hier richtig? From the side above the cast gate. Doch, das müsste eigentlich, glaube ich, schon der hier sein, oder? Mal sehen. Ja, ja. Noch nicht perfekt? Verdammt. Bruder, du bist ein King. Pitch Lover. Ey, danke schön für den Support. Ey. Ultra strong, man. Vielen, vielen Dank. Aber du musst jetzt nicht nochmal. Du musst nicht nochmal. Ich, ich, ich. Dann stelle ich den Riegel gleich nochmal ganz kurz ein. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Gazi ruht ja auswendig. Nee, ich habe eine, ich habe Notizen offen. Vielen, vielen Dank. Also, ich glaube, um eine 880er, 880 Mondroute auswendig zu lernen, muss die, glaube ich, schon sehr viel runnen. Also, ich glaube, man kann die schon auswendig lernen, beziehungsweise, ich glaube, man muss die auch nur grob wissen und kann dann auch einfach, also, es muss ja nicht alles perfekt in der Route liegen. Ähm, ich weiß, welcher es ist. Der hier. Der, ja. Aber ich glaube, so ein bisschen Notizen offen haben, um zu gucken, welche lila Münzen braucht man, dass man die Hinweiskünste nicht vergisst. Also, ich glaube, ein bisschen mit Notizen nebenbei offen runnen ist schon sinnvoll. Alter, meine Nase juckt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum. Leider, ja, ich habe Mario All-Station häufiger zu 100 Prozent gespielt. Naja, Joschkopf, ich habe einen Titel, habe ich mal zwölf Stunden geschrieben, aber faktisch weiß ich es nicht. Ich habe, wir werden heute sehen, wie lange die Challenge dauert. Hast du vor, jeden Resident Evil Teil zu spielen? Also, ich meine, ich kann es nicht versprechen, aber aktuell spiele ich mit dem Gedanken. Wobei ich gestern zwei sehr anstrengende Zero-Aufnahmen hatte. Boah, ich hing einmal eine halbe Stunde an einem random Zombie, weil, weil meine beiden Charaktere kritische Leben hatten und ich keine Heilung gefunden habe. Und, äh, beim anderen, ja, beim andermal ähnlich. In dem Game gibt es einfach keine Heilung. Äh, Captain Brain, der wird auch mit dem Ostergift hier. Also, mit seinem, nicht, nicht mit dem Gift, aber halt mit dem Osterzahn. Was geht, Digi? Was geht, Digi? Och, nee, Digi. Warte mal, ich muss hier mit dem Pokio herkommen. Warte mal, warte mal, ist hier oben überhaupt einer? Nee, ich hätte den von unten mitbringen müssen, ne? Oh no. Oh no. Oh no. Win, das ist lieb, dass da lila Münzen sind, aber ich brauche gar nicht alle lila Münzen. Ach, nee. Bruder, ich bin im Einlochen so schlecht. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Jeder, der jetzt, jeder, der jetzt einen Joke gemacht hat, ist auf meine Vorlage reingefallen. Ich habe euch kontrolliert. Das war ein Beispiel, um euch schlafscharf zu zeigen, wie leicht ihr zu kontrollieren seid. Alter, tausend Bits, Digi. Damn. Dankeschön. Wow. Wow, vielen Dank. Kontrollier mal deine Discord-DM's. Wann hast du mir geschrieben, Asta? Wann hast du mir geschrieben? Ich kontrolliere in letzter Zeit regelmäßig meine Discord-DM's. Reitergarten. Bro. Gönn mir mal mein Wochenende. Okay. əəəəə. Das war's. Wann hast du Freizeit? Ihr sagt immer, ich soll mir Freizeit nehmen. Drei, vier, fünf, ne? Ja. Aber ich meine das ja nicht wörtlich. Nimm dir Freizeit, aber wir sagen das nur aus Förmlichkeit. Nimm dir bitte keine Freizeit. Warte, was geht denn jetzt mit meinem Handy ab? Alles nicht falsch Du sollst den nur freinehmen Freizeit existiert nicht Stimmt, stimmt Man kann sich gar keine Zeit Freinehmen, weil Zeit Gar nicht existiert Man kann sich nur Freinehmen Ups Und es geht wieder los Hey, no way Ihr seid gar nicht frei Auch wenn ihr denkt, ihr werdet frei Wacht auf Ich höre dich nebenbei beim Autofahren nur mit Audio Das klingt aber schön Ich finde, also Livestream hören während einer Autofahrt Eigentlich gar keine dumme Idee Warum soll ich aufwachen Bin ich doch gar nicht Aber Du denkst, du bist aufgewacht Aber eigentlich bist du gar nicht aufgewacht Ich höre dich beim Autofahren und wie schreibst du dann? Naja, man kann ja Wenn man den Stream als Podcast hört Also Twitch kann ja im Hintergrund laufen Also man kann ja einfach den Stream anmachen und dann Sperrbildschirm an Und, ne, Feierabend Ich bin enttäuscht, dass niemand von euch Chord verwendet hat Der Emote kriegt noch nicht genug Liebe Danke, Leon Ich weiß nicht, ob es der ist Er ist es Der ist sehr creepy Hä, der ist nicht creepy Das ist voll geil Du bist creepy Schau mir mal tief in die Augen Ja, das ist ja das Geile an ihm Na, das freut mich Anja, Maxi Oder wahrscheinlich bist du ein R Weil du Maxi heißt Aber in deinem Namen steht Anja Ich weiß nicht, ob du Mann oder Frau bist Wie man sich so Michelle Günther nennt Wie kann Bowser Peach zu einer Hochzeit zwingen Wenn Peach Wenn Zeit gar nicht existiert Maxi ist auch ein weiblicher Vorname Und was ist da die Vollversion von? Maxi Miliane? Das existiert doch nicht Ich habe aber keine Scheiße Einfach Maxi, eine Freundin von mir heißt sie Ja, okay, aber es gibt auch Kinder, die heißen Fanta Also Maxi Duriane Oh Mann ey Fanta Wie die Limonade Eigentlich heiße ich Maxima und Twitch wollte den Namen einfach nicht nehmen Ah, krass Aber ist jetzt Maxima Ist weiblich, oder? Also ein A am Ende ist häufig Nicht immer, aber häufig weiblich Ja, okay, okay Was hat Fanta damit zu tun, dass du nicht weißt, dass Maxi ein weiblicher Vorname ist? Naja, weil es gibt so viele Namen, die alles bedeuten können Ich wüsste es auch nicht, wenn ich mein Kind Fanta nenne Ob das ein Mann oder eine Frau ist Und deswegen entkräftet das das Argument, dass Maxi weiblich sein muss Ich habe dich outplayed Ich soll Also in meinem zweiten Leben bin ich Rechtsanwalt Argumentiere wie ein Boss Wenn ich argumentiere, ist die Kuh auf dem Dach Ja, aber Astrid, dann wären wir beim nächsten Thema Wer guckt Anime? Spezi heißen wir schon Baba To be honest Allgemein, alle Namen, die mit I enden Sind schon prinzipiell Deutlich wertvoller Als jegliche andere Form von Name Oh Gott, dieser Kameraturn hier immer Anni, du sollst Auto fahren und nicht chatten GG, das war's Wir machen jetzt wirklich eine kurze Pause Also so zwei Minuten oder so Weil ich eher auf die Toilette muss Und mir kurz was zu trinken hole Ich lasse euch einfach kurz die Credits rollen Solange Ich muss kurz auf die Toilette Ich bin sofort wieder da Ich bin sofort von mich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich muss jetzt sehr aufpassen, das Mushroom Kingdom ist nämlich ein Land, in welchem wir alle 100 lila Münzen sammeln. Deswegen muss ich jetzt hier aufpassen, wirklich alles, alles, alles richtig mitzunehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann glaube ich, hier vorne sind noch welche, ne, ja. So, ich muss jetzt nur gucken, ob ich hier innen, ne, es gibt hier glaube ich keinen speziellen, äh... Warte mal, komm, die nehmen wir jetzt auch noch mit. Keine Ahnung, ob ich die brauche. Irgendwann werden wir sie brauchen, dann gucken wir die jetzt einfach hier rein. So, und jetzt mache ich jetzt direkt das, das, das Regular Rematch, ne, das müsste der hier, glaube ich, sein. Ey, yo, Benji, dankeschön für deinen Primal 37-Stan. Ey, schön, dass du schon so lange dabei bist. Und wie das auch am Start im zweiten Monat, von YouTube mal rübergekommen. Die absolut richtigste Entscheidung, die du heute noch treffen wirst. Oder wie, wie lange wirst du noch hier in der, äh, schimmeln? Oh Gott, das war jetzt so, ne? Oh, Bruder, der bewegt sich ja gar nicht. Wie willst du den denn two-cyclen? Ach so, weil der, der schickt nochmal hier die Ding los. Okay, Bruder. Dieser Kampf ist so anders. Ich hab mir schnell Twitch geholt, um dich zu sehen. Und da war nicht Zeit für einen stabilen Nutzernamen. So schnell hast du Twitch gemacht. E-D-F-F-M. Oder vielleicht heißt der auch Add. Und kommt aus Frankfurt am Main. Der ist einfach der Add-F-F-M. Das ist einfach Add aus Frankfurt am Main. Aber warte mal, wo ist denn hier der Wiggler da? Jawollo. Oh, ein schöner Two-Cycle. Meine Mom war gerade mega süß, hab so ein riesiges Osterei mit Pralinen bekommen. Oh, 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 oh. Was ist so? Nein, ich würde sie ja, aber ich würde sie gerne auch essen. Ich hätte so Bock, mir jetzt ein Schoko-Ei nach dem anderen reinzuschieben, ne? Oh, auf Schoko, auf Ostersüßigkeiten zu erzählen. Ein Osternig süßes Essen ist echt kriminell. Ich heiße eigentlich Felix, okay. Ich was für dich Schoki mit. Ich glaube, esse wolltest du wahrscheinlich schreiben, oder? Danke, Jacqueline. Aber da musst du auch ins Gym wieder gehen, ne? Nicht, dass du jetzt sagst, ich bin fett geworden, weil ich für Hübi Süßes mitgegessen habe. Warte mal, wo ist der Dog? Wo ist der Köter? Bro, wo schimmelt dieser Köter? Ist der nicht hier irgendwo? Da ist er. Hier lang bitte. Ach nee, der rennt jetzt instant da hoch. Okay. 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 So, und jetzt bitte, bitte ich hier hinter. Wollte ich tatsächlich, Jacqueline, aber es hat tatsächlich zeitlich nicht funktioniert. Deswegen bin ich auf Homeworkout umgestiegen. Dieses 20 Minuten daheim einfach sich kurz zum Schwitzen bringen, ist halt einfach so viel zeiteffizienter als zwei Stunden Gym. Warte mal, hier ist noch ein Schaf irgendwo. Ah ja, das ist ja. Noch ein Schlafschaf. Ja, wenn genau das ist. Also Gym ist ultra geil. Also wenn man ins Gym geht, hat man immer eine mega geile Zeit. Also ich genieße das auch, ne, mit Proteinshake und geil Mucke hören und was nicht alles dazugehört. Und auch dieser Schmerz, den Muskeln, der macht so süchtig. Aber es frisst so viel Zeit, Mann. Eine Klimmzugstange, ey, ne? Ja, das finde ich. Also, ich, ich, ich sehe deinen, ich sehe den Punkt, Jacqueline. Ich finde bloß Klimmzugstangen sind somit der hässlichste Einrichtungsgegenstand, den man sich in seine Wohnung machen kann. Ich sehe den praktischen Sinn dahinter. Ich, ich, ich verstehe, warum Menschen das tun. Aber ich finde, es sieht halt echt richtig, richtig weird aus. Ist halt so unästhetisch. Ich habe異sehen, wenn du die Och, nee. So, du gehst jetzt erstmal rein. So, dann gehst du auch rein. So, dann machen wir schon mal hier drei von sechs. Sehr schön. So, und jetzt muss ich hier... Warte mal, Purpose on Nuclotec Arena. Warte mal, ist das da unten, die Nuclotec Arena? Bro, ich hab so keinen Schimmer, ne? Ja, hoffen wir einfach mal, dass es die Nuclotec Arena ist. Spiel niemals Valorant. Hab ich nicht vor, hab ich nicht vor. Klimmzugstange, das ist nicht Nuclotec. Egal. Ja, ich klatsch den jetzt trotzdem. Ja, okay, alles gut. Einen, 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 was? Ein Creator-Superset. Ich hatte mal einen, aber der wurde wieder deaktiviert. Also leider nicht, nein. Den können wir eigentlich aus dem Command wieder rausstreichen. Weil der scheint wohl nur aktiv zu sein, wenn man wirklich regelmäßig Supercell-Content streamt. Oh, shit. Das ist gar nicht gut. Sind hier irgendwo Herzen drin? So, immerhin nochmal hier ein Treffer. Oh. Bei diesen Boss-Remages ist es wirklich leicht abzunippeln. Weil man einfach nicht viele Leben hat. Okay, sehr schön. Dankeschön, Domi. Das ging jetzt aber schneller als die angepinnte Nachricht. Da musste er auch nur was löschen, ja. Ich habe gerade irgendwo eine Cat gehört. Oh, es tut mir voll leid, dass ich die Cats heute gar nicht knuddeln kann den ganzen Tag über. Jawollo! Ey, Schmuni, was geht? So, Moment. Dann fange ich jetzt die Route da an, wo man eigentlich starten sollte. Wir laufen hier so ein bisschen Freestyle. Wichtig ist nur, dass wir am Ende des Tages alle Monde haben, die für diesen Durchlauf im Mushroom Kingdom geplant waren. Und ich glaube hier. Aber ich glaube auch irgendwie, dass hier die Route kaputt ist. Also, ich bin mir relativ sicher, dass hier im Dokument irgendwas falsch ist. Ach nee, hier ist gar nichts falsch. Hier ist absolut nichts falsch, weil hier sind auch noch lila Münzen. Die habe ich nicht gesehen. Ich dachte, es gäbe nur einen Turm, auf dem lila Münzen sind. Ja, okay, dann ergibt doch alles hin. Halt dich mal im Maul. Add FFM, du schreibst jede Nachricht immer zwei, dreimal, sobald ich nicht beim ersten Mal drauf reagiere. Kommt nicht so gut. Am besten einfach einmal schreiben und wenn ich nicht reagiere, ist okay. Pech gehabt. Aber es gibt hier wunderbare Mod-Tools, mit denen man sieht, wie häufig jemand eine Nachricht geschrieben hat und ob er sie copy-pastet. Und wenn dann immer hinter so einer Nachricht mal zwei, mal drei, mal vier steht, kommt immer nicht so nice. Sag mir, bin ich eigentlich safe vor den Mumien, wenn ich mich hier hochstelle? Hä, das ist ja übel krass. Man hat ja einfach einen kompletten Safe-Spot. Wenn du nicht reagierst, dann Zaps für 100 Euro kaufen. Das klappt immer ganz cool. Das Problem ist, nur bei Gifte-Zaps kann man keine Nachricht schreiben. Was waren die hier safe? Nein, vor den Händen nicht. Hä, die Mütze war schon drauf! Man hat's genau gesehen! Naja, die hält sich in Grenzen meine Mod-Arbeit, aber ich hab die global für ganz Twitch aktiviert. mir geht's gut, mir geht's gut, Olaf Wagner. Dankeschön! Ich hoffe, dir auch! Und Pyro Game mit dem achten Monat Prime. Hallo! Und jetzt machen wir Battle in Bubble Lane. Ah, ja, das ist, I see, I see. Das ist das unter Wasser, ne, die Röhre. Hi Leon, was geht denn? Hi Kampfgurke! Grüß dich! Und Fufu auch noch! Ey, so viele First-Time-Chaddas hier gerade! Ist ja brutal! Tamay direkt auch! First-Message einfach immer, 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 kommt immer böse. Das ist einer der idiotischsten Kämpfe im gesamten Spiel. Weil man hier nicht mal gescheit Stampfattacken kann, weil man hier sonst einfach ins Nicht stürzen würde. Ja, natürlich kriege ich jetzt Damage, weil er einfach nach oben fliegt. Okay. Weil mich sein Kopf berührt, kriege ich Schaden. Yeah, probably. 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 Ja, dafür hat man unendlich Wasser. Das stimmt, das stimmt. Aber das ist, ja, ja, der Boss an sich ist nicht Baba. Egal, ob im normalen Match oder im Rematch. Das ist, der ist jetzt keine gameplaytechnische Erleuchtung. Ich kann mir vorstellen, dass es hier schon so Strats gibt, mit denen man den irgendwie so vielleicht an diesem Glas da irgendwie trappen kann, dass der sich nicht so viel bewegt. Aber. Oder, ich kann ihm jetzt halt nicht mal Schaden machen, ne? Weil er, weil er nicht mehr die, er wechselt einfach nicht mehr die Ebene nach unten. Geh die Herzen holen. Äh, wo sind denn Herzen, Bro? Hey, Lea! Was ist das? Ich kann ihm kein Damage machen. Was, was ist das? Was, was muss ich tun? Habe ich irgendwas verpasst? Machen wir es mal so. Aber ist das vom Spiel gewollt, dass man auf dem Glas landet? Keine Ahnung. Leon mit den 5 Euro? Puh! Dankeschön für den 5er! Mega lieb! Moin! Sehr, sehr korrekt. Dankeschön. Halt der Maul. Halt der Maul. Halt der Maul. Halt der Maul. Wo kommt eigentlich die 200 her? Die ist doch neu, oder? Hey, Frankie Boy. Halt der Maul. Ja, die haben mir in meinem Testlauf gefehlt. Let's go. Ja, das darf natürlich in so einem Stream nicht fehlen. Es ist immer wieder schön. Ich habe mal tatsächlich überlegt, ob ich auf eine weibliche TTS-Stimme wechseln soll. Aber mit der weiblichen TTS-Stimme würde einfach Hübit der Hübi sterben, glaube ich. Ich glaube, die liest das anders vor. Und deswegen habe ich es nicht getan. Danke dir, Nick. Vielen, vielen Dank für den Prime. Und Dennis, da gehen wir auch mit seinem Prime-Sub. Danke, Mann. Die Tradition muss fortgeführt werden. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, Nick. Ich hoffe, ihr hattet eine richtig gute Zeit. Die paar Wilde, die ich gesehen habe, waren ja sehr sexy. No way. Oh, no way! Bero! Ich glaube, jetzt verliere ich, ne? Ich glaube, ich verliere. Oder? Bro, einfach fünf Gifted Subs von Bero! Und zwar an Stuan2, Jui Flo, Just Get It Alex, Maximus, da hätten wir den männlichen Maxi, und Scarlet Devil. Bro, dankeschön! Ultra korrekt! Vielen, vielen Dank. Nettes Detail, dass sich die Krebsi hier optisch nochmal dieser Samen ein bisschen hervorgehoben wird. Das sind so kleine Gameplay-Details, die einfach richtig gut funktionieren. Bruder, jetzt ruft Impy an! Probieren wir es aus. Das ist ein bisschen zu witzig, muss ich zugeben. Es ist schon, es ist schon recht unterhaltsam. Irgendwie ist es auch noch ein Seed. Ja, das stimmt, Konim. Die Cooper-Rerunning-Zeiten sind jetzt nicht sehr herausfordernd. Irgendwo hier ist auch noch ein Seed. Warte mal, wo ist denn der? da. Da. Hi Ali, was geht? und hi, Louis. Ey, übel viele neue Menschen kommen gerade rein. Was ist denn los? Wie viele Monde hast du schon? Boah, knapp 200, glaube ich. Aber am Anfang ist man langsamer als hinten raus. Weil man am Anfang noch sehr viel vorbereitet, sehr viel Story macht, sehr viele Zwischensequenzen auch sind. Oh, Bruder. Ich erinnere mich, hier war... Da hab ich... Okay, das ging viel zu schnell, aber das war geil. Das ist true, Brille. Das ist tatsächlich true, ne? Pilzkönigreich siehst du eigentlich so gut wie nie, ne? Ich bin jetzt auch kein Profi-Speedrunner. Also ich spiele die Route hier sehr slow. Die kann man safe noch. Viel, viel, viel effektiver run. Aber ist trotzdem zum Zuschauen, glaube ich, recht interesting. So, mal wieder dasselbe Problem wie immer. Ich werde nie herausfinden, ne? Wo die Fliesen sind. Warum habe ich mit der Hint-Art schon geredet? Ich mach's lieber nochmal. Ich glaub schon, ja, aber... Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Warte mal. War 6 oder 7 der Assoziale? Ich glaub, 7 war das Assoziale. Das war irgendwo ganz nah an der Wand dran, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, hier. Okay, das liegt auf jeden Fall schneller als letztes Mal. Hinter dem Thron habe ich alle, ne? Ich hab diesen Stern noch nie in meinem Leben eingesammelt. Tja, Bro, so einfach kann's gehen, ne? Warte mal, das ist... Warte mal, nee, irgendwo... Nee, das ist... Hier, das ist, glaube ich, einer, den ich, äh... letztes Mal, glaube ich, auch vergessen habe, einen zu sammeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, irgendeinen habe ich hier so richtig lame auf dem Dach vercheckt. Äh, vercheckt. So, jetzt geht wieder die, die, die Fruit-Route los, Freunde. Das sind die besten Freunde von Fruity Loops. Ähm, so. Da muss ich genau aufpassen, dass ich hier nichts verchecke. By the way, eine Frage. Mal, mal bitte ernst, ernsthaft beantworten, Chad. Ähm, diese... Diese Fruit-Tilups sind ja diese bunten Frühstücks-Flakes-Ringe. Sind die geil? Schmecken die geil oder nicht geil? Weil ich fand die tatsächlich immer ultra widerlich. Ich fand, die haben immer so chemisch und künstlich geschmeckt. Ich hab das so... Ich hab die so gar nicht gefühlt. Dankeschön, Chad. Aber die hatten ja ultra den Hype einfach wegen der Farbe und der Form. Bruder. Ey, meine Nase juckt gerade übel. Was ist denn jetzt diese? Und irgendwo ist jetzt noch eine Maxi-Fruit, glaube ich, die ich jetzt noch futtern muss. Oder... Irgendwo... Das ist genau wie beim letzten Mal. Es ist exakt wie beim letzten Mal, dass mir diese eine fehlt. Ich weiß nicht, irgendwo eine Reihe habe ich jetzt wieder übersehen. Alter, Leon, nochmal mit dem Fünfer. Vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank. Das ehrt mich. Das ehrt mich sehr. Boah, welche fehlen mir jetzt wieder? Entsieht auf irgendeinem Baum? Oder in den Blättern irgendwo? Da oben! Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Okay, okay, okay. Wie gucke ich da ein bisschen hoch? Oh. Ich hasse Yoshi in Odyssey. Odyssey! Das ist so ein Crap. Kira! Danke für dein Tier 2, Mann! Vielen, vielen, vielen Dank! Dankeschön! Schön, dass du hier bist. Freut mich sehr! Oh, ich habe gerade ein Schaf geheatet. Tier 2 ist voll random. Entweder Tier 1 oder Tier 3. Nein, gar nicht, Gengar! Tier 2 ist ultra-legitim. Wie viel kostet Tier 2? 10 oder 8? Nein, Setcher Leaf. Podcast-Tickets wurden da nicht ausverkauft. So schnell geht das nicht. 8? Nee, das ist voll korrekt. Ich finde so, wenn man sagt, hey, ich möchte irgendwie mehr als ein normales Sub supporten, kann, aber nicht direkt den fünffachen Preis zahlen, finde ich in Tier 2 absolut legitim. So, also dieser Unterschied, ob man jetzt 4 oder 20 Euro zahlt, ist einfach zu krass. Ich meine, es gibt immer noch diese verrückten Ultra-Supporte, die einfach wirklich Tier 3 droppen. Äh, wirklich, äh, riesen Dank an euch. Aber das sind halt wirklich Ausnahmen, wirklich besondere Ausnahmen. Ach, Kira, don't do it! Und Benni mit seinem 5. Monat. Ey, was geht, Mann? Was geht? Was geht? Am sinnvollsten ist immer noch Prime. Prime ist einfach immer noch das Sinnvollste. Hey, Elia, was geht? Ah, der Fireshock. Was hat der 5 Tier 3 verschenkt, ne? Der, der, der kommt, äh, Bruder, das war auch, das war auch ein Move. Äh, nothing, weil Ostern kein großes Ding bei meiner Family ist. Ich hab ein Frühstück mit ihnen, das machen wir immer und ansonsten ist nichts an Ostern. Äh, Bowser, maybe. Aber ich weiß nicht, ob ich den Stream, äh, auf YouTube restreame. Dieses YouTube Restreaming ist ganz nett, aber, Bro, der, der Chat ist halt nur Krebs. Also der Chat ist halt nur Krebs, weil er halt nicht aktiv moderiert wird. Warte mal, wie ging der Sprung? Ne, warte mal, da muss ich jetzt hier... Ah, verdammt, aber ich glaub, ich glaub, genau so geht's, ne? Ich glaub, äh, genau so ging das. Ne, ich fand's prinzipiell schon okay, Elia. Ja, ich fand das prinzipiell schon in Ordnung. Ich bin immer noch am Überlegen, zum Beispiel, wenn man vielleicht auf Only-Member-Chat macht. So, da könnt ihr jetzt versagen, also, beziehungsweise, da könnt ihr mal jetzt argumentieren, ich möchte ja eigentlich nicht Sachen hinter der Paywall verstecken, aber das ist ja sowieso nur Bonus-Content. Das ist ja sowieso nur Bonus-Content und jeder, der chatten will, kann ja kostenlos auf Twitch kommen und kostenlos chatten. Es ist ja nicht der gesamte Stream-Chat hinter der Paywall versteckt. Äh, tot, die... Ach, verdammt, ich brauch den Krupa noch. Und es gibt einfach immer noch sehr, sehr viele Menschen, die halt einfach Twitch nicht mögen oder, oder, äh, auf Twitch nicht alles mitbekommen, was passiert und, und, und. Also, du kannst schon nochmal einfach ein paar, keine Ahnung, was sind da die, ich glaub, so 200 Zuschauer, sind da, glaub ich, so der Durchschnitt, der auf YouTube da noch mitguckt. Du kannst halt einfach so 200 Menschen happy machen, so. Das ist der Punkt. Nee, Asta, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, ich hab immer gesagt, ich möchte Funktionen nicht hinter der Paywall verstecken und man kann einfach auf Twitch gehen, kostlos und, und mitchatten. Das ist, äh... Meine Devise war immer mindestens eine kostenlose Alternative anbieten. Fünf fehlen für 1K-Zuschauer. Ja, komm, dann soll jetzt mal hier Patentoni einfach mal seine Bots starten. Die er auch immer für seine Streams anmacht. Digga, Döner, es tut mir so leid, ich fronte dich heute viel zu viel. Ja, Bro, aber, aber die, die ranten wollen, werden immer ranten, Asta. Also, also, daran, daran bin ich schon gewöhnt. Das ist ja, das ist ja mittlerweile täglich Brot für mich. Und diesmal werde ich nicht die Augenbrauen vergessen. Das geht ab. Weh. Goldpalm, ich danke dir für den W. Und, ihr Taube, danke dir auch für die Neuen. Die Kleinen, ne? Genau, die waren, ich hab, die gehen hier oben so in die, in die Cappy rein. So, schauen wir mal. Alter! Verdammt, ich hab die... Bro, seht ihr, wie perfekt der ist? Ich hab leider die Punkte weggedrückt. Und Snow mit dem frischen Prime und Norovirus auch mit den 10 Monaten. Dankeschön, vielen, vielen Dank euch beiden. Nicht schlecht. Die Augen muss ich tatsächlich ein bisschen höher packen und den Mund weiter runter. Okay. Bro, der wird jetzt komplett unsichtbar. Ja, Bro, jetzt kracht der, jetzt kracht der anders. 91 waren's? Okay. Okay. Okay, bei dem Auge bin ich mir jetzt durch. Bro, der ist nicht sehr sicher. Bro, der ist nicht sehr sicher. Ich kann das alles nicht mehr. Bro, ich hab die alle zu weit nach oben platziert, oder was? Der Mund muss ganz... Vor allem 79, ne? 79 hab ich bekommen. 80 brauch ich. Danke, Digger. Der Mund ist hier. Ich hatte alles einen Tick zu weit oben. Jetzt sind wir alles ein bisschen weiter runter. Dem ging's wirklich nicht gut. Dem ging's gar nicht gut. Ah, nee. Noch nicht Augenblick. Noch nicht. Ich glaub, so sehen echt nur Menschen aus, die einfach, keine Ahnung, beim Fußball Eigentore schießen. Und dann so... Und dann so... Tut mir leid, Team. Ich werde dieses Eigentum-Meme für immer lieben. Ohne Scheiß. Der ist jetzt nicht mal auf den Fall bezogen, wo ich dieses Meme das erste Mal gesehen hab. Dieses Eigentum-Meme ist legit eines der lustigsten Memes, die ich kenne. So. Komm. Der ergibt nur 82? Bin ja aber ein bisschen... Such einfach mal nach... Jacqueline, so einfach mal nach Meme-Eigentor schießen. Das ist einfach... Das ist einfach so ein Erklärbild, wie aus so einem Schulbuch. Was es bedeutet, ein Eigentor zu schießen. Und wenn irgendjemand halt ne dumme Frage stellt, oder ähm... Ich weiß es nicht. Einfach irgendetwas tut, wo... Wo er... Was weiß ich, hätte selber beantworten können. Oder ne Behauptung aufstellt, die einfach komplett falsch ist und gegen ihn verwendet werden kann. Und dann postet es einfach nur so dieses Meme, ein Eigentor schießen. Es ist so gut. Was? Den Ball unverhofft oder... Ich weiß gar nicht mehr. Was war die genaue Bezeichnung davon? Es ist so gut. Wo ist denn hier das zweite Schaft da? Ich glaub, ich glaub, äh... MyFlashware hat das... Hat das auf... Auf Twitter, glaub ich, das erste Mal gepostet, als ich das gesehen hab. Ich glaub, ich glaub, der hat das Meme in mein Leben gebracht. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar dafür. Bro, das ist eine der nervigsten Missionen im Spiel. Definitiv. Schafe im Mushroom Kingdom zu transportieren, ganz gruselig. Im Wüstenland geht das noch voll, weil das nur drei sind, glaub ich. Die auch relativ in der Nähe sind. Aber hier ist das einfach nur... Einfach nur sehr, sehr unangenehm. Sich selbst durch einen Fehler in eine schwierige Lage bringen. Ja, genau. Vor allem mit diesen richtig dumm gezeichneten Personen, ne? Dieser Dude, der durch so einen Freistoß so ein Eigentor schießt. Oh mein Gott. Purpose on the tree outside the other end. Nee, wirklich? Jawohl. Oh nein, ich will... Warte mal, ich will das eben... Bro, bro, bro. Chill, 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 chill. So. Aber dann nehme ich den Kollegen, die auch gleich hier mit. Nehme gleich alle mit, die ich finde. Weil ich weiß, dass wir in dem Kingdom auf jeden Fall 100 brauchen. Das ist eines der wenigen Kingdoms, glaube ich, in dem man alle sammelt. Aber weil ich das noch weiß, sammle ich hier gleich alles ein. Ja, man kann die Blume mit einer Stampfattacke abbrechen. Ey, ich liebe es. So viele Situationen heute schon, wo irgendjemand gesagt hat, warte, das geht in Odyssey. Nicht in Odyssey, nicht in Odyssey, sondern in Odyssey. Entschuldigung. Das habe ich falsch ausgesprochen. Ich habe ein Eigentor geschossen. Warum braucht man in dem Land alle Münzen? Weil hier die lila Münzen auf dem Weg liegen. Die lila Münzen sind hier so in dem Kingdom verteilt, dass du sie eigentlich beim Sammeln der Monde entspannt alle mitnehmen kannst. Und dadurch sparst du dir Zeit. Aber jetzt habe ich tatsächlich vergessen. Woher kommt das Odyssey? Such mal nach Knall der Nintendo Szene. Stabiler Track. Da kommt das drin vor. Hast dich selbst durch einen Fehler in eine schwierige Lage gebracht. Oder auch Knall der Hybi Szene. Nein, suche nach Knall der Hybi Szene. Nicht Nintendo Szene. Suche nach Knall der Hybi Szene. Knall der Hybi Szene von Fly. Young Fly. The purpose of my trees the sheep pen. Ja. Juggle seed and fly. Ah, warte mal. Ist hier nochmal so... Wo ist denn hier nochmal so ein Sammeln? Irgendwie ist angeblich hier nochmal so ein... Ist der hier unten? Ja, ja, ja. Young Fly kann man... Also Young Fly habe ich schon im Auto gepumpt. Unironisch. Verdammt. Mir fehlen schon wieder drei lila Münzen irgendwo. Ich hasse das Mushroom Kingdom. Ja. Ah, da sind noch drei. Die habe ich vergessen. Okay, alles gut. Alles gut, Freunde. Ich bin wieder... Ich bin wieder on Tour. Zwar schnell. Den Fehler schnell ausgebügelt. Nach einem Eigentor ein schnelles Anschlusstor geschossen. Und ich glaube, die letzten vier Lilas sind auf dem Toad Shop, die wir jetzt noch nicht geholt haben. Bro, sollte hier nicht eigentlich Nebel sein? Hä? Habe ich einen Grafik-Bug? Sollte hier nicht eigentlich Nebel sein? Aber ich spiele auf Originalkonsole. Digga, was ist hier los? Hahaha! Das ist verdammt cool, Mann! Sowas gibt es halt auch nur in Odyssey! Odyssey! Oh, nein! Das ist... Oh, Alter! Mit dem Double Flick Flack Triple Backflip einfach vor dem sicheren Tod bewahrt! Was eine Maschine! Aber er kommt mir echt nicht schneller hoch. Ey, Chat, aber jetzt mal kurz... Es gibt immer... Es gibt immer diese... Diese kurzen zwei Minuten... Nenne ich mal zwei Minuten. Diese kurze Minute, wo ich euch einfach kurz meine Gefühle ausschütte. Ich muss zugeben, ich enjoy diesen Stream schon, äh... Sehr, sehr böse, muss ich zugeben. Ah, der macht schon... Macht schon sehr viel Spaß. Es ist mir eine Ehre, dass ihr alle da seid. So, ich hab das Gefühl... Wieder... Ich hab das Gefühl, wieder einen Mond verpasst zu haben. Passt mal auf. Aber... Grüße aus Mehring und schlimme Feiertage, alle zusammen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm... Ne, doch, doch, doch. Ich hab den Hasen nicht gesammelt. Ich hab den Hasen nicht eingefangen. Pass auf, das... Okay. Chat, wir müssen jetzt smart sein. Den Hasen... Im Garten. Den Hasen im Garten, wo wir die, äh... Wo wir die Samen gepflanzt haben. Aber wir müssen da nochmal hin. Wir müssen da nochmal hin. Freunde, wir müssen unbedingt diesen Hasen grabben. Sobald... Sobald wir die Samen einsammeln gehen. Sehr gut. Den werden wir so safe vergessen. Wir werden unser Bestes geben. Wir versuchen kein Eigentor zu schießen. Wann gehen wir wieder ins Maschinen? Oh, ich glaube, das wird dauern. Ich glaube, Real Talk erst ganz knapp vor Ende, wenn wir unsere Toadette Moons einsammeln. Oder wenn wir im Luncheon Kingdom waren und mit dem Bild ins Mushroom Kingdom dann rüberdösen. Also wenn wir im Schlemmerland dann das Porträt nehmen. Ich kann mal gucken. Ja, ja. Das dauert jetzt sehr lange. Das dauert jetzt sehr lange. Und ich hoffe einfach so sehr, dass ich es jetzt einfach hinbekomme, das Küstenland gut zu spielen. Wollen wir mal kurz den Bums machen? Nein! Oh mein Gott, das hat noch funktioniert. Ich muss mich jetzt vor allem trotzdem noch voll konzentrieren. Ist das ein Trash-Stern. Vor allem also, wie gesagt, wenn der Volleyball direkt von Anfang an auf Max-Speed fliegen würde, wäre alles entspannt. Aber dass du dich erstmal durch eine Minute von diesem langsamen Crap boxen musst. Um dann zur schweren Stelle zu kommen, ist das, was diesen Mond so ehrenlos. Einfach nur schlecht macht. Dass es so lange dauert, bis du wieder eine neue Chance bekommst. Vor allem bei 15 gibt es einfach den Ersten. Bei 15 schon. So, da haben sie gesagt, okay, die Kids, die eh nicht 100% spielen, ne? Den gönnen wir schon dem Mond bei 15 und der zweite einfach bei 100. 50 wäre so angebracht. Ich habe einfach das Gefühl, die wollten 50 machen, aber haben irgendwie einfach den Counter aus dem City-Land eingebaut. Mit dem Seilspringen und einfach vergessen, die 100 auf eine 50 zu ändern. Ich wünsche dir viel Spaß, Jacqueline. Wer kommt denn zu Besuch? Vor allem nach der ganzen Zeit sind wir jetzt immer noch nur bei 30, ne? Es dauert so lange. Und jetzt muss ich mich dann langsam fokussieren. Jetzt ist dann nichts mehr hier mit Chat gucken und so. Weil trotz Zweispielermodus muss man sich immer noch kontrollieren. Aber die hat ja eine Riesen-Hitbox und ist super schnell. Das ist das Krasse. Wir sind immer noch nicht bei der maximalen Geschwindigkeit. Ich will das nicht fällen. Ich will das nicht nochmal machen. Nicht wegen dem Timeloss, sondern wegen meinen Nerven. Chat gucken ist jetzt auch nicht mehr. Trinken ist nicht mehr. Also Leben einfach vorbei. Man ist aber in der Volleyball-Challenge gefangen. Und selbst auf Max-Speed dauert es immer noch so lange auf 100 zu kommen. Und vor allem das Krasse ist hier, dass du den nicht mal glitchen kannst, ne? So in, äh, so das Seilspringen kannst du noch glitchen, ne? Mit diesem, mit diesem Buchstaben-Glitch. Aber für... Ich meine, klar, das ist so ein... Das ist kein Glitch, aber das ist ein guter Trick. Aber das ist quasi als Singleplayer einfach sich irgendwie diesen Mond entspannt zu machen. Das ist krass, dass das immer noch nicht möglich ist. Let's gooo, friends. Oh, was ein Mist, ey. Ich bin mir, Schalger, ich bin mir ziemlich sicher, das ist die nervigste Mission. Danke für die Claps, Jett. So, jetzt geht's los. Mal sehen, wie gut das Küstenland klappt. Mein Lieblings-Kingdom. Hust, hust. Und es kam, glaube ich, während dem Wolle mal noch ein Sub rein, lese ich sofort vor. Jetzt erst mal Olivenritter, danke für dein Prime Sub. Schön, dass du hier bist. Und von hat noch Marvin seinen 24. Monat da gelassen. Vielen, vielen Dank dafür. Aber hier muss ich den Gaschen nehmen, um da hochzukommen. Okay, warte mal. Dann porte ich mich jetzt, glaube ich, einfach hier hoch. Es gibt hier irgendein Backup. Wobei, ich glaube, letztes Mal habe ich den einfach verfolgt. Mit so einem, wie hieß der? Düsen-Oktopus? Oder wie wurde der genannt? Und wie kann das? Das, me, Kathi. Hallöchen. Danke dir, Kathi. Düsenkrake. Irgendwas mit Düse wusste ich noch. Wir machen jetzt auch die Timer-Challenge. Und da muss ich mir so ein Wummen. Wie einfach dieser Mond da oben vorbeischwebt. So, let's go. Und nun auch noch mit dem Tier-Two Sub. Ey, dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. So, ich muss kurz den Bird fangen. Damit ich den einfach nicht vergesse. Auch wenn das jetzt ein kurzer Umweg ist. Ich mag deine Videos auf YouTube. Dankeschön, Lea. Freut mich. Ja, okay. Das ist tatsächlich mit der Düsenkrake, ist der gut machbar. Hi, bin das erste Mal auf Twitch. Gib mir bitte die... Hab... Gib mir bitte direkt gefolgt. Bitte was? Ich glaube, da ist irgendein Rechtschreibfehler drin, Bro. Aber es freut mich, dass du hier bist. Hier die Moonpipe, ne? Ja. Ich folge dir direkt. Ah, ist die... Oh, nee! Okay. Äh. Okay. Pass auf, wen biete ich jetzt hier hin? Jetzt werfe ich Cappy hier runter. Nee. Nee, auch nicht. Moment. Ich hasse alles. Okay, aber da ist ein Herz. Alles gut. Stachis, die schlimmsten Gegner in ganz... Ihr habt's richtig gedacht, Freunde. Odyssey! Okay. Ey, freut mich, dass du das Odyssey-Video gesehen... Das Odyssey-Video gesehen hast. Okay. So, da... Hier war das Loch, ne? Genau. Okay, das läuft gar nicht so schlecht bisher. Smarky, ey! Ich schenke dir fünf Kinder. Fünf Kinder? Okay. Ja, nehm ich. Assalamualaikum. Fünf Kinder, bitte. Hä, 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 hä historia. Scheiße. Oh, man... Oh, man... Diese Reaction muss so schnell wie möglich auf XD kommen, damit alle den Insider verstehen. 1.000 Yen, das ist gut Preis. Nix gut Preis. Oh mein Gott, das war ein Trash-Gespräch. Oh, ey. Aber ich find's krass, dass sich Jojo solche Jokes traut, ne? Ey Tim, was geht? By the way, ich hab deine WhatsApp-Nachricht vorhin gesehen, kein Problem. Ich mach morgen großen Zweitkanal-Aufnahmetag. So, Underwater Highway Tunnel, warte mal, warte mal. Hier, hier ist's hier. Warte mal, hier, 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 hier. Ich meine mich daran zu erinnern, was hier abging. Das war... Moment, war das hier? Ne, das war weiter vorne. Also ich weiß genau, wie das auszusehen hat, diese Underwater Highway Tunnel. War das der hier? Ne, 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 ne. Da ist aber die Tür. Ne, da muss ich, glaub ich, noch weiter nach da vorne. Von sie! Drei Monate im Forst. Ey, so viele Menschen gönnen mir hier ihr Sub im Voraus. Ich fühle mich geehrt, man. Ich fühle mich geehrt. Ne, das ist doch nicht hier, Bruder. Ich kann nicht... Da unten, da unten. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ich kann mich hier nicht orientieren. So. Immerhin wusste ich, nach was ich suche. Wir haben hohes Vertrauen in Sie, Herr Hübenthal. Ja, jetzt fühle ich mich gepressured. Der Mond... Warte mal, das war irgendeiner, der hier einfach nur so rumgammelt. Der da, glaub ich. Bitte Küstenland einfach gut schaffen. Ey, aber dieser Trainingsrun war so Gold wert. Ich sag's euch, wenn ich ohne diesen Trainingsrun hier direkt so ein Event gemacht hätte... Das wär so... Das hätte so gekracht. Aber durch den Trainingsrun hab ich jetzt echt ne gute Geschwindigkeit drauf. So, at the base of the lighthouse, ja. Der hier, ja. Oh mein Gott, ey. Ich weiß das alles noch. Das ist so schön. Und jetzt da oben drauf, ne? Genau, weil das passt jetzt nämlich genau vom Cycle. Ja! Oh, es läuft! Es läuft, Freunde! Oh, ist das schön! Ist das vielleicht wirklich der Moment, wo ich mich mit dem Küstenland vertrage? Hm. Moly, ich weiß es nicht genau. Müsste ich nachgucken. Also ich hab immer ein paar im Voraus gemacht, aber kann gut sein, dass bei viereinhalb Jahre Feierabend ist. Ah, hier war der Tunnel. Hier war der Mond in diesem seitlichen Tunnel. Ja, ja. Wann kommt der Lego City Undercover Run? Na, ich hab jetzt erst mit dem Training für den Undercover Run angefangen. Ähm. Ich werd dann nächste Woche auf jeden Fall weiter runnen. Aber, also, zwei, drei Wochen wird's auf jeden Fall noch dauern, glaub ich. Und war der Koopa? Der war... Der war hier vorne, ne? Ich... Ja. Auch daran erinnere ich mich, weil er aufgrund der Sichtweite nicht geladen hat. Bis später, Niklas. Äh, Sparky, ich wollte mir diese wirklich erotische Anime-DVD angucken. Leider ist seitdem mein DVD-Player kaputt und das Disclaufwerk meiner Playstation. Schade. Warst du mal am Bodensee? Äh, vor einer Woche. War ich in Friedrichshafen. Aber wir waren noch mal mit der Schule tatsächlich am Bodensee. Wir sind jetzt sogar mit der Fähre dann irgendwie da in die Scheiß rübergedüst oder so. Keine Sorge, der kann mir meine X-Boot schicken. Xbox ist auch... Ich weiß, ich hab euch das schon mal gefragt. Also, was sind legite Gründe, sich eine Xbox zu holen? Jetzt mal so unabhängig von, wenn du allgemeine Konsole brauchst oder so, sondern... Also, was zeichnet die Xbox im aktuellen Gaming-Markt aus? Konfries, danke für deine fünf Monate Prime und Strohling auch mit dem ganz frischen Primer. Dankeschön. Gutes Gesamtpaket aus Leistung, Übersichtlichkeiten, Game Pass, ja. Bloß, dass es halt nicht exklusiv ist, Game Pass ist halt auch PC. Aber klar, also, nicht jeder, der zocken will, holt sich ein Gaming-PC. Das sehe ich schon, das sehe ich schon. Es ist halt wirklich dieses, wenn du mit Game, wenn du den Game Pass haben willst, wenn du Casual Gamer bist, der, der Bock auf den Game Pass hat. Ich glaube, ich glaube, dann lohnt es sich. Ansonsten hast du echt... Ja. Xbox will sein Spiel jetzt auch auf Playstation dringend? Bitte was? Was habe ich verpasst? So. Und jetzt muss ich mir die Hint-Art schnappen. Ah, nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mit 42 Lila Münzen brauche ich. Jetzt schauen wir mal. Bringen die mich auf 42? Hoffe. Oder habe ich sogar mehr? Ah, ich habe sogar mehr. Ich habe ein paar zu viel eingesammelt. So. Wo ist jetzt hier die Hinweiskunst schon wieder? Ach, Bruder. Sollen wir einfach auf die Hinweiskunst verzichten? Die ist halt irgendwo hier. Ja. Jawoll. Okay. Jetzt brauche ich einen Cheep-Cheep. Oder warte mal. Auf irgendeinem dieser Säulen war jetzt auch die Hint-Art, ne? Ich glaube, das war oben. Ich glaube, das war weiter oben. Silas, danke schon für den siebten. Hallöchen. Das war hier, ne? Ja, warte. Kann man die... Ich weiß es nicht, Koro, ob man die per Fisch aktivieren kann. Ähm. Also Hinweiskünste funktionieren schon sehr eigen. Aber vielleicht, ja, vielleicht hast du recht. Wahrscheinlich kann man die per Fisch aktivieren. Und wieder beim nächsten Mal. Tryin. Kann man... Okay, okay. Ich hatte irgendwie im Kopf Hinweiskünste. Kann man einfach immer nur ein paar Stampfattacke machen. Nein, das war dumm. Oder? Wollte ich nicht. Ey, sind wir grüßt dich. Ich bin grüßt dich. So, dann nehmen wir dich mit. Nehmen da oben dann, glaube ich, noch den Mond. Warum nicht Fischklipp? Der kommt später erst. Wie gesagt, die Route hier tickt anders. Also, ähm, du sammest... Man sammelt ja jetzt, sage ich mal, Monde nicht einfach so per Glitch ein, weil man es lustig findet, sondern meistens, weil man sich an irgendeiner Art und Weise eine Route zusammenbaut, die kurz ist. Und eine 880-Monde-Route ist halt... Naja, verläuft ganz anders durchs Kingdom, wo speziell für den Mond jetzt der Fischklipp wenig Sinn ergibt. Aber wir werden noch Fischklippen. Dark und Darker Side... Nein, haben wir noch nicht gemacht. Ich habe gerade zu Ostern einen richtig geilen Handheld-Retro-Games-Automat bekommen. Also, sind dann da so Nintendo-Games drauf oder... Ich weiß es nicht, PS Vita oder... Also, was für Retro-Games sind da Handheld dabei? Above the Parasol... Ach, stimmt, das war dieser random Mond, der einfach hier oben ist. Nein, ich habe deswegen keinen Mond verpasst. Da sind nur Münzen, soweit ich weiß. Ich habe es gerade in einem Short gesehen, dass er streamt. Was? Ich habe keinen Short gemacht. Bruder, was siehst du? Ich bin tot. Ich lebe. Ich bin tot. Am Short gemacht hast du streamst, keine Ursache. Ach, daher kommen die ganzen First-Time-Chatter. Danke, Döner. Doch, klar mit dem Ostersonntag. Nee, das war ein Community-Beitrag, Bro. Ich habe ein Bild gepostet, aber ich habe keinen Short gemacht. Also, Short ist Video. Ich gebe kleinen Creatern gerne was zu. Oh, Digga. Ah, nee, warte mal. Hier, zack. Da ein bisschen hier hin. Aua. Spawn-Trap. Es ist schön, dass Döner noch so Boden steht. ständig geblieben ist. Erfolg verändert. Erfolg verändert. Alle sagen das. Ich weiß auch nicht, wo Heik heute ist. Vor allem, Heik müsste eigentlich Zeit haben, soweit ich weiß. Also, ich weiß, dass er heute auf jeden Fall keine wichtigen Termine hat. Der gönnt, glaube ich, der gönnt, glaube ich, einfach den Viewer nicht. Den View. Bubble Lane North and Reaches. Nee, warte mal. Das ist der gar nicht. Moment mal. Oh, Bruder, jetzt geht's wieder los. Ah, nee, das muss der da vorne sein. Ah, ja, weil wir... Jetzt kommt der Fisch-Clip. Und jetzt wird's interessant. Jetzt muss ich nämlich im Fisch-Clip... ...müssen wir jetzt fünf Munde sammeln. Beziehungsweise vier. Und uns den Weg zum fünften bauen. Ich glaub, ich glaube, der Fisch-Clip klappt nicht. Oh, doch. Geil. Ich bin nicht reingeklippt. Oh, mein Gott. Ich war eigentlich viel zu weit oben. Wir haben jetzt mal Serious-Zinn. Wurde im Küstenland Out-of-Bounds-Clipen ist so satisfying. Warte mal. Da kann ich schon rein, ne? Da komm ich schon wieder raus. Hoffentlich. Mein allerliebstes 3D-Mario. Äh. Ich würd schon noch sagen, immer noch all is... All is see! Oh, Mann, ey. Meine Gehirnzellen. Da muss ich aufpassen. Ja, wird sich Out-of-Bounds-Klippen. Gönn doch jetzt! Ah, da Felix, was geht? Dankeschön für deinen Prime-Sub! Vielen, vielen Dank. So, Freunde. Und jetzt kommen wir nämlich hier rein, wo wir eigentlich unsere Käppi abgeben müssen, um hier reinzukommen. Dadurch wird das hier nochmal deutlich schwerer. Aber als Cheep-Cheep hat man hier leichtes Spiel. Also man sollte hier nicht als Cheep-Cheep sein. Und Franzi, danke nochmal für die 100-Bits-Bahn. Und für Luxus auch im dritten Monat Prime. Ey, wir müssten echt mal sehen, wie viele Prime-Subs heute reinkommen. Das ist echt krass. Ich hab den Mond nicht eingesammelt. Hallo, ich will da wieder, aber es geht. Hol mir noch nach. Hol mir noch nach. Wir essen jetzt wieder. Ich habe heute quasi nichts gegessen. Ich werde heute auch den ganzen Tag nichts essen. Ruhe, Ostern. Aber wenn ich früh mit dem Run fertig werde, kann ich heute noch bestellen. Mist. 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 Äh, Döner frikst du jetzt Alina einfach nach Nudes hier im Chat, oder was? Ist das nicht unangenehm so in der Öffentlichkeit? Bro, nicht jede Frau ist Padme, ne? Und der ist Teil deiner Community Ist halt ein Viewer mehr auf dem Counter Aber jede Frau kann Padme werden, das ist true Padme-Cosplay ist gar nicht so schwer Du musst halt einfach nur ultra heiß aussehen Die paar es in den Klamotten anziehen Und bewusstlos sein, was? Oh Mann, alle, die diesen Joke nicht kennen, ne? Die denken sich auch, wir sind einfach Ultra-Creeps Ey, aber der Kratzer in Episode 2 hat Padme schon ziemlich hot gemacht Das ist auf eine Art und Weise creepy, aber das war von den Machern bewusst so inszeniert Da können wir nichts dafür Auch die, die den Joke kennen, denken das, Bro Hi, Diablo, for Gary, was geht? Schön, dass du da bist C3PO C3PO Nude ist schon frikin hot Ah, da waren sie nochmal mit 100 Bits Danke, Mann So, ich glaube, jetzt habe ich alles So, Freunde Seaside 2 erstmal durch Das ist sehr angenehm, sehr schön Warp to Odyssey Ey, wir sind einfach schon fast vier Stunden im Run Wo ist die Zeit? Anna, Entschuldigung Ich habe deine 20 Monate nicht vorgelesen I'm so sorry, Anna Vielen Dank, dass mir das bei dir durchrutscht Ich schäme mich Warum haben heute Nacht alle so wenig geschlafen? Voll viele haben am Anfang des Streams geschrieben Boah, heute voll wenig Schlaf Ich hatte auch voll wenig Schlaf Nein, nicht Zeit Bro und Scheißdreck Zeitumstellung Diese eine Stunde Ob man jetzt sechs oder sieben Stunden schläft Macht keinen Unterschied Aber voll viele haben einfach nur so vier oder drei Stunden gepennt Ich habe viereinhalb gepennt Ich habe es nicht gewusst, wenn ich die Zeitgeist Ich habe es nicht gewusst, wenn ich nur so verlehes Ich habe es nicht gewusst, wenn ich nur so verlehes Warte mal, ich glaube, ich habe es tot zu früh gemacht. Egal, nicht schlimm. Ja, Lea, alles. Das Leben ist vorbei wegen Zeitumstellung. Imagine einfach Zeitumstellung. Ich habe meine Steuern nicht gezahlt wegen Zeitumstellung. Meine Freundin hat Schluss gemacht wegen Zeitumstellung. Ich glaube, hier in dem Kingdom sammeln wir auch alle Lila Münzen ein. Ich bin arbeitslos wegen Zeitumstellung. Naja, wenn du ein Arzt bist und eine Stunde zu spät zur OP erscheinst und der Patient deswegen stirbt, kannst du wirklich arbeitslos deswegen werden. Das sollten sich die alten weißen Männer, die die Zeitumstellung erfunden haben, sollten die mal drüber nachdenken. Ey, Dragon, weißt du, Odyssey kann niemand widerstehen. Aber das freut mich auch. Ach, Miravelle. Das mache ich doch gerne. Oh, das war dumm. Vielleicht kann ich direkt losrollen. Jawollo! Jetzt habe ich gar nicht diesen Bounce gehabt. Oder diese Paralyse wegen Freeze. Vielen Dank für die 21 Monate. Ich habe auch mal auf Insta gesehen von Leuten, die sagen, stellt einfach die Uhr nicht um, boykottiert die Zeitumstellung. So wie leben die, wie? Aber Wear ist auch wirklich ein perfekter Emote dafür. Muss man es auch einmal fairerweise zugeben. Wear, finde ich, erweitert den Chat massiv. Gutes Add-on. Äh, nee. Ich habe zwei Mohnen in der Sub-Area. Ich habe zwei Mohnen in der Abente des Abentebes. Ich habe zwei Mohnen in der Abentebesch. Ich habe zwei Mohnen in der Abentebesch. Wir haben vorhin schon drüber geredet, Döner. Zeit existiert nicht. Alle, die an Zeit glauben, sind Schlaf-Schafe. So, warte mal. Dann muss ich jetzt gleich den Mond hier vorne holen. Ich glaube, den kann man sogar holen und wieder lebend zurückkommen. Wir testen mal. Ich meine, notfalls portet man sich einfach wieder hoch. Timeloss ist gering, aber es funktioniert. Jawoll. Wir haben wieder creepy. Ah, der Wurfs. König. Ich danke dir für deinen 13. Monat, Mann. Der Chat war schon mal lustiger. Nö. Ja, Otto Besch. Das, was Dominik geschrieben hat. Das labert er selbst an, sind wir lustig. Ah, er lacht mir lustig. Ich stelle mir wirklich richtig so Affen vor. Wir lustig. Okay, das hat gut funktioniert. Ich liebe einfach die Vielfalt unserer Emotes, weil die einfach genau solche Nachrichten einfach zulässt. Jetzt ist es... Oh, ich bin gerade... Chat, ihr macht mich gerade sehr glücklich. Hatte ich wieder voll vergessen, dass wir den haben. Das ist so ein guter Emote, Mann. Oh, Mann, ey. Aber das ist echt krass. Also, ich habe auch echt so einen primitiven Humor. Also, Better Twitch-TV-Emotes sind mein Humor. Wirklich. Ich lache so häufig, auch wenn ich andere Streams gucke, wenn der Chat einfach immer zur passenden Situation den passenden Emote hat. Oh, Mann, ey. Das war nicht so gut. Ach nee, Digga. Äh, Desi, das dauert noch ein bisschen. Der Song ist gerade in der Finalisierungsphase. Es fehlen noch so Kleinigkeiten, die angepasst werden müssen. Und dann kommt natürlich noch das ganze Thema Musikvideo. Und das wird dann auch noch ein bisschen dauern. Also es dauert schon noch ein bisschen, bis der kommt. Nee, also Speedrunning mache ich vor allem einfach, damit man geile Stream-Events hat. Also gerade diese langen Runs bringe ich mir einfach gerne bei. Äh, weil ich es cool finde, dass man einfach so Tagesevents machen kann. An denen man dann eben irgendwie so ein Ziel hat. So, wenn du so einen langen Run hast, dann finde ich, macht es einfach richtig Bock, diesen Stream zu verfolgen. Weil du weißt, du den ganzen Tag lang wird einfach nur quasi dieses Game gezockt. Warte mal. Purpose on the head opposite the sub-area just exited. Ah, der da. Die habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch vercheckt. Und warte mal, wir machen gleich den Bird. Wir fliegen gleich den Bird hinterher. Wie ein crazy Stalker. Hey! Vor allem der Goomba mit diesem Bart. Einfach richtiger Frauenheld. Oh, ich kann doch. Hey, lieber Vogel. Nach dem District Contest könntest du doch einen Pro-Hübi-Contest machen. Da wird keiner mitmachen. Als ob irgendjemand Bock hat, einen Track zu schreiben, in dem ich gut wegkomme. Ach, verdammt. Oh, ich bin so dumm. Ich brauche den. Äh, Moment. Okay, dann nehmen wir den auch gleich mit, wenn wir schon hier sind. Hübi, lass dich unterkriegen. Hör auf die Hater. Oh, man, wo ist denn diese Scheibe da? Oh, man, wo ist denn diese Scheibe da? Mein Opa ist zum ersten Mal seit 20 Jahren aus seinem Rollstuhl aufgestanden, um deinen Stream auszumachen. Danke dafür. Oh, man, mit wem muss ich reden? Talk to the on top of a head on the way to the hinterher. Einfach der im Knochen, der dich nicht reinlässt. Ja, so einen Chat habe ich. Alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Break the stack of three boxes. Ah, ja, das war, das war der. So. Dieser Witz war geklaut. Alter Döner, wie cringe. Dass du nicht den Humor neu erfunden hast. Hä, schämst du dich nicht? Wie kannst du es wagen, Witze zu machen? Wie schon mal jemand anders gemacht hat. Cool, Rabis. Das war so ein bisschen offensichtlich. Ah, was machen wir es hier, ne? Aber der ist hier, ne? Hi, Lili, was geht? Taking Notes? Ah, warte mal. Was ist der da vorne? Ah, ja. Yo, Silent Scale im 13. Was geht? Wenn ich Kartoffeln esse, denke ich an deutsche Kartoffeln. Okay. Plausibel. Ah, shit. Ich glaube, ich habe nicht genug Höhe. Oder klappt das vielleicht trotzdem? Klappt trotzdem sehr gut. Einfach cringe. Hast du keine neue Sprache? Findest lächelndes Gesicht? Hey, Leo von den Guten, das ist eine sehr liebe Einladung. Bloß ich weiß nicht, ob Floorball für mich die richtige Sportart ist. Ich bin nicht so der Fußball-Dude. Aber vielen, vielen Dank und ich bin mir sicher, dass wir es trotzdem schaffen, uns irgendwann zu treffen, Meister. Aber ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Ich brauche im Leben Veränderung. Ich ändere meine Chat-Farbe auf Twitch. Äh, guter Tag heute. Guter Chat-Tag heute. Ich sag's, wie es ist. Ich sterbe. Nicht, ich habe euch verarscht. Guter Chat-Farbe auf Twitch. Ja, Rocket League ist mein Lieblings-Videospiel. Ich kann bei so gut wie jedem Spiel den Hype komplett nachvollziehen. Auch wenn ich sie nicht spiele. Egal, auch ein Counter-Strike und ein Valorant und PUBG. Wie sie nicht alle heißen. Aber Rocket League. Rocket League ist für mich ein Spiel, ich empfinde null, null Spaß an diesem Game. So, Autos und Fußball. Das sind wirklich zwei Dinge, die ich... Die ziemlich interessentechnisch an mir vorbeiziehen. Ja, Clay ist so. Deswegen spiele ich auch Fortnite, weil ich kann mit dem Realismus von PUBG nichts anfangen. Wenn ich PUBG spiele, kann ich nicht schlafen, weil ich Albträume bekomme. Du, ich muss sowas nicht hinterschwellig machen, Julian. Also ich meine, es ist doch unterschwellig und nicht hinterschwellig. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. So was macht man nicht überschwellig, das kann man direkt sagen. Na, ich glaube Hutland müsste durch sein. Ja, nur ein Mond fehlt und das ist die Hinweiskunst. Ah, und jetzt komme ich auf die finstere Seite. Lohnt sich Legend of Korra? Ja, haben wir letztens drüber geredet. Du darfst nicht mit der Erwartung reingehen, dass es wie Avatar ist. Es ist definitiv ein anderes Erlebnis. Also du darfst nicht das Feeling von Avatar, Herr der Elemente erwarten. Aber an sich als Serie ist Korra richtig gut. Das war so der Konsens, auf den wir uns geeinigt haben, als wir letztes Mal länger drüber gesprochen haben. Lieblings Handballteam? Also aktuell tatsächlich habe ich kein Favorite-Team, weil ich einfach nur Handball als Sport feiere. Es war aber früher Flensburg. Also quasi der letzte Stand, was Lieblings Handballteam angeht, ist Flensburg. Aber ich habe jetzt schon länger die Bundesliga nicht mehr verfolgt. Ich schaue immer nur sporadisch, einfach wenn irgendwelche guten Spiele sind, aber egal welche Teams. Ich müsste mich mal wieder ein bisschen mehr damit beschäftigen. Aber mein Dad, mein Dad hat mir sein Dine-Account gegeben. Alle, die jetzt Handball nicht kennen, fragen sich, was soll ist Dine? Dine ist mittlerweile ein eigener Streaming-Dienst, äh, extra für Handball. Das ist noch mehr Streaming-Dienste, geil. Wir alle freuen uns. Aber der ist immer, der ist krass. Also der ist, der ist deutlich besser als Fußball. Bei meinem Fußball ist es ja so, dass, glaube ich, mittlerweile, bei Fußball ist es, glaube ich, so, dass du mittlerweile fünf Streaming-Anbieter brauchst, um alles zu sehen. Und Dine ist quasi der Handball-Anbieter und da läuft alles. Also jede Liga, äh, jede, also alles. Du holst dir ein Abo und siehst alle Handball-Spiele, die irgendwie im Profibereich stattfinden. Und das finde ich schon krass. Also das ist tatsächlich, wenn man Handball-Fan ist, lohnt sich das extrem. Der Zone kostet 40 Euro im Monat, ja. Und dann hast du so ein Viertel aller Spiele oder so. Ja, der Preis ist sportlich zu sehen. Wie bei der Zone. Aber das war jetzt nur ein kleiner Seitenhieb. Als hätten wir der Zone mit einem Buch geschlagen. Oh Mann, ey. Aber, um das klarzustellen, bevor Kohlrabi kommt. Kohlrabi, ich hab dich lieb, ne? Den Vergleich hab nicht ich erfunden. Den hab ich zitiert. Dein hat doch Basketball. Boah, krass. Du hast Basketball und Handball in einer App? Das ist krass. Das ist legit richtig gut. Das sind genau die beiden Sportarten, die ich fühle. Also zum Zuschauen. Tomko, es kann nicht genügend Handball-Fans geben. Ja, aber ich freu mich, also... Aber trotz der ganzen Fußball-Fans, ich freu mich so auf den Sommer. Mit Olympia und EM. Ne, quasi direkt hintereinander. Hab ich schon mies Bock drauf. Einfach immer beim Arbeiten auf dem dritten Bildschirm einfach immer Fußball- oder Olympia-Stream offen haben. Auch dann einfach sowas wie, ich weiß es nicht, Mazedonien gegen, äh, Ungarn oder so. Auch wenn's mich gar nicht juckt. Aber einfach, weil's EM ist, ist es cool. Boah, was krass wär. So ein, so ein internes Community-Tippspiel. Oh mein Gott. Ein Community-Tippspiel bei der, bei der EM. Wie krass wär das. Wir würden im Livestream über jedes EM-Spiel reden und ausrasten, weil man entweder richtig oder falsch gelegen ist. Gibt's ein Tippspiel, was für so viele, äh, was für so viele Teilnehmer ausgelegt ist? Ups. Ups. Aber natürlich nicht mit Geld, ne? Nicht mit Geld, sondern halt, äh, einfach nur random Punkte. Einfach eine interne Community-Tabelle. Also jetzt keine Geldwetten, um Gottes Willen. Mit Kanalpunkten, ja, aber das ist... Ach so, aber stimmt mein... Obwohl, ne, es geht ja beim Tippspiel auch darum, die richtigen Ergebnisse zu tippen. Nur auf den Gewinn... Mit, äh, mit Kanalpunkten kannst du ja quasi nur auf... Siegunentschieden Niederlage setzen. Aber nicht das Ergebnis tippen, ne? Aber während dem Stream immer Vorhersagen laufen lassen. Ja, wäre auch geil. Kicktipp ist so eine App, die das kann. Und die kann dann auch so potenziell, keine Ahnung, tausend Teilnehmer oder so. Kicktipp ist nicht free, würde Kicker empfehlen. Ja, da können wir nochmal gucken. Aber das wäre schon witzig. Das wäre schon... Also das würde ich schon verdammt cool finden. Gerade weil ein Spiel ist ja meistens immer abends 20.30 Uhr. Das heißt, die haben auch immer Spiele während dem Streamen, auf die man dann tippen kann und dann, äh... Das wäre schon verdammt funny. Das wäre schon so für mich. Ich wollte eigentlich oben drauf bleiben. Hat nicht so gut funktioniert. Mach einfach 3-1-Sieg mit Tor in Minute 67 und anderes Ergebnis als Tipp-Möglichkeit. Ich meine, notfalls, wenn mir zum Beispiel hier kommt, dass bei Kick-Tipp nur 300 Mitglieder möglich sind. Ich meine, ich kann mir vorstellen, es gibt auch irgendeine Free-Webseite. Oder man macht einfach mehrere Ligen. Naja, also einfach eine Hübi-Liga 1 und eine Hübi-Liga 2. Die Punkte kann man ja dann trotzdem immer noch vergleichen und dann am Ende so eine Gesamttabelle erstellen. Es geht nur darum, dass dann quasi beide, beide dasselbe Regelset haben. Das wäre dann das Wichtigste. Hä, was ist das für eine Ankündigung? Was ist denn dieses Hübi hat manuell Werbung geschaltet? Hä? Was ist das für eine Random-Nachricht? Das ist einfach eine Lüge. Ich habe keine Werbung geschaltet. Was ist das für eine Crap-Nachricht? Junge, welcher Stream-Elements-Mod, der da Zugriff darauf hat, macht jetzt hier gerade Fitna? Ich habe keine Werbung geschaltet. Ich sehe das jetzt gerade zum ersten Mal. Hater-Discord hat geleakt. Ich kann Werbung nur manuell schalten, wenn ich sie hier auf meinem Stream-Deck-Knopf drücke. Und da habe ich heute ein einziges Mal draufgedrückt. Und das war nicht jetzt. Mal, wo muss ich denn jetzt hin am besten? Hier, ne? Ups. Ja, Lea, das ist irgendeiner... Das war... Mods, sag mal, das ist nicht schlimm. Also, ihr kriegt jetzt kein Ergo oder so. Aber ich will wissen, wo die Nachricht herkommt. Wer war das? Ja, gut, danke schön. Mann! Immer am selben. Was ist denn jetzt los? Was? Ich will immer möglichst spät auf diesen Blöcken den Weitsprung setzen. Aber man denkt immer, man fällt runter. Aber man tut es gar nicht. Äh, Domi, ich kann... Jetzt habe ich in den Chat geguckt. Ich kann grad nicht in... Äh, ich... Ich kann grad nicht auf den Link klicken. Was... Was ist das? Füßte-Shooter wie Battlefield oder CD? Ja. Also, COD habe ich früher tatsächlich sehr aktiv gespielt. Battlefield auch. Aber COD finde ich ein bisschen cooler. Och, Digga, was mache ich denn jetzt? Ich will... Also, ich drücke jetzt einfach, wenn ich auf diesen Blöcken lande. Ich habe irgendwie grad diesen... Diesen Denkfehler drin, dass ich an der Kante dieser Blöcke drücken müsste. Und dann ist es immer zu spät. Einfach nach dem Landen direkt wieder drücken. Mario schafft die Distanz schon. Einfach... Einfach trusten. Da ist die Message einstellbar, welche kommt, wenn eine Werbung geschaltet wird. Ich will aber gar keine Message. Vor allem stimmt es auch einfach nicht, dass ich die manuell geschaltet habe. Also, es ist auch einfach eine... Jetzt habe ich es verstanden. Ja, aber, Döner, ich finde... Also, Battlefield spielt man jetzt auch nicht rundenweise. Sondern, also... Bei Battlefield join ich einfach auf einen Server und versuche, eine geile Zeit zu haben. Also, Battlefield spielt... Bruder, jetzt. Na, Twitch schaltet Werbung. Du hast es schon... Twitch schaltet schon irgendein Werbeprogramm, Aster. Irgendwas ist da. Du kannst es nicht komplett deaktivieren. So, jetzt, please. Ja, es ist so einfach. Ich habe mich so hohlang gestellt. Nee, Digga. Oh, mein Gott. Ich dachte, der Kugel-Reilly wäre nicht gespawnt. Ja, sehe ich auch so. Also, Domi, wenn du da Zugriff drauf hast, dann kannst du das deaktivieren, diese Nachricht. Vor allem, die ist das Gefühl doch erst seit heute da. Also, die muss ja irgendjemand aktiviert haben. Ah, aber jetzt geht das los, dass wir hier alle Hint-Arts... Okay. Jetzt muss ich kurz sehr fokussiert spielen. Okay. Jetzt muss ich mich sehr konzentrieren. Wir brauchen zehn verschiedene Hint-Arts. Okay. So. Du bist die Eins. Zwei. So. Und dann erst mal hier rein. Okay. Ups. Ich glaube, da brauche ich wieder zwei Traces. Ich habe das einmal probiert in einem Durchlauf, aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Oh, Bruder, jetzt habe ich ultra viel Zeit verloren. Damn. Jess, danke schön für den T-One-Sub. Schön, dass du hier bist. Oder soll ich Janine sagen? Wahrscheinlich eher Janine, ne? Ja. Oh, Bruder. Oh, verdammte Axt. COD ist echt schlecht geworden. Also, ich bin aber auch lange raus. Also, meine meisten Spielstunden hatte ich in Modern Warfare 3. Also, dem alten Modern Warfare 3. Modern Warfare 2. Also, ich rede auch vom alten. Ich finde das so dumm, dass sie das gleich benannt haben. Und es verkauft sich halt besser, weil der Name Modern Warfare halt bekannt ist. Aber, um über COD zu reden, ist das so dumm, dass sie die gleichen Namen haben. Ich habe sehr viel MV2, MV3 gespielt. Ich habe ein bisschen Black Ops gespielt. Aber Black Ops fand ich nie so geil wie Modern Warfare. Ich habe vor allem Modern Warfare 2 und 3, habe ich gesagt. Und Modern Warfare 3 am meisten. Also, Modern Warfare 3 habe ich wirklich gesuchtet. Da war ich auch, würde ich sagen, okay drin. Ich glaube, ich werde nie der beste Shooter-Spieler sein. Aber ich war wirklich solide. Und Ali, danke schön für dein frisches Prime. Grüß dich. Ja, Black Ops 1 war schon geil. Aber das Ding ist, es gab halt immer Black Ops und Modern Warfare. Und Modern Warfare hatte ein von Grund auf anderes Movement als Black Ops. Und ich war immer Modern Warfare-Spieler. So. Geh, geh. Drei. Dankeschön, Mario. Das ist sehr lieb. Und ich muss mich jetzt nicht mehr konzentrieren. So, vier. Behind the right pile of fruit facing the tower. Hier wahrscheinlich, ne? Hoffe ich. Fünf. Okay. Ich glaube, bisher... Verstehe ich noch alles. Kennst du Tatschi? Sagt mir aktuell nichts, nein? No! Oh, Digga. Ich glaube, jetzt habe ich verkackt, ne? Ich glaube, jetzt sterbe ich. Ich meine, ich hätte zurückgehen können, um es nochmal zu probieren. Aber jetzt schauen wir mal. Wow! Ohohohoi! Closed call, man. Das war last frame. Das war ultraknapp, ja. So, weiter geht's. Hint art to the left, on the same wall as four. Hier? Das Ding wahrscheinlich? Around the nearby fruit pile, facing outwards. Das bist du. Enter the moon pipe ahead. Das bist dann wahrscheinlich... Du. Jedes Mal Nostalgie bei dem Mondschingel. Och Gott, das ist... Oh, Digga. Stopp, warte mal. Waren wir... Hier gab es irgendwelche Trollfrüchte. Moment mal. Waren die hier am Anfang? Ne, die waren, glaube ich, hinten. Irgendwo gab es so Trollfrüchte. Daran erinnere ich mich noch. Ich glaube, ich habe es im heutigen Odyssey-Video auch gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder wann anders. Oder nee, was? In irgendeiner Aufnahme, die ich gestern oder vorgestern gemacht habe, habe ich auch so ein bisschen über Odyssey geredet. Also, Odyssey! Und habe gesagt, du kannst bei Odyssey mittlerweile legit Nostalgie bekommen. Das Ding ist, fast sieben Jahre alt. Und ich finde, nach sieben Jahren ist Nostalgie gerechtfertigt. Bro, vor sieben Jahren waren wir ganz andere Menschen. Ach Gott, da gibt es ja die. Die sind auch so ein Mist. Dieses Obst hier unter der Brücke. Oder dieser eine Apfel. Aber pass auf, den Versuch als letztes mitzunehmen. Ach Gott, davon ist ja auch nicht. Leon, danke schön für deine neuen Monate. Grüß dich, Mann! Grüß dich, Mann! Äh, ich gucke aktuell gar kein Handball. Ich würde gern wieder mehr Handball gucken, Tumbo. Aktuell nehme ich mir nicht die Zeit zum Handball gucken. Obwohl ich mittlerweile echt meine Arbeit so weit organisiert habe, dass ich eigentlich schon wieder ein bisschen Handball gucken könnte. Und das möchte ich jetzt auch demnächst dann wieder ein bisschen mehr tun. Was ist das für ein Kleber beim Handball? Harz ist das. Also es heißt Harz, Handball Harz. Bruder, wie? Wie konnte ich das nicht treffen? Och ja! Oh, Bruder, mach ich jetzt echt den Schub? Bitte nicht. Impi, machst du den Schuh? Ah nein, du bist back. Okay. Weil immer, wenn eine Person viele Namen von anderen Chattern reinschreibt, ist das entweder ein Tschüss sagen oder ein Hallo sagen. Nervt das Gekleben nicht übelst? Nein, das ist arschgeil. Kein Handballer würde ohne Harz spielen wollen, sobald er einmal mit Harz gespielt hat. Ja, warte mal. Oh mein Gott. Den hier hätte ich fast vergessen. Mit dem hier habe ich noch nicht interagiert. So, ich glaube, jetzt habe ich alle Hinweiskünste. Jetzt müsste ich alle haben. Den hätte ich jetzt nämlich fast doppelt genommen. Ja, das ist so ein Mist, Dino, in diesem Spiel. Holy shit. Also ich gebe ihm ja, dass er in 2D-Games wirklich praktisch ist. Aber, aber in Odyssey, nicht. In Dragon Screen Tier 3, neunter Monat. Bruder. Der Support ist real. Dankeschön, Mann. Hast du dir mal Zelda-Pokémon-Crossover von Bilzuart auf YouTube angesehen? Nein. Aber ich habe mal so einen Test gemacht, welches Pokémon ich wäre. Und bei mir kam raus, ich bin Brutalander. Du, wie kann ich mit Yoshi Lava-Schaden bekommen? Aber Yoshi lebt... Ja, ich bin proud of dich. Oh, jetzt gehen wir auf Moon. Och, nee. Willst du in Zukunft heiraten? Ja, denk schon. Denk schon. Willst du mich heiraten? Wenn du noch ein paar Mal Tier 3s hast? Ja. Lieblingshandballspieler. Matthias Andersson. Aber Contra K hat gesagt, selbst aus der hässlichsten Raube wird mal ein Schmetterling. Also mache ich mir da nichts drauf. Contra K sagt auch, dass, keine Ahnung, aus den Menschen im Rollstuhl wird auch der nächste Usain Bolt. Contra K sagt einfach alles. Jeder Mensch kann immer alles machen. Vorausgesetzt, ich stehe mal in dem Kalender. Oder in einem Glückskeks. Und wer mehr von Hübi zum Thema Heirat wissen will, muss sich den Podcast einer von den guten Folge 17 anhören. Conan, du bist einfach der werdende Boss. Was ist das? Das war's für heute. Wow. So, nehm ich mir den Wriggler. Ja, komm, geh mal nochmal sicher. Eines Tages wird Kontra-K sich zu Pro-K umbenennen. Einfach um positiver zu werden. Nein, jetzt bin ich mal abgenüttelt, weil ich auf Pro-K geguckt habe. Schäm dich, Chatter. Schäm dich. Als ob man wieder am Anfang rauskommt. Hä, Digga, was soll das denn? Das ist auch Schmutz. Ach, Digga. Dann wird er spielsüchtig und nennt sich Poker. Oh, der ist strong. Sehr strong. Tschau, Lukio. Hoffentlich bis später. Wenn dann der Run nicht schon vorbei ist, weil ich einfach so gut trage. Was hat der eigentlich geguckt? Hab ich Po gehört? Nowitzki, weh. Ich find das einfach so geil, wie Nowitzki jetzt einfach unser neuer Gay-Mode geworden ist. Sobald's irgendwie um Hintern und Posex geht, ist Nowitzki am Start. Also, wirklich Tamai. Chat heute ist bisher absolut Peak. Wirklich. Ich weiß nicht, Shining, ob das was mit Mittag zu tun hat. Apropos Mittag. Ich hab Hunger. Die Uhr ist eigentlich... Viertel nach drei schon. Ach, Digga, ich kann's alles nicht mehr. Also, ich weiß nicht mehr, ob es nicht mehr, ob es nicht mehr, ob es nicht mehr geht. Das war's für heute. Nein! Er hat einen Input gefressen. Nee, das schaffe ich nicht da hoch. Also, maybe, so mit einem Trickjump könnte man es, glaube ich, eventuell schaffen. Aber, ey, ich geh jetzt lieber mal auf einmal sicher. Wali, ich brauch nicht alle Lila-Münzen. Wihuuu! 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 Hallo, ihr Skrotar! Ähm, Jo? Ach, nee, Digga. Ach, nee, Digga. Da könnte ein Mond drin gewesen sein. Ich werde dich verschweißen. Und zwar genüsslich. Wir können jetzt. So, bist du hier der Mond? Ich weiß es gar nicht. Oder ist das der Mond? Nee, da unten, das ist der Mond. Schade. Schade. So. Ja, das Sucker 3000. Alter Leon, du bist ein König. Es ist gut, dass du mir das nochmal in den Kopf gerufen hast. Dass ich ihn nicht machen muss. Skrota ist der Plural von Skrotum. So. Jetzt bin ich immer noch der dumme Screamer. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das klingt irgendwie wie ein Körperteil. Ich muss das freigeben, das reicht als Kontext. Ich weiß es nicht. Und ich finde immer noch den 8-Bit-Mond-Sound ultra geil. Hi Felix, grüß dich. So, Dog, mitkommen. Zwangsarbeit, jetzt. Oh, Digga, jetzt buddelt dieser Köter da. Katzen sind 10 Mal besser als du. Luca, wir kommen nach Berlin, Hamburg, Köln, München mit der Live-Podcast-Tour. Hier, ne? Hier war das. Ja. Mit einem Satz noch sympathischer gemacht. By the way, Katzen. Ich muss es dann nachher mal eine kurze Pause machen. Die kriegen jetzt nämlich Pop-Butter dann zum Mittag. Och, ne. Och, jetzt geht das wieder los. Och. Die Challenge, das habe ich wieder komplett ausgeblendet. Oh, Bruder, ich wollte nicht hüpfen. Bro, ich habe gar nicht aufgepasst. Kein Schimmer. Kein Schimmer. Ey, gar nicht bad. Gar nicht bad. 83 nur? Egal, reicht für den ersten Durchgang. Nein, ich mag Docs schon, Winter Soldier, aber ich würde Katzen immer bevorzugen. Bruder, jetzt läuft mir dieser Köter hinterher. Oh, Bruder, ich bin viel zu eng. Ja. Digga, das waren 80. Das waren 80. Das ergibt einfach so gar keinen Sinn. Ich habe jetzt aber schon wieder die linke Seite nicht angeguckt. Ich weiß schon wieder nicht, wie man auf der linken Seite laufen muss. I don't know. Okay, eng am Krater vorbei. Enger am Krater vorbei. Enger am Krater vorbei. Sonst, da gibt es einfach keinen, keinen Anhaltspunkt. Nur eng am Krater vorbei. So, hier, ne? Könnte? Könnte? Ey, let's go! Ja, ist drauf. Time out Evoltrapius. Aus Prinzip. Ihr wollt Evoltrapius, ich habe dich sehr lieb. Aber es gibt, es gibt, es gibt Nachrichten, die gehen zu weit. Hä? Bruder, hier ist doch. Hä, Digga? Hä? Ah! Okay, ich muss auch bald auf die Toilette. Da kann ich dann Katzenfütter und aufs Klo gehen, direkt hintereinander machen. Es gibt 880 einzigartige Monde und du kannst einfach durch viel Geld, viel Münzen ausgeben, auf 999 aufstocken. Aber der Unterschied zwischen einem 880 Monde Run und einem 999 Monde Run ist, dass du einfach nur eine extrem lange Grindphase hast, in der du ca. 11.000 Münzen grindest. Was zum Zuschauen einfach insane langweilig ist. Ah, nee, ich muss das Doktor-Outfit anziehen. Doktor Hübi gefällt das. Ja, mit Ligis Ballonjag konnte man wirklich sehr effektiv grinden. Das stimmt, das stimmt. Wo war denn der? Ich glaube, hier vorne, ne? Ja. Ja, Mario kann jetzt cool Tricks. Kannst du ein Tutorial machen, wie man chattet? Äh, Juno, man schreibt nicht zweimal die gleiche Nachricht hintereinander, wie du es getan hast. Das stimmt, das stimmt. Ja. Werde ich in Zukunft weiterverfolgen? Was wirst du weiterverfolgen, Alfa-Affe? By the way, brutaler Name. Dich in deine Wohnung. Verfolg dich in dunkle Gassen. Bist du Pole? Nein. Der Stream wird auf dem VOD-Kanal landen, Simon, ja. Es gibt immer die First-Time-Chaddas, Impi, die kommen immer in Wellen. Wie die Wechseljahre. Haha! Wie die Wechseljahre. Das ist voll unlogisch. Wenn Mario diese Freudensprünge macht, dann hat er keine Low-Gravity. Schlecht. Schlechtes Spiel einfach. Da springt er mit Absicht niedrig. Das geht nicht. Das geht nicht. Oder? Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Warum benutzt Mario eigentlich nicht eine AK-47? Ist der dumm? Echt, sowas für ein Loser. Weil mit Ain't No Way dahinter kommt sowas einfach immer böse. Ey Biermaus, danke schön für dein Tier 1 im achten Monat. Schön, dass du hier bist. Ist das eine Mod? Nein, das ist Super Mario Odyssey. Oh, Seaside 3, Junge. Da sind wir wieder. Back im Küstenland. Dieser Misthaufen. Oh, danke schön für die Split-Erinnerung. Ah, da vorne sind wir mit 100 Bits. Bruder. Ich danke dir. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund hin? Hier. Warte mal, ich probiere jetzt mal was. So. Warum buddelst du da? Auf zu buddeln. Komm jetzt mit. Warte mal, ich probiere jetzt mal was. Warte mal, ich probiere jetzt mal was. Und, äh. Freunde, wir müssen jetzt ein bisschen grinden. Und zwar müssen wir jetzt auf 2600 grinden, glaube ich. Passt auf. Wird jetzt spaßig. Das ist, glaube ich, der Moment, wo man eine kurze Klopause machen kann. Auf 2600 müssen wir hochgrinden. Kleines Danke für diesen tollen Sprint. Alter, gerne, gerne. J-Train mit 5 Euro. Kuss. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, Freunde. Ihr könnt kurz aufs Klo gehen. Ich gehe auch kurz aufs Klo. Und fütter die Katzen. Und währenddessen drücke ich Y. Äh. Warte mal, kann ich euch irgendeine lustige Musik anmachen? Ich gehe auch kurz aufs Klo. So, jetzt. Digga. Oder? Ich muss jetzt erstmal hier mein Spotify finden. Hier ist es. Moment. 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 Ich bin sofort wieder da. Tanz lieber so am Ende. Young Fly ist back wie Rücken und schieß nicht nur gegen dich. Denn N-Roll droppen, ja, das finde ich mehr als freu dich. Bruder, das war Spaß. Am Tendo ist unser Senpai. Ich spitte die Bars. Doch du schaust dabei nur Hentai. Dein Content ist Arsch. Komplett hürnlos und aussehenfrei. Alle Chatter, du machst halt diese eine Fly. Songbattle lief schlecht. Schon brichst du es auf YouTube ab. Klicksüchtiger Hund. Richtwerf geht es ja wohl auch back up. Weil einfach zwei in den Mien. Du rindst, geh ein. Willst du es auch. Hör einmal auf deine Viewer und sei nicht so laut. Wie Live-Format auf deinem Kanal, nur Odyssey. Und Zweitkanal, dumm. Du trägst Content wie Legacy. Deine Webkarriere geht steil, aber nicht bergauf. Schwarzer Toyota hört sich besser an, als dieser Scheißhauf. Fan. Jetzt legen wir noch einen drauf. Du kleiner Buster, bei den Swings krieg ich Kreislauf. Oh, warte, muss ich etwa kinderfreundlich sein? Egal, mir fallen eh keine Beleidigungen ein. Außer, dass deine Community nur aus Kindern besteht. Es gibt Spielen, mein Level, schlimmer als das Klimapaket. Gesellschaftskritischer Boss. Und du bleibst unpolitisch, so wie Dünner Lacoste. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Hogwarts Legacy. Yo, Hübi, du Vielficker. Wir haben gehört, du hättest gerne einen Disstrak. Lässt dich ja rangieren. Hallo, Hübi. Willkommen zu dem Disstrak. Mach mal lieber Ike raus, ich hätt gern dein Gesicht packt. Außer Reihenketten einrappen, kannst du wenig viel. Ganz ruhig, ist doch alles nur ein Spiel. IQ tiefer als der von Reddit, hab ich gehört. Boki hat das Verhältnis zu deiner Oma zerstört. Digga, was will dieser scheiß Goomba? Ich muss kurz gucken nach. Wo sind wir? 2 0 2 0 7 Fonzi, Ausrufezeichen donate in den Chat. Oder donate, nee, Ausrufezeichen spenden. Kurma, dankeschön. Wir haben einjähriges. Ich wünsche eine schöne Osterzeit. Bruder. Kuss. Vielen Dank, man. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr schön. So, kurze musikalische Einlage. Während wir Capthrows farmen, Freunde. Das ist eine der zwei langweiligen Stellen im Run. Naja, es gibt drei langweilige Stellen im Run. Das ist die erste. Die nächste ist, wenn wir dann Sprünge farmen müssen. Das wird dann auch nochmal äußerst unterhaltsam. Und die letzte, aber die geht dann, ist da, wo wir die ganzen Toadette Mode abgeben. Aber da schallert es halt auch einfach in den Moon Counter rein. Das ist ziemlich cool. So, wo sind wir? Zwei, drei. Okay, Volleyballspiel hatten wir schon. Ja, hier gibt es vier. Das ist das zweite von vier. Das freut mich, Evoltrapios. Das freut mich sehr. Katzen-Enjoyer sind immer willkommen. Na, Joshua im Laufe des normalen Spiels schon. Im Laufe des Speedruns. Ich begatte ihn, Nino. Imagine, der Hund läuft danach nur noch so schwindelig umher. Das ist ja ziemlich witzig. Wir haben es gleich, Freunde. Keine Sorge. Ja, so Pipo-Trip mäßig. Ich dachte, das ist ein Speedrun. Ist es, Bro. Ist es. Danke dir, woher sie nochmal für die 100 Bits waren. So, okay. Weiter geht's. Oh, Bruder. Ich hasse dich. Ja, schön. Ja, schön. Also, gut gemacht. Hier irgendwo, ne? Ich glaube, hier müsste es sein. Hoffe ich. Jo, Ivan, dankeschön. Für die 24. Mega strong, Digi. Dankeschön. Und Level-Lividon. Oder? Level-Lividon? Sprich machst du aus? Ich hoffe es. Ich glaube, der Hund will eine zweite Runde. Ich aber nicht mehr. Bruder, wie kann man den immer verfehlen? So. Sehr gut. So, das Hint-Art haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Ich mach's aber jetzt trotzdem nochmal vorsichtshalber. Und dann haben wir noch hier unten. Und ich glaube, dann ist Seaside erstmal komplett durch. Oh, da geht's ins Cascade. Oh, ne, ist noch nicht durch. Moment. Wir sind noch nicht durch. Ich wäre sehr froh, wenn die Umfrage nicht erstellt wird. Oh, boy. Wer hat eine Umfrage? Was ist passiert? Oh, das war der falsche Checkpoint. Twitch nimmt die nicht? Was ist denn die Umfrage? Ich hab sie nicht gesehen. Helf mir mal auf die Sprünge. Alter, Nino, du machst mich gerade verdammt neidisch, Digga. Ich schaue den Stream im Liegestuhl mit Blick auf Bergpanorama. Du Hund, Alter. Du Hund einfach nur. Ob man lieber Hund oder Katze begatten soll. Nein, das ist... Ähm... Eigentlich müsste man für die Frage die Kanalpunkte einfach direkt abziehen. Na? Einfach, einfach. 30.000 Kanalpunkte einfach abhaken, ohne die Umfrage zu erstellen. Aber erstatte zurück. Erstatte zurück. Ich schaue den Stream im ungemütlichen Scheißstuhl in meinem 200 Grad heißen Zimmer. Ach, verdammt. Ich bin ja noch gar nicht ready. Ich muss ja noch mal schießen. Wimbad, 27 Monate, danke schön. Hier spawnt der, ne? Oh, das ist eine stronge Frage. Das ist eine Frage, wo ich das Verhältnis tatsächlich sehr interessieren würde. Wobei ich es auch ein bisschen kritisch finde, die Frage in einem Odyssey-Stream zu stellen. Äh, Fonsi, ein Bit ist für mich als Streamer einen Cent. Oh, das ist eine gute Frage. Stimmt, wo kommt denn diese... Stimmt, Stream Elements hat schon wieder eine Ankündigung gemacht. Irgendein Mod muss das eingestellt haben. Können wir das bitte wieder ausschalten? Wo kommen die alle her? Der muss irgendein Mod, glaube ich, gedacht haben, dass er... Ach, ah, loll, Domi. Bruder, ich bin... Ich bin hohe, Bro. Nein, nein, kein Imposter. Ist ja prinzipiell sehr, sehr gut gemeint. Na doch, theoretisch kann ich meine Speedrun-Trix schon nutzen, Kurva, oder? Wenn Mario... Wenn Mario 64 gespiegelt ist. Ich muss die halt nur spiegelverkehrt hinbekommen. Ich muss einfach nur ein bisschen umdenken. Wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Ah, damit. Oh, Bruder. Umfrage ist inside. Bruder, diese 10% Mario-Wonder-Enjoyer werden einfach gebannt. Bruder, diese 10% Mario-Wonder-Enjoyer werden einfach gebannt. Ja, also ich glaube, so Speedrun-Tricks gespiegelt hinzubekommen, muss man schon krass umdenken. Aber ich glaube schon, dass man es hinkriegen kann. Ich glaube, es ist nur am Anfang ein bisschen verwirrend und dann soll es, glaube ich, ganz gut klappen. So, 70 von 71, das passt. Das heißt, mir fehlt jetzt nur noch auch hier die Hinweiskunst. So, Seaside ist durch. Fonzi, du hast es absolut richtig umgerechnet. Ich bin proud auf dich. So, Freunde, Kaskadenland. Ah. Es ist, oh, allein die Musik. Oh, ich bin jetzt schon wieder, ich bin jetzt schon wieder glücklich. Bruder, es ist so, es ist so ein schönes Land. Klar, also Kaskadenland war am Anfang so, ja, ist ganz nett. Und mittlerweile einfach nur so, ich liebe alles daran. So, ich bin jetzt schon wieder glücklich. Ja, ich glaube, Mario 64 gespiegelt ist klar. Also, es ist, glaube ich, zum Spielen ist es eine sehr, sehr geile Challenge. Ich glaube, aber zum Zuschauen ist es jetzt nichts allzu Besonderes. Also, so, ich spiele Mario, aber Challenges habe ich genug aktuell auf Lager. Da habe ich einige Ideen. Ich muss sagen, die kleinen Länder auf 100% spielen, macht mehr Bock als die großen. Na, so halb. Also, ich verstehe, was du meinst. Aber es gibt ja noch Ausnahmen. Also, zum Beispiel das Wüstenland, finde ich, ist sehr, sehr, sehr groß. Aber es macht unglaublichen Spaß, das Wüstenland zu kompletieren, meiner Meinung nach. Also, zum Beispiel das Wüstenland. Woher Xperour. Neugierde, kommt jemanden. Dann игры Pfeiz immer wieder. Fuck, woher Xperour. Boh, bewe Schubert! Donne at Musik. Ja, Kaskadenland ist, ist, ah, einfach nur Liebe. Aua. Allein auch die Farben und alles und die Musik und, ah, ich kann das Kaskadenland gar nicht genug simpen, wirklich. Kannst du mal eine Challenge machen, wo du auf der schlockfinsteren Seite des Mondes beginnst und zum Gutland kommen musst? Wie genau stellst du dir das vor? Wie werden Bits umgerechnet? Wie ich es dir vorhin gesagt habe, Bro, 1 zu 1. 100 Bits sind für mich 1 Euro. Und du zahlst die Gebühren, die Twitch bekommt, bezahlst du beim Einkauf. Und je mehr du auf einmal einkaufst, desto geringer sind prozentual die Gebühren. Aber du gibst natürlich mehr Geld aus. Ey, Chico-Großer, was geht? Du bist so ein Süßer, ne? Bruder, Chico entert den Stream. Äh, yo, Bro. Digga, wer hat diese Umfrage eingedrackt? Warum habe ich davon nichts mitbekommen? Bruder, Bruder, was ist das? Bruder, wer hat diese Umfrage eingereicht? Oh mein Gott, Alter. Ich kann das alles nicht mehr. Wir wollen Chico sehen. Wir sind mitten im Speedrun, Alina. Tut mir leid. Er hüpft gerade aufs Fensterbrett. Seht ihr ihn dann eigentlich in der Camp? Er hüpft gerade aufs Fensterbrett. Er hüpft gerade aufs Fensterbrett. 'llátil erh... Aufs Fensterbrett, fahrsgabert. Er hüpft gerade aufs Fensterbrett. Der Milch findet sich in der Camp? Uff, Schikopat aus! Äh, aktuell müsst ihr, also Theoretisch müsst ihr mich noch wegen dem Hasen erinnern Aber ich glaube, ich hab das im Kopf Ich glaube, ich hab das im Kopf Okay, first try Stimmt, ich glaube, hier sammeln wir auch alle Ich glaube, tatsächlich in, ähm In allen Kingdoms, in denen es nur 50 Purples gibt Sammeln wir, glaube ich, alle Shit, war, glaube ich, der falsche Sieht man ihn? Ähm Wartet mal, muss ich mal kurz den Rollfelsen zerstören Let's go Near the Odyssey Ich glaube, ich brauche ihn jetzt nicht mehr, oder? Ne, ich brauche ihn nicht mehr Wer gewinnt denn gerade in der Umfrage? Warte mal Könnt ihr mir, wer, wer, wie, wie sind denn gerade die Umfragewerte? Interessiert mich jetzt schon Ich muss auf die Sphinx schauen, ne David Digger Hä, 56%? Bro Was ist diese? Ach Ich war gar nicht in der Umfrage drin Ja, dann ist ja alles entspannt Ich dachte, ich wäre auch mit drin gewesen Aber Kato kriegt ein bisschen wenig Liebe von euch Das finde ich eigentlich auch nicht gerecht Ey, Happy, was geht? weird Das war's für heute. Ich lache nie wieder über Leons Witze, wenn er dann so kommt. Oh mein Gott, Tico sitzt einfach immer noch auf dem Fensterbrett. Das ist schön. Ich glaube, jetzt haben wir wieder ultrabeschissene Belichtung. Aber wie gesagt, gegenüber von diesem Fenster ist eine weiße Hauswand. Und die Sonne strahlt auf die weiße Hauswand. Und die strahlt einfach das ganze Licht hier rein. Das ist einfach Heaven da draußen. Sonne ist so eklig eigentlich. Widerlich, ne? Widerlich. Hä? Bruder! Habe ich diesen Touristen nicht angesprochen? Habe ich den Touristen im Wüstenland nicht angesprochen? Ne, ich habe den glaube ich nicht angesprochen. Okay, wir müssen den kurzen Umweg übers Wüstenland machen. Das ist doch Tico in die Cam halten. Ey, der sitzt gerade ultra friedlich auf dem Fensterbrett und guckt raus. Einen Scheißdruck werde ich den jetzt hochheben. Der enjoyt gerade sein Leben. Der ist gerade, der ist in seinem insaneen Gehirn, was er in diesem Riesenfädel hat. Überdenkt er gerade die, überdenkt er gerade die Relativitätstheorie oder so? Ich habe keinen Patreon, nein. Ich fahre bald ins Cityland. Hä? Ich habe mit dem geredet. Bro, warum fährt der nicht? Warum fährt der nicht los? Chad, helft mir mal bitte. Warum fährt der nicht los? Aber er sagt, er fährt bald ins Cityland. Habe ich den dann im Cityland vergessen? Habe ich da vergessen, mit ihm zu reden? Ich bin stark verwirrt. Ich habe ihm das letzte Mal kein Trinkgeld gegeben. Verdammt, der Axe ist es aufgeflogen. Ja, ich habe hier vergessen, ihn anzusprechen. Interessant. Timesafe fürs nächste Mal. Okay, jetzt fährt er ans Kaskadenland. Ich habe es einfach überlesen. Irgendwie, das ist, wie gesagt, wenn man da so durchscrollt, rutscht einem doch ab und zu mal was durch. So, es geht weiter. Kurzer, kurzer Ausflug. So, Chico ist wieder runter vom Fensterbrett. Dann können wir dieses widerliche Sonnenlicht auch wieder wegmachen. Ach, ich erblinde er fast. Hey, Luis, danke für den 10. Monat Prime. Und Tyler, willkommen auf Twitch. Ich habe zwei Katzen, ja. Bruder, sprich mir das Chinana aus? Oder Sinana? Aber recht Chinana, oder? Vielen, vielen Dank hier. Für den Support mit den 100 Pizzas. Sehr lieb. Kannst du Pizza zweimal spielen? Nein. Digga, was ist denn jetzt wieder los? Hier ist doch... Oder diese Hint Arts müssen so präzise... Äh... So präzise geground-pounded werden. Das ist gruselig. Ach so, ob ich Plants vs. Zombies zweimal... Ach so. Geil. Hat gut funktioniert. Es ist alle Monde. Alle. Die sammeln nur 880 Monde. Hübi, letzter Split. Was... Was ist das mit dem letzten Split? Wann kommt nochmal im M2? Mario Maker 2? Mario Maker 2? Äh, ein bis zweimal pro Woche. Ah, letztes Split umbenennen. Jetzt hat... Wie... Wie... Bro. Ich hab's nicht gesehen. Wie heißt der? Digga. Von wem? Von wem? Von wem? Von wem? Von wem? Schon wieder... Digga. Nee, zahlt ihm zurück. Ach... Wir reden natürlich von Ostereiern. Das ist, glaub ich, klar, oder? Dass wir von Ostereiern reden. Wurde jetzt zurückgezahlt. Äh, Finny Boy, reich nochmal ein. Auf Ehre. Finny Boy, auf Ehre. Du musst nochmal einreichen. Damit du auch bezahlst. Ey, wir reden von Ost... Von Schokoeiern, Döner. Und Eriodanky-Shift. Ey, wir 13 Monate. Was geht? Krieg ich da ein VIP? Nee. Digga. Ich werde einfach den letzten Split wieder umbenennen. Ey, Dorf-Engineer auch noch mit dem frischen Prime. Dankeschön. Finny Boy, wenn du dich innerhalb von 30 Sekunden einreichst... Benenne ich den letzten Split um und du kriegst einen 1-Wochen-Timeout. Impy? Okay, hakt Impy einfach ab? Ist schon. Aber Finny Boy muss trotzdem. Finny Boy muss trotzdem. Impy, das ist ehrenhaft von dir, aber... Nee, nee, Bruder. Nee. Digga, Impy ist so eine Snitch, ne? Ist VIP und wirft jetzt mit Kanalpunkten um sich. Hab gemacht. Hat Finny Boy eingereicht? Mods? Okay. Digga, Impy ist so ein Ultratroll, ne? Er giftet Zaps an Padme bewusstlos? Reicht einfach letzten Split-Benennen mit Hubis Eierlecken ein? Wie werde ich denn dargestellt? Die Frage ist eher, wie du dich selber darstellst. Ich halte dir nur einen Spiegel vor. Wie viele Kanalpunkte hast du eigentlich? Äh, 180. Finde ich aber eigentlich schon ganz geil. Also ich spare schon recht lange. Okay. Bruder, wurde ich Hobbs genommen. Ich halte dir nur einen Spiegel vor. Läuft der Speedrun gut? Tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Ich bin, ich bin sehr begeistert, wie gut ich mit dem Speedrun-Dokument klarkomme. Obwohl ich da theoretisch nur einmal über mehrere Tage verteilt mal gezockt habe. Aber man kriegt wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl für die ganzen Monde, die Odyssey zu bieten hat. Und auch über die lila Münzen-Position. Also bin sehr, sehr happy. Nur ein Shopmond ist dabei, Felix. Das ist der, der in der Mondliste steht. Ich sammle quasi alles, was du auf den Mondlisten findest. Ich bin sehr, 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 sehr. Du wirst den Run einschicken? Nein, ich schicke die Runs ein. Theoretisch würde der, glaube ich, gar nicht confirmed werden, weil ich bei Volleyball Two-Player-Modus verwendet habe. Also, selbst wenn ich wollen würde, würde es nicht gehen. Schneid den Part vom Volleyball raus. Ah ja, stimmt. Da müsste es, glaube ich, confirmed werden. Läuft sehr gut, Splatty. Läuft wirklich sehr, sehr gut. Wirst du reich durch Stream? Ich würde nicht sagen reich, aber ich glaube, ich kann ganz gut leben. Bisschen splicen hier und da, dein Weltrekord. Ja, du. Eigentlich, eigentlich ganz entspannt. Er wird nur reich durch Charity. Der Job wird auch nie alt. Wie Peter Pan. Du bist doch reich mit Liebe. Richtig. 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 Verdammt. Ich habe mich falsch geportet. Egal. Wie viele Monitore hast du? Drei. Richtig. Ich glaube, ich muss da hoch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oder ich nehme nicht die Hinweiskunst mit, okay? Warte, ich muss kurz gucken, wo Osten ist. Nach unten ist. Da lang. Digger. Chicken wing, Alter. Da, Bro. Hier. Ey, Solaris, viel Spaß im Lurk. Das bedeutet, Lurk bedeutet quasi, dass du den Stream noch so im Hintergrund laufen lässt, während du was anderes machst und quasi auch dich aus der Chat-Aktivität zurückziehst. Heute ist der Chat ein bisschen entspannter. Ja. Nennen wir es heute mal entspannt. Also vor allem heute ist es eigentlich recht entspannt. Ja, Impi Impi zieht den Durchschnitt heute leider sehr runter. Leider. Eine treue parasoziale Beziehung weniger. Bruder, wo bist du? Kenn das gar nicht mehr. Wo bin ich wo, Digger? Ich weiß irgendwie nicht so ganz, was jetzt... Also, ich bin im Bowserland und bei mir daheim. Alter, Aster, das klingt richtig gut. GG. 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 Es ist schlimm, Asta, wie sehr man sich auf Adobe-Programme freuen kann. Das nächste qualitativ hochwertige Gifte-Sub aus dem Hause Impi-Kid. Und official linktage dir für dein Prime-Mod. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier bist. Mir geht's sehr gut, wirklich. Mir geht's wirklich gut. Ich hätte sogar... Also, Uni ist so gar nichts für mich, Asta. Allein schon, wenn du das erzählst, krieg ich's kotzen. Bro, weil so Hausarbeiten schreiben und Prüfungen permanent und sich Unterlagen zusammensuchen, auswendig lernen. Boah, ich hasse es. Ich könnte, ich könnte nicht studieren. Ich könnte es nicht. Ich könnte es einfach nicht. Ausbildung war die beste Entscheidung meines Lebens. Ah, der Pirat Erik, grüß dich. Was geht bei euch? Wir entern das Leben. Die Pirat Erik, feiert Sie aufs Gifte. Hast du keinen Schulabschluss oder warum hast du mit Stream angefangen? Digga, rage to me. Also, deine Fragen sind wirklich... Also, das ist so Interview-Style von der ARD nach einem Fußballspiel. Das ist aber nicht so Kumpel, wie ich mich für sich nicht sehe. Dough, das ist doch nicht schön. Das ist noch nicht so Kumpel. Schnell, was ich mich bei der Starke-Style von Beringe f tem? Ich habe mich bei auf. Wie ich habe aufgegelegt, was ich wahrscheinlich für den Spiel? Wie viel Geld verdienst du eigentlich damit? Also jetzt mal so unter uns, das muss ja auch kein anderer fahren, aber über welche Summen reden wir da? So, Bruder. Wo war dieser Hase? Ach nee, oben, oben, ne? Ja, 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 stimmt. Da habe ich auch in meinem Trainingsrun, habe ich da auch brutal verschissen. Da habe ich nicht gecheckt, dass man hier hoch soll. Kann man mit dem Job gut leben? Wie verdient man eigentlich sein Geld? Oh, das war's ja, ja. Oh, das war's ja. Was ist die erste? Oh, es ist keine Ahle. Es ist die caon. Ja. Feierst du Spiele eigentlich wirklich, oder spielst du sie nur wegen der Kohle? Ja, wissen Sie, da müssen Sie unterscheiden zwischen Nintendo und Fortnite. Aber was ich bis heute frech finde, ist, dass ich ein Video gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich will mehr die Sachen streamen, die ich fühle und mehr Videos machen, die ich fühle. Und dann spiele ich Fortnite. Und dann spiel ich mal. Das ist der Ursprung von ein treuer Zuschauer weniger. Der kam rein und hat gesagt, yo, du hast jetzt vor ein paar Wochen, hast du jetzt hier dieses Video hochgeladen, dass du jetzt mehr Sachen machen willst, die du fühlst. Und ich bin total schockiert, weil jetzt komme ich hier rein und du spielst Fortnite, nur wegen dem Hype. Bro, auf dich kann man noch echt nicht mehr vertrauen. Ein treuer Zuschauer weniger. In einem Fortnite-Stream mit meinen 400 Zuschauern. Nee, nee, der kam in den Stream, während ich etwas gestreamt habe, was meinem Kanal keinen Hype bringt. Aber bei Bowsers Treasure Ward. Das ist jetzt wieder, das ist jetzt wieder dieser... Der ist hier drüben, ne? Hoffentlich. Bowsers Schatz kann... Hoffentlich. Willst du eigentlich mal einen Dosen-Boost-Kanal machen, wie er jetzt gerade... Ich bin kleiner als drei. Tja, was? Oder wovon redest du? Das ist einfach nur ein Troll, oder? Luca, danke schön für deine vier Monate, Mann. Ich weiß nicht, ob das Bowsers Treasure Ward ist, aber ich vermute schon. Da verstehe ich die Route noch nicht ganz, muss ich zugeben. Aber naja. Na, wo ist der... Wo ist der Timer? Ich muss jetzt hier irgendwo eine Timer-Challenge machen. Ähm... Aber Lakitu schon. Hoxter ebenfalls. Freue mich, dass du hier bist. Öh! Alter, Jassin. Frisch geduscht. Frisch! Nein, Theo. Ich werde den Speedrun nicht einreichen. Das habe ich fast in den Schuh gemacht. Wie kann je. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Mal inside a blockener Castle. Warte mal. Ich habe jetzt irgendwas... Jetzt habe ich irgendwas übersehen. Warte mal. Ich habe jetzt irgendwas übersehen. Doch, 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 doch. Ich habe safe irgendwas übersehen. Da oben! Oh, lol. Den habe ich komplett vergessen. Ich war fest überzeugend, dass inside a block by the castle der Block ist, den ich jetzt gerade gesprengt habe. Aber hier ist ja noch ein Block. Oh. 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 Ich finde es gerade sehr amüsant, dass du als Höhlenmensch herumläufst und sogar orsend angritzigend bist. Also Splatkin, wenn du mich fronten willst, dann gib dir wenigstens Mühe, einigermaßen korrekt zu schreiben. Danke für deine gute Laune, tut echt gut nach Feuerabend. Noch schön, ein LP zu schauen, wo der Podcast höre, ist echt einer von denen du bist. Oh, danke schön. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Freut mich. Oh, camper. Stream zur Hälfte vorbei. Mal sehen, mal sehen, ne? Bin wirklich extrem auf die Endzeit gespannt. Hast du schon mal drüber nachgedacht, eine Familie zu gründen? Nein, solche Loser-Gedanken kommen mir nicht. Ich sterbe einsam wie ein Löwe. Äh, wo zur Hölle muss ich denn? Oh, das ist ein Löwe. Würdest du den aktuellen Stream als One-Stream-Wonder bezeichnen? Ich glaube, wenn man will, könnte man das ja. Wenn Familie mit wem, Ariana Grande? Ich glaube, wenn man will, könnte man das ja nicht mehr sehen. Ich glaube, wenn man will, könnte man das ja nicht mehr sehen. Abgeguckt. Oder wo muss ich hin? Was ist denn der hier, oder? Nee. Oder hier? Außenhof, Rückseite? Ja, ne? Ich habe so keinen Schimmer. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Okay. 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 So. Warte mal. Jetzt brüch ich irgendwo. Ne, ich glaube, jetzt muss ich dahinter, ne? Ja. Ja. Doch, ich glaube schon. Ist da unten ein Pokio? Ja. Ja. Aber wo muss ich hin? Ne, ich glaube, ich bin hier falsch, oder? Ich glaube, ich bin hier wrong. Ähm, Digga. Gut geschlafen. Na, geht. Zu wenig. Ich habe gestern noch Resident Evil aufgenommen und das hat leider deutlich länger gedauert als ursprünglich geplant. Moment. Aber ansonsten habe ich gut geschlafen, ja. Die Zeit, die ich hatte, war gut. Man könnte sagen, ich wäre in Resident Evil das ein oder andere Mal gestorben. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Was wird das auf... Ich habe... Hä? Hast du nicht den Zweitkanal abonniert, Lea? Oha. Oha. Ne, ne, aber jetzt mal kurz Real Talk. Ich kann mir gut vorstellen, dass das viele nicht mitbekommen haben. YouTube-Algorithmus ist gerade ganz anders. YouTube-Algorithmus ist gerade ganz anders unterwegs. Also, die schlagen... Die sind... Niemand versteht mehr, was sie vorschlagen und was nicht. Es ist auch so, dass meistens Videos am Uploadtag kaum vorgeschlagen werden. Also, während früher... Ah, verdammt. Während früher die, äh... Während früher die Klicks auf Videos meistens über den Algorithmus kamen, innerhalb der ersten drei bis vier Tage, sag ich mal, na, ist es jetzt so, dass eigentlich die ersten vier bis fünf Tage unfassbar beschissen performen. Und das ist nicht nur bei meinem Kanal so. Also, das ist, äh, Ding. Das heißt, unfassbar beschissen, aber deutlich unterdurchschnittlich. Und, äh, dann erst so über den... Als Verlauf von zwei bis drei Wochen sammeln sich dann so langsam, äh, die Klicks an. Es, äh, es ist ganz... Alter, YouTube-Algorithmus ist grad ganz anders. Ganz, ganz, ganz komisch. Wenn ich drüber nachdenke, habe ich seit Wochen nichts mehr vom Zweitkanal angezeigt bekommen. Also, es ist auch so, dass Zweitkanal aktuell unterdurchschnittlich läuft. Liegt jetzt aber natürlich auch dran, dass ich Resident Evil Zero spiele. Na, also, das ist, äh, das ist natürlich ein uraltes Resident Evil, was jetzt auch nicht meine Zielgruppe ist. Also, äh, da wären die Klicks sowieso nicht so Bombe gewesen. Aber zum Beispiel auch Poké Park 2 performt ultra unter Poké Park 1. So. Weil die irgendwas am Algorithmus geändert haben. Fragt mich nicht. Ich habe keinen Schimmer. David weiß es auch nicht. Warte mal. Aber Third Quarter outskirts. Ich habe immer noch das Gefühl, dass mir ein Mond fehlt. Aber, aber... Das muss jetzt, äh... Nee, warte mal, da war dann... Warte mal, war da nicht irgendwie so ein Mond? Einfach so im Nichts? Bruder. Nee, ich glaub kann, dass das direkt ist, oder? Aber der nächste heißt Stonewall Circuit. Ah, nee, warte mal, Stonewall Circuit ist, glaub ich... Das heißt ja quasi Stein... Steinwand... Kreis. Da drüben! Der Schlüssel, ne? Der Schlüssel, der Schlüssel. Okay. Ja, okay, mein Bowserland Knowledge ist jetzt noch nicht so Knülle, muss ich zugeben. Die Vorschläge sind sehr weird, ich komme teilweise von den randomsten Kanälen Videos vorgeschlagen. Ja, also wie gesagt, das hat vor circa einem Monat angefangen. Also man kann das wirklich anhand der Klicks, kann man das wirklich auf einen Tag genau festlegen, an welchem Tag der Algorithmus geändert wurde. Weil da ist es parallel bei David und bei mir komplett, äh, komplett in die Knie gegangen. Und... Wir wissen bis heute nicht, was da passiert ist, warum da was passiert ist, woran das liegt. Absolut kein Schimmer. Ich mein, wir machen einfach weiter, ne? Ja, eigentlich... Also, wie meinst du YouTube-Plautenzeit? Meinst du insgesamt, oder meinst du jetzt auf mein... äh, speziell auf meinem Kanal? Ja, aber das Ding ist, also... boah, da muss ich jetzt echt aufpassen, was ich sage, aber es ist, es ist leider so. David und ich waren ja auf, ähm, auf so einem YouTube-Event in München. Da hab ich auf Instagram einen Post gemacht. Und da dachten wir uns so, oh, ne, krass, YouTube lädt einen, keine Ahnung, kriegst du irgendwie Zugriff auf irgendwelche krassen neuen Funktionen oder irgendwelche heftigen Insider-Infos, bla bla bla. Kannst dich fett connect, ne? Ähm, alles Mögliche. So, wir waren ja dann da und wir waren ja dann wirklich schockiert, über was für Banalitäten da geredet wurde. Also, da waren dann ganz, ganz, ganz viele YouTuber und wirklich, die haben so Fragen gestellt, die David und ich so vor fünf Jahren schon wussten. Ne? Und das, das liegt vor allem dran, das haben wir danach rausgefunden, weil David und ich ja mehrere Videos pro Woche bringen. Und damit ist der Gaming-Sektor fast ziemlich allein. Aber dadurch, dass wir so viele Videos pro Woche rausbringen, haben wir einfach viel mehr Praxiserfahrung. Weil wir viel häufiger Thumbnails ausprobieren können, wir können viel häufiger Titel ausprobieren, Formate abchecken, et cetera, et cetera. Und es gibt, der normale YouTuber, in Anführungszeichen, macht ja so maximal ein Video pro Woche, ne? Vielleicht doch mal eins alle zwei Wochen. Und wirklich, da wurden dann so Fragen gestellt, die waren so banal, ne? Keine Ahnung. Hey, äh... Zum Beispiel, da ging's dann drum, ja, in Shorts jetzt fettes, neues, krasses Feature. Da könnt ihr jetzt übrigens auch Videos verlinken, das müsst ihr unbedingt ausprobieren. David und ich machen das seit Wochen. Also ich mein, ich mach jetzt nicht mehr viele Shorts, aber in denen, die ich hatte, hab ich das auch gemacht. Ne? Dann haben sie auch gedacht, ja, du musst dann auf jeden Fall auch Clips aus deinem Stream als Short hochladen. Auf gar keinen Fall, Streamclips funktionieren null als Short, gar nicht. So, ne? Und dann haben wir auch uns danach mit YouTube-Mitarbeitern unterhalten. Und da muss ich jetzt aufpassen, was ich sag. Also der Mitarbeiter, der für mich verantwortlich ist, der war tatsächlich nicht beim Event. Ähm... Also, das war das Ding. Aber du kriegst dann auch so ultra-wischi-waschi-Vertriebsantworten. Das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben, wirklich. Also wir... Weil David und ich haben dann auch YouTube angeschrieben. Und dann auch so gesagt, hey, äh... Jo, übrigens, uns ist aufgefallen, dass die Klicks eingebrochen sind. Ähm... Und wir haben uns dann auch Screenshots mitgeschickt, ne? Und dann gesagt, jo, äh, wie sieht's aus? Äh, genau an dem Tag brechen die Klicks starks ein. Früher waren die, äh, Views, Impressionen, Klickraten, bla 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 bla. Waren so. Und jetzt sind sie so. Gibt's irgendwelche Änderungen am Algorithmus? Bro, und dann kriegst du so ne Antwort zurück. Ja, also, es kann immer mal passieren, dass Videos nicht so gut performen. Und dann... Du musst halt drauf achten, dass das Thumbnail zum Titel passt. Ne? Und dann so... So Google-FAQ-Shit. Ne? Und dann war ich so... Hä, Digga? So... Was soll das? Also, ihr seht doch, wirklich, anhand der Klicks... Vor allem auf David-Kanal siehst du's krass. Wirklich, von einem auf den anderen Tag. Davor alle Videos 40, 50, 60.000. Und danach quasi alles 25, 30.000. Fast 50% Klickrate eingebrochen. Und dann kommt so, ja, ihr müsst neue Formate probieren. Und der YouTube-Algorithmus guckt dann, wie eure Watchmen ist. Und so, Digga, dieses Analytics-Game haben wir schon seit Ewigkeiten durchgespielt. So, und das ist so... Und das ist so nervig. So, du kriegst halt keine gescheiten Antworten. Wenn du mit anderen YouTubern redest, sind sie verwundert, dass du in Shorts Videos verlinken kannst. Also, und dann haben Dave und ich so gemerkt, also, entweder sind wir irgendwie krass überdurchschnittlich, aber wir fühlen uns nicht so. Und, äh, oder halt, viele andere haben echt nicht so viel Ahnung von dem, was sie da tun. Wirklich. Also, es kann nur eine der beiden Möglichkeiten sein, aber ich mein, David und ich, das ist auch nur... Wir laden einfach nur Videos hoch, ne? Und analysieren, was gut ankommt und was nicht gut ankommt. Man, das ist... Ah, das hat so sauer gemacht. Wirklich. Also, ja, ne, es kommt nicht nur auf die Watch-Time an, sondern das Thumbnail und der Titel müssen zusammenmatchen. Und du musst deine Zielgruppe analysieren. Ich so, alter, halt doch die Schnauze! So, guck die, guck die Views an! Auf dem Screenshot! Ich hab's sogar farblich markiert gehabt! Und der ist gar nicht drauf eingegangen. Ja, deswegen, long story short, ähm, wir wissen nicht, was mit dem Algorithmus ist und warum aktuell so viele Videos untergehen. Ähm, wir haben so verschiedenste Theorien, äh, dass sie irgendwie jetzt mittlerweile sehr, sehr krass irgendwie separieren zwischen Long- und Shortform-Content. So nach dem Motto, dass auf Mobile nur noch Short geguckt werden soll und diese Longform-Videos nur noch auf dem Fernseher. Weil wirklich tatsächlich die Anzahl der Fernsehzuschauer steigt extrem. Ähm, ja, oder wir wissen's nicht, ne? Dass Gaming nicht mehr so interessant ist, dass, äh, keine Ahnung, dass vielleicht Gaming-Kanäle, die häufig hochgeladen, nicht mehr so gern gesehen sind. Also wir, wir haben nur, wir haben nur Theorien, wir wissen nicht, was es ist. Aber David und ich haben View ein Brüche von, ja, 30 bis 40 Prozent verzeichnet im Durchschnitt. Ähm, von einem auf den anderen Tag. Und wir haben keine Ahnung warum. Irgendwie Algorithmus geschuldet. Weil die Videos einfach nicht mehr vorgeschlagen werden. Also die Videos versumpfen einfach irgendwo. Mach's jetzt krass, Minus? Nee, nicht. Alles gut. Also, wie gesagt, es gibt immer so Phasen, YouTube hat schon häufiger mal den Algorithmus angepasst, äh. Klar ist das schon ein bisschen beunruhigend, weil es wirklich so von einem auf den anderen Tag einfach so, ähm, das war echt, das war echt ein bisschen gruselig. Ähm, aber ich mein, wie gesagt, die Videos mausern sich jetzt über die Wochen hoch. Also früher war es halt so, ein gutes Odyssey-Video hat nach, keine Ahnung, ein gutes Odyssey-Video hat nach drei Tagen 60, 70.000 gehabt. Also sowas letztes Jahr. Und jetzt ist halt so, dass so Odyssey-Videos dann nach einer Woche sind sie dann mal bei 50.000. Ähm, und ja, sie wachsen halt so Stück für Stück weiter. Also, ich hab einfach das Gefühl, dass diese Videos jetzt echt über Wochen und Monate wachsen. Dass irgendwie YouTube nicht mehr so daran interessiert ist, einzelne Videos direkt viral gehen zu lassen. Aber es ist echt nur so ein Raten ins Blaue. Und wie gesagt, also von YouTube-Mitarbeitern kriegst du nur so Vertriebs-Wischi-Waschi-Antworten, die dir gar nichts bringen. Und bei anderen YouTubern, ich mein, das kannst du nie verallgemeinern. Aber, ähm, es gibt halt kaum Gaming-YouTuber, die super häufig hochladen. Und wenn, dann sind's die ganz Großen und zu denen hab ich halt keinen Kontakt. Bruder, das ist schon letzte Runde? Oh, scheiße. Das ist jetzt nicht so gut. Ich bin etwas abgelenkt. Ich bin etwas abgelenkt. Let's go. Wieso gründet man keine YouTuber-Gewerkschaft? Ich weiß es nicht. Wie schaut's mit Domi aus? Bei Domi sieht's, also, ich mein, ich kenn seine aktuellen View-Zahlen nicht, aber bei Domi sieht's klicktechnisch auch nicht sehr rosig aus aktuell. Aber ich weiß nicht, ob's da wirklich nur der Algorithmus ist, weil ich muss ehrlich sagen, also, ne, also seine Videos sind immer noch top, aber seine Vermarktung ist aktuell wirklich nicht gut. Also, seine aktuellen Thumbnails, ich weiß nicht, wer die macht, ob er die selber macht, ob er die jemand anderem machen lässt, aber wenn er sie, wenn er sie jemand anderem machen lässt, dann sollte er dringend was daran ändern. Dann sollte er den Kollegen wechseln. Oh, wir haben ein bisschen zu weit gelaufen. Oh, reicht noch. Ich mache seine Thumbnails in dir echt so schlecht. Weil wir müssen... Och nein, ich bin wieder gehüpft. Ich habe immer das Gefühl, sobald du hüpfst, kriegst du gar keine Punkte mehr vom Spiel. Oh, aber das hat sich gut angefühlt, aber der Sprung war halt wack. Ich kriege jetzt safe ultra viele Punkte abgezogen. Wetten? Hoho! Sogar mit Sprung! Let's go! Ey, Jack Millie, ich habe sogar ein Clash of Clans Video auf meinem Kanal. Sogar zwei, glaube ich. Also ich mag prinzipiell Supercell Games, ich finde die cool. Ja, es ist auch so, dass du als Nintendo-Youtuber aktuell definitiv gebumst bist. Definitiv. Also, äh... Wie gesagt, ich denke mir halt immer, keine Ahnung, wenn man jetzt so... Jemand ist, der jetzt nicht in der Nintendo-Bubble ist, sag ich mal, der jetzt nicht in der Nintendo-Nische unterwegs ist. Sondern einfach jemand ist, der, äh... Ja, I don't know. So halt immer das guckt, was gerade aktuell ist. Nintendo ist halt schon seit Jahren nicht mehr aktuell. Muss man einfach sagen. Also Nintendo lockt einfach keine neuen Zuschauer an, so. Puh, da hat Princess Peach jetzt auch so ein Meme. Wie hekt ist... Ich, ich kann mir schon vorstellen... Also, wie gesagt, ich glaube das, worauf jeder Nintendo-Youtuber gerade geiert, ist so die Ankündigung der nächsten Konsole. Die Ankündigung der nächsten Konsole ist, ist einfach... Einfach um Klarheit zu schaffen. Wann kommt sie? Wie sieht sie aus? Wie sieht's mit den Spielen aus? Wann kann man damit rechnen? Und auch einfach, wenn die neue Nintendo-Konsole kommt, werden auch Leute, die mit Nintendo nicht so viel zu tun haben... Ähm... Ja... Sag ich mal definitiv davon was mitbekommen. Also... Das ist einfach... Das ist jetzt einfach das Ding. Und wie gesagt... Aber die Phase hält auch schon seit mehreren... Äh... aus der Versenkung geholt. Na... Also das hätte ich auch nie im Leben gedacht, dass ein Mario Maker auf einmal wieder interessant ist. Aber... Na, selbst die Zuschauer gucken sich's halt gerne an. Weil's einfach nichts anderes mehr gibt. Wir spielen seit sieben Jahren Super Mario Odyssey. So... Hahaha... Okay... TOTK ist auch ein nettes Upgrade zu BOTW gewesen. Aber... Man macht trotzdem dieselben Challenges wie in BOTW. Weißt du so... Also... Nintendo ist so... Was diese Öffentlichkeitswirksamkeit angeht. Was so... Was so Content angeht ist... Ist äh... Ganz, ganz gruselig. Ganz, ganz gruselig. Es ist eigentlich echt ein Wunder, dass... Dass gerade in dieser Zeit... Dann auch so... So... So YouTuber wie... Wie jetzt auch ein David... Oder... Oder auch ein Leon... Oder auch ich... In dieser Phase ist eigentlich noch geschafft haben... Ja, groß zu werden. Frisch in die Selbstständigkeit zu... Zu... Zu spazieren. Weil die Voraussetzungen dafür eigentlich echt zacken. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Keine Ahnung. Gebraucht. Aber wie gesagt... Jeder der halt Nintendo Fan ist... Der kann halt auch nur den alten Shit gucken. Weil es gibt keinen neuen Shit. So... Diese Jesus... Aber... D. E. 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 einem David oder mir wird ja immer vorgeworfen, dass wir so Spiele wie Odyssey oder Mario Maker oder so melken. Also nach dem Motto, ey, ihr bringt so viel Mario, bla bla bla. Ihr bringt immer die gleichen Spiele. Aber ich stelle dann einfach immer sehr, sehr gerne diese Gegenfrage. Was soll ich denn, was sollen wir denn im Nintendo-Raum noch bringen, so? Also, das ist ja eher so ein notgedrungenes Schlachten oder Melken. Weil uns gar keine andere Wahl bleibt. Davids Klicks schwanken so stark aktuell. Ja, wie gesagt, das ist Algo gerade. Das hat nichts mit der Qualität der Videos zu tun und es hat auch nichts mit dem Interesse der Zuschauer zu tun. Wie gesagt, es ist auf einen speziellen Tag runterbrechbar, wann dieser krasse Cut in den Klicks kam. Das ist einfach aus irgendwelchen Gründen ein Rank der YouTube-Algorithmus. Einfach die Form von Videos, die David und ich machen, nicht mehr so gut wie noch an dem Tag davor. Ah, dieses Switch-Attach-Ding ist ein Schwachsinn. Also ja, das war in irgendeiner YouTube-Umfrage drin, so, welche Konsole würdest du dir kaufen? Switch-Attach, keine Ahnung, PS5 oder Xbox. Aber das ist, das ist, das ist, das glaube ich nicht. Der Name ist richtig, wie soll ich sagen, richtig beschissen, du kannst ihn richtig mies aussprechen und es gibt auch einfach wirklich viele Theorien, die einfach sagen, jo, das ist einfach nur so ein Überbegriff für die normale Switch, für die, für die OLED und die Lite, also quasi für die, für die Switch-Familie. Keine Ahnung, aber Switch-Attach, das ist so ein Crap-Name, das wird niemals, niemals wird das durch eine Marketing-Abteilung durchgehen, dass das der finale Konsolentitel ist. Never. So, warte mal, wo sind die Noten? Äh, der war doch irgendwo hier. Ich erinnere mich doch, irgendwo waren die doch. Wir waren irgendwo bei Captain Toad. Ah, hier unten. Wuhu! Wii U fand ich aber prinzipiell keinen schlechten Namen, Sanisira. Ja, so aus diesem Aspekt, so nach dem Motto, dass, dass Leute, die eine Wii haben und sich nicht damit beschäftigen, vielleicht dadurch ein bisschen verwirrt sind, ja, aber Wii U ist ein cooler Name, finde ich. Also, der geht locker über die Lippen. Wenn nicht diese krasse Ähnlichkeit zur Wii da gewesen wäre, wäre Wii U ein absolut, absolut, ja, absolut in Ordnung der Name. Ja, es klingt ein bisschen wie Wii U, Wii U. Das stimmt, aber. Aber ich finde Wii U ist cool. Ah da, Melone. Meister, mach schon mal eine Playlist ready. Die ballern wir gleich nächste Woche durch. Am liebsten Spotify. Wenn Spotify gar nicht geht, ist YouTube auch in Ordnung. Aber Spotify wäre cooler. Ist schon ready, wo soll ich sie dir schicken? Äh, am besten per Twitch DM, weil dann kann ich einfach genau nach deinem Twitch-Namen suchen. Also, ganz ehrlich, ich meine, man weiß nie, was Nintendo tut. Ich fände Switch 2 wäre vollkommen in Ordnung. Also, wenn Nintendo einfach so ein bisschen diesen, äh, diesen PlayStation-Weg geht und einfach jetzt die Switches durchnummeriert. So, jo, hast du eine Switch 2? Jo, ne, hab noch die 1. Also, fände ich voll, voll, voll okay. Ich glaube nicht, dass es Nintendo tut, weil irgendwie, Nintendo macht immer irgendwas Verrücktes, irgendwas Nintendo-mäßiges. Aber ich wäre cool damit. Lea, ich bin mittlerweile sogar schon an dem Punkt, wo ich sage, mir ist zeitgemäß vollkommen egal. Ich will einfach nur, dass diese blöde, dass diese blöde Konsole auf dem Markt ist, dass, dass endlich einfach neue Spiele kommen. Mir ist es mittlerweile kack, egal wie die aussehen. So, ich will einfach nur neue Games. Jo, jetzt geht's bitte aber auch. Auch mal wieder zu verhause. Oh, dein Ohr. Oh, du ... absolut lehrt ist das ist ja das problem dass wir als creator und dieser content flaute halten noch krasse betroffene als fan sagt man sich so mann ist es blöd aber mein gott man zockt dann halt was anderes fängt an league fortnight was auch immer an aber als als nintendo creator hängt halt nicht nur ein herz blut dran also mein herz blut mein herz blutet auch krass weil ich kein 3d mario bekomme aber natürlich hängt auch irgendwo so ein bisschen karriere und geldbeutel dran und dadurch bist du halt dann doppelt emotional investiert dieses thema ich glaube ich hatte sie ja auch sehr gelobt das ist dieser schwarze mantel naja das sieht sehr 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 sexy aus mal wo war denn das war doch auch einfach so eine stampfattacke oder oder wo war das das war doch irgendwo auch einfach nicht ich glaube es war direkt am ok oder da war das hier nee ach nee da stopp das war da oben das war unterm eis ja das war dieser hügel jetzt 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 kommt sie da ich finde ihn tatsächlich nicht so bombe aber das liegt doch einfach daran dass ich tatsächlich so ich bikini ist ein kleidungsstück was bei mir jetzt nicht zwingend so dieses um ein gott wie hot auslöst i don't know klar sieht es irgendwo gut aus aber ich bin nicht so der bikini durch den unter kaiso galaxy 1 1 und feuer dich mega genieße jetzt den stream mit einem exo d2 legos hat das klingt geil sam dankeschön für deine elf monate prime man vielen 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 dank lea 100 prozent 100 prozent das fasst es sehr schön zusammen das kann man auch nicht oft genug betonen und vielen dank doch bauer für deine sieben monate wir reden über peach outfits da podato ich bin neu auf twitch hast du einen zweitkanal also auf twitch nicht auf youtube ja aber hier war das einfach irgendwo naja hier war der da einfach im wasser da war ich weiß dass irgendeine stadt attacken stelle war alter schon wieder sechs monate im voraus hä bruder wo kommen denn die ganzen leute hier die immer so 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 übelst im voraus reinpayen dankeschön für sechs monate im vorausschicken das ist sehr sehr korrekt ich wüsste nicht warum auf twitch den zweitkanal auf youtube ergibt es sinn weil du weil da sehr krass der algorithmus regiert aber auf twitch ergibt das eigentlich keinen sinn aber oh nein oh freunde jetzt kommt die dritte von vier langweiligen stellen im speedrun wir müssen jetzt gleich sprünge farmen aber dann kann ich mir was neues zu trinken holen ja das stimmt das ist ja noch eine möglichkeit lea ne so eine art und dann wieder ein hybi tv tatsächlich ne so ein 24 7 stream alte videos kannst höchstens den zweiter korn machen damit deine kern community auf zwei kanälen für ein sub reinpayen muss ja stimmt eigentlich gute idee nur echte supporters haben auf beiden kanälen bist du ein echtes supporter oh ich krieg voll aus dem maul oh ich krieg voll aus dem maul ups hier war ein ding irgendwo waren doch diese unsichtbaren blöcke bruder schon wieder digger mashallah was passiert hier heute was passiert hier heute ha 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 bro brieh die einfach auf mit den sechs monaten trust wahnsinn ey wahnsinn ich meine es ergibt schon sinn wenn man sich wirklich sicher ist keine ahnung man verfolgt den youtube oder twitch kanal schon wirklich viele viele jahre und man weiß ey dieser kanal macht mich immer happy ne dann kann man schon sagen okay alles klar ich werde ihn auf jeden fall noch ein halbes jahr gucken du sparst dir halt geld also es ist ja jetzt nicht so dass du einfach äh das einfach so machst sondern du du kriegst ja wirklich du sparst dir wahres geld wenn du es supporten willst so ok wie viel muss es sein freunde wie viel muss ich greifen ich muss auf 7000 kommen digger ja freunde jetzt sonst ehrenlos äh deswegen mache ich by the way nie wieder einen 999 monde run danke jacqueline weil bei einem 999 monde run musst du auch all das machen aber dann auch noch 11.000 münzen grinden und das ist einfach nur das ist einfach nur schlimm gut äh dann mache ich jetzt erst mit der musik an und hier machen wir mal den den aus so was machen wir jetzt hier schönes an habt ihr irgendwie gute copyright free musik weil ich würde halt den playthrough gern auf youtube hochladen dann kann ich jetzt keine copyright mucke anmachen ja das müssen wir jetzt ein bisschen aushalten ihr könnt aufs klo gehen ihr könnt euch einen kaffee machen werde ich auch gleich alles machen werde ich auch gleich alles machen werde ich auch gleich alles machen ich weiß aber nicht ob luigi's ballonjagd für den 999 monde run erlaubt ist da bin ich mir nicht sicher du narkos summer mix ok der beat der beat klauer der beat klauer wobei ne der beat wird sogar geclaimt und ich habe die lizenz nur für meinen hauptkanal na jendrik also ich meine ursprünglich kam ameisen bay im 3d world projekt hahaha ey aber wenn giro dank dir noch für den gifted sub an juianistis mega geil und vortex im neunten monat am start dankeschön vielen 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 dank grüß dich man grüß dich im pinguin danke dir auch so warte mal ich muss jetzt immer nur muss immer nur einmal warten bis der bis der cooper vorbei ist ok ähm oder warte mal ich hab was ich hab was ich hab was ich muss aber während ich kann nur mit einer hand tippen weil ich mit der anderen hand sprünge grinden muss ok warte warte ich glaub das hier müsste es sein äh domi ja ich hab musik auf ne eigenen spur fängt ein bisschen weird an für alle die es nicht kennen wird aber krass fängt ein bisschen heavy an und ich hole mir jetzt glaube ich gleich ein käftchen nochmal ich glaub ich hab Bock auf nen kaffee ok ich geh kurz die kaffeemaschine anmachen fängt 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 bl Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist Peak Gaming, ich weiß, ich weiß. Das ist ein Remix aus allen acht Arena-Themes. Oh mein Gott, man kann seinen Controller schütteln! Gaming-Lama, du rettest mir ganz so den Arsch! Also, warum kann man denn mit Schütteln hüpfen? Bruder, was bist du denn für eine Übermaschine? Gaming-Lama, ey Bro, ich geb dir sofort einen Sub, sobald ich meinen Kaffee gemacht hab. Nein, das wusste ich nicht! Warum kann man mit Schütteln hüpfen? Das ergibt keinen Sinn! Das ist ja überkrass! Das ist ja anders heftig! Das ist das Speed-10-Twitch! Ah, das Speed-10-Twitch! Bro, Entschuldigung, jetzt hab ich Speed-10! Das ist mein Fehler! Das war gar nicht Gaming-Lama! Gaming-Lama, ich nehm dir leider die Ehre wieder weg! Und, ähm, ich geb's die Speed-10-Twitch! Ah, der Impi mit seinem ersten sinnvollen Act heute! Warum kann man mit Schütteln hüpfen? Das ergibt so gar keinen Sinn! Okay, Freunde, äh, ich mach mir kurz meinen Kaffee! Hey, hey, hey! Spooner vor! Spooner vor! so wie viel habe ich? 300 noch! 300! ich mach meinen Kaffee, dann geht es weiter! Das war's für heute! Das war's für heute! So, dann machen wir wieder Ingame Sound an! So! Geil, geil! Ne, warte, ich glaube ich muss in die Richtung! Das müsste jetzt glaube ich passen, oder? Oh, noch nicht! Tatsächlich noch nicht! Moment! Hast du schon was gegessen? Nein! Nein! Ich glaube bis zum Ende des Runs wird das auch nichts mehr heute! Ein Gifte von Anime Channel? Oh mein Gott! Ja! An Gaming Lama! Mit seiner First Time Chatter Nachricht hat er meine Aufmerksamkeit erregt! Und Alex mit dem Prime! Dankeschön! 7000! Let's go! Let's go! An Stand einfach! Let's go! Let's go! To be honest! Oh! Uiuiui! Jawoll, Freunde! Der, der Cancel der Paralyse Animation! Kommen wir auf die nächste Podcast-Folge? Oh, das klingt schön. Morgen Vormittag nehmen wir auf. Richtig Domi, das ist der Plan. Gerade Brawl Stars auf Meister pushen. Wer kann helfen? Bro, warte, ich mach kurz. Ich bin, glaube ich, Rang... Veterinär bin ich, glaube ich. Aber ich spiel nur mit Kozaiku. Support. Sehr verehrtlichen Dank für deine 13 Monate, Prime-Mann. Ja. 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 Ich glaube, das war... Nee, noch nicht ganz. Gleich war es das mit dem Snow Kingdom. Dieser absolute Ultra-Random-Mond. Hier gibt es den geilen Shortcut. Imagine da diese U-Kurve laufen. Oh. 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 So, jetzt müsste ich entweder... Alle Monde haben oder einen zu wenig? Einen zu wenig, okay, dass du in die Hinweise kannst. Alter, und tschücher, danke nochmal für die 100 Bits. Süße Herzen. Ach nee, wenn ich jetzt Kaffee trinke, muss ich eh gleich wieder aufs Klo, ne? Time Out ist wirklich einer der coolsten Emotes bei uns im Chat aktuell. Nee, hier geht's einfach mit dem Porträt rauf. Kein Snowdram. Live ist auch sehr stark, ja? Vor allem beides neue Emotes, ne? Das sind beides sehr frische Emotes in der Emote-Familie. Forstland kann sehr geil sein, wenn man hier die Route hinbekommt. Forstland kann auch sehr verwirrend sein. Oh, Bro, dankeschön. Sehr lieb. Bruder, ich bin zu klein, oder was? Oh, ich brauche mir erst mal dich hier. Da waren wir Inside the Rock in the Forest. Ah ja, ich weiß, was es ist. Das ist da, wo ich beim letzten Mal dachte, es wäre der Rollfels. Aber es ist nicht der Rollfels. Das ist der Mond, wo wir den Panzer runterbringen müssen. Ey, Hydra, mit dem 19. Dankeschön. Schön, dass du da bist. So, muss ich jetzt das Hint-Art abchecken? Aua. Bübi, ich war seit einer Woche nicht mehr im Time-Out. Bist du stolz auf mich? Mach vier Wochen draus. Dann bin ich stolz auf dich. Ich check jetzt auch einfach genau die Route. Das ist so angenehm. Jetzt auch Bock auf Odyssey. Du, bei dem 880er-Run kann man nur Bock kriegen. Ey, auch ich, wenn ich mal, bevor ich es jetzt hier selber gemacht habe, ne? Wenn ich das immer bei anderen gesehen habe, war ich auch mal so, Alter, ich muss das auch machen. Das sieht so fucking cool aus. Ähm, The Run. Ich habe einen Zwischenstand für die Tickets bekommen. Aber das war direkt am Tag nach der Ankündigung. Also, die Ticketverkäufe, quasi, es waren die Ticketverkäufe von Mittwoch. Ähm. Seitdem nicht mehr. Und da die Agentur über Oster natürlich Feiertag macht. Leute, ich mag Menschen nicht, die einen normalen Alltagsrhythmus haben. Ähm. Kriegen wir die nächsten erst am Dienstag. Und dadurch passt das leider nicht mehr in die Podcast-Folge. Das sackt extrem. Aber naja, machst du nichts, ne? Normal arbeitende Menschen und so. Unverständlich. Ja, Marco, es war ja kein wirklicher Drop. Also, die Clothing Drop war ja kein wirklicher Drop. Wir haben ja auch die Promo bewusst ganz, ganz, ganz gering gehalten. Ich meine, ich habe, glaube ich, zwei Insta-Stories gemacht. Und ich habe hier den Twitch-Command. Sonst haben wir ja gar nichts gemacht. Äh. Und das war auch ganz bewusst so. Weil wir einfach die Aufmerksamkeit einfach, wir wollten nicht das zu krass ankündigen. Erstens, weil ein richtiger, großer Drop, äh, ne? Mit krass designten Klamotten und allem noch kommt. Und wir wollten jetzt auch nicht, dass bei dem, in Anführungszeichen, Drop, beziehungsweise beim Release der Essentials, womit wir ja den Shop jetzt immer aufmachen, dass dann aufgrund von zu hohem Andrang auch die dann irgendwie direkt wieder weg sind. Und deswegen haben wir es bewusst niedrig gehalten, das sich jetzt so Stück für Stück verbreiten kann, dass der UI-Shop immer, äh, immer sozusagen offen hat. So, warte mal, wir machen es jetzt anders. Also normalerweise kann man, äh, glaube ich, die, die direkt während dem Notensammeln mitnehmen, aber ich mach das lieber parallel. Let's go. Ja, Tim, wir müssen mal gucken, die nagelt mich nicht so sehr auf diese fünf Stunden fest. Slowbro, danke schön. Nagelt mich nicht so sehr auf diese fünf Stunden fest. Das ist nur eine Schätzung. Das ist nur eine Schätzung. Oh, Bruder, jetzt, äh, echt? Akku macht jetzt noch Waxen? Ich glaube, es kracht. Einmal ist erst mit dem Muck hier wieder aus. Der ist ja so triggernd. So, äh, halt der Maul. Ich glaube schon, dass ich gut in der Zeit stehe. Doch, ich bin sehr zufrieden. Wir haben noch keine dicken Timelosses gehabt. Also, wir hatten es noch nicht so, dass ich, keine Ahnung, minutenlang nicht wusste, wo ich hin muss oder so. Ich habe immer noch eine sehr gute Übersicht. Habt ihr das gehört? Nein, Brini, habe ich wirklich? Ich schäme mich. Ich schäme mich. Entschuldigung, vielen Dank für dann insgesamt 200. Okay, ja, der Dino klappt gut. Okay. Machen wir es anders. Hätte ich direkt machen sollen. Wow. Okay, der kam einfach mit. Ich bin stuck und ich bin in ihm stuck. Okay. Du hast aufgepasst. Muss ich hier schnell sein. Also, pass auf. Das hier? Nee, das ist nicht der erste. Das hier ist der erste. Ich muss mich jetzt sehr beeilen, dass der, dass der Dino, äh, nicht, sich jetzt hier zurück verwandelt. So. Dann müssen wir den Rolling Rock kaputt machen. Sehr gut. So, dann die Purples on a large. Was sind die hier? By the, by the, by the babbling brook in the deep woods. Das war, das war hier oben. Der babbling brook, brook war irgendwie plätschernder Bach, ne? Das haben wir dann sogar gegoogelt, weil ich, weil ich mit dem englischen Begriff nichts anfangen konnte. Ja. Nee, du bist wirklich stabil platziert auf jeden Fall. Danke, Dino. Danke, Dino. Wie immer gruselig. Ich hab, wie immer, keine Ahnung, wo wir, wo wir hin müssen. Boah, aber ich hab gestern Abend, by the way, ne? Also, das ist, alle Bayern werden das kennen und alle, die aus der Großstadt kommen, werden lachen. Ne? Gerade so bayerische Kleinstadt, ne? Hat ja quasi, werden ja ab 20 Uhr überall die Bordsteine hochgefahren, ne? Alter, das ist ja wirklich krass. Du kriegst ja quasi gar nichts mehr ab 8 Uhr. Aber wir haben mittlerweile einen Döner hier, Freunde. Der hat bis 22 Uhr auf. Ich weiß, das ist für alle Großstadtmenschen, die denken sich so, Digga, bei uns haben Döner 24-7 auf. Bei uns ist das krass. Hier hab ich gestern Abend einen richtig geilen Döner gegessen. Und es gibt sogar noch einen Kaffee, welches dann sogar noch länger als 22 Uhr aufhat. Ich hab gestern einfach einen ultra schmackhaften Döner nach 20 Uhr gegessen. Und dann noch einen leckeren Cappuccino gesippt. Ich hab's brutal enjoyed. Das war wahrlich ein schmackhafter Döner. Das hab ich nicht gesagt, Tama. So, 500, dann 3.116. Ja, vor allem ist es ja, glaube ich, irgendwie... Es ist ja... Also, ich glaube, man könnte in Bayern auch gar keinen Laden aufmachen, der 24-7 aufhat. Weil es ja gesetzlich verboten ist, glaube ich, ne? Genau 3.116, let's fucking go. Aber warte, ich hab Schiss. Ich hab Schiss. Hier haben die Läden... Also, die Läden machen nicht so früh zu, weil sie alle Bock haben. Sondern weil sie müssen. In 6-mal-Stunden-Wuwachs. Oh, schön. Noch mehr Menschen pfeifen sich Drogen rein. Sind unerfolgreich. Freunde. Das ist eine Chance. Das ist eine Chance für alle, die erfolgreich werden wollen. Ab morgen habt ihr weniger Konkurrenz. Es ist jetzt zwar ein bisschen natürlich lustig-lustig-tralalala, aber ich mein das schon ernst. Also, ich... Das ist, äh... I don't know. Ich würde nicht kippen. Auch wenn's egal ist. Alter, du Maschine! Du ehrst mich, du ehrst mich. Das selbe kann man auch zu Alk sagen. Ja, schon. Definitiv. Aber ich glaub, mehr Angebot sorgt auch für mehr Abstürze. Würde ich mal behaupten. Wir haben ja schon drüber geredet. Ja. Wir haben ja schon drüber geredet. Ähm... Ich bin absolut cool damit, dass es legalisiert wird. Weil wenn Kippen und Alkohol legal sind, gibt es keinen Grund, Gras nicht zu legalisieren. Also, da bin ich, äh, absolut entspannt. Also, ich bin keiner der... Äh, kein, kein, äh, Weed-Hater. Aber prinzipiell bin ich so der Meinung, glaub ich, dass einfach noch mehr Zugang zu Drugs fraglich ist. Also, man könnte ja das gesamte Konsumgüterverhalten infrage stellen. LSGA, hab ich da eine 207 vercheckt, Bruder? Was bin ich, was, was bin ich für ein Mensch? Was bin ich für ein Mensch? Warte mal. Over the side of the deck. Nee, es ist nicht hier, ne? Hier sind keine lila Münzen. Naja, pass auf. Dann düse ich jetzt nochmal hoch. Aber jetzt nochmal, Elsga. Danke für die Mitteleid. Vier Jahre beste Unterhaltung. Bist der beste... Ey, dankeschön, Mann. Tut mir leid, dass ich es nicht gesehen habe. Das scheint mir irgendwie... Irgendwie durchgerutscht zu sein. So, warte, aber ich quatsch jetzt trotzdem schon mal mit Peach. Dann haben wir das nämlich auch schon weg. Aber jetzt muss ich ja wieder auf die normale... Auf die normale... Wo ist er? Ey, der Sauf-Nemote ist so witzig. Der ist so gut. Not under the observation deck. Das müsste wahrscheinlich... Oh, der hier sein, ne? Okay. Oh, aber hier sind... Oh, geil. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist hier... Aber was ich gestern mitbekommen habe... Bayern hat einen übelsten L-Take gemacht. Also ich mag ja Bayern sehr gerne. Aber Bayern hat jetzt Gendern verboten. An Schulen und Unis. Ist das... Ist das true? Kann das jemand bestätigen? Nicht, dass ich jetzt irgendeine Scheiße erzähle, ne? Aber ich glaub... Ich glaub, das ist jetzt legit verboten. Das ist das Dümmste, was du tun kannst. Also Gender nicht zur Pflicht zu machen, ist die eine Sache. Es aktiv zu verbieten... Das ist krass. Das ist krass. Aber da geht es jetzt gar nicht mal prinzipiell ums Thema Gendern. Sondern allgemein. Ne? Sachen verbieten. Eine Verbotspolitik. Oder allgemein. Eine Verbotskultur. Das fängt ja im ganz kleinen Rahmen an, ne? Auch wenn Eltern ihren Kids etwas verbieten. Ne? Das ist einfach... Einfach weird. Nur an Schulen. Ich glaub, Schulen und Ding, ne? Also, äh... Ich glaub, Schulen und Unis. Oh, ne, ich muss halt... Undlein. Naja, genau. Der Meinung bin ich auch, Jacqueline. So, Verbotskultur juckt nicht. Einfach die Menschen machen lassen. Wer gendern will gendert, wer nicht gendern will, gendert nicht. Aber verbieten ist dumm. Genauso wie verpflichten. Finde ich auch dumm. Einfach... Einfach Menschen machen lassen. Macher. Macher. Was ist das? Wihuuu! Ey, sie willst jetzt die bayerische Mastbier hier angreifen. Machst du jetzt diesen! Ja, 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 ja. Lass uns gar nicht drüber reden, Jacqueline, ich verstehe 100% was du meinst. Lass uns gar nicht drüber reden. Darauf erst mal den Speedrun bei Hubies Eier lecken zu blicken. Ja. 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 Ja, Bro. Ich zünde mir gleich eine Spezi. Ja, Bro. Nach dem Kaffee und nachdem ich auf dem Klo war, zwiebel ich mir eine schöne Spezi Zero rein. Ich muss hier rüber, ne? Wihuuu! Boah, dass der Jump funktioniert. Wihuuu! 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 So, Back Way Up The Mountain. Was? Da muss ich jetzt... Moment. Wo war die 2D-Area? Hier, ne? Ich glaub, das war die. Ja. Na, Hello Gamer! Für uns Christen ist die Fastenzeit vorbei. Ramadan ist der Ramadan, ne? N oder M mit... Bro, jetzt bin ich dumm. Ramadan mit N hinten. Ramadan ist noch. Aber ich glaube auch nur noch eine Woche, ne? 9. März ist der letzte Fastentag. Ich glaube, du meinst April. Aber ja, das würde passen. 30. März ist Weihnachten. Aber wo ist denn die Moonpapiere? Ach stimmt, da war ja was mit dem Akku. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und die hat leider nur zeitlich limitiert möglich war. Weil die können ja nicht ewig lang dieses Spiel produzieren. Ist ja keine Software, die einfach immer verfügbar ist. Kannst ja die Fabrik nicht ewig laufen lassen. So, warte, ich brauche hier mein USB-C-Kabel. B-b-b-b-b-b-take-not-to-the-observation-deck. Das habe ich schon gemacht. Peach dann oben ansprechen und danach. Ja, es ist sehr schade, dass sie in der, dass sie die, äh, so eine weird Mario 64-Version. Shindu heißt sie, glaube ich, ne? Oh, nee! Ich muss die Nuss nochmal hochbringen. Okay, ich dachte, es bleibt gesaved. Dass sie die Shindu-Version in der Video-Eusters-Version genommen haben. Killer, ich habe, ich habe getrashed-talked. By the way, ich glaube, ich habe ein neues Lieblings-Pokémon. Es wäre ja ganz lang nach Tara. Aber ich glaube, mein neues Lieblings-Pokémon ist Unratütox. Ohne Scheiß. Unratütox ist so ein King-Pokémon. Ich bin jetzt letztens in, in, in Poképark 2 nochmal auf Unratütox gestoßen. Es ist so ein geiles Mon. Ich feiere das Ultra, ohne Scheiß. Das ist die Mülltüte, ja. Ey, Lorenzo, es geht! Schön, dass du da bist. So, looking down on the Goombas. Oh, verdammte Axt. Das war, ich glaube, die Nuss da oben, na? Hoffe ich. No! Code, 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 Code! Okay. Wir brechen das an der Stelle einfach mal kurz ab. Ah, nee! Ich muss ja hier mit, mit, mit Glideon hinfliegen. Bjarne, grüß dich, was geht? Habt ihr gerade diesen U-Schrei von Princess and Peach gehört? Oh, was geht's? ... Oops. Warte mal, wo muss ich hin? Da? Warte mal, da oder? Nee, warte mal, über den Klippenrand. Oder war das hier? Nee, nee, ich glaub, das war schon da. Koten, 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 Koten! Ultrakoten! Och nee, ich bin den Deep Roots, ne? Oh, ich bin tot! Wo ist denn das? Über dem Klippenrand, wo bist du? Digga, nicht schon wieder. Jetzt spiele ich aber auch wirklich wie ein Anfänger. Und jetzt bin ich in den Deep Roots. Aber ich lande direkt vor dem Bodenstange. Es liegt aber auch dran, dass ich aufs Klo muss. Da spiele ich, glaube ich, ungeduldig. Eisenbergstraße. Erstmal zur Eisenbergstraße. Alter, Mavi, was geht. Sag mal, wo? Ist das da? Ist das der Mond? Testen das jetzt einfach. Nee, ist er eben nicht. Ist er eben nicht. Aber ich laufe da jetzt trotzdem mal lang. Ich, 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 ich habe immer wieder Probleme, diesen Mond zu finden. Ohne Scheiß. Der da ist es. Ich hätte einfach noch weiter runtergehen müssen. Okay. So, den, den, den Goomba-Mond haben wir ja schon gemacht. Hast du dafür trainiert? Also, wir haben einmal den Run, äh, vor zwei Wochen, glaube ich, gestreamt. Also, ihn langsam über mehrere Streams verteilt. Nein! Nein! Oh, 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 oh. Morgen, Momosaurus. Nein, der macht wieder einen Schuh, ne? Oh, nee, nochmal gesaved. Okay, strong, strong. Aber jetzt nicht verkacken, man kann das hier immer noch verkacken. Sehr gut. Scharfe Kapern wäre sehr praktisch, ja? Aber die haben ja einen Sombrero auf, deswegen kannst du sie nicht kapern. Oh, 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 oh. Danke, Impi. Äh, das Ramon? Nein, höre ich nicht. Ja, Piranha-Pflanzen kann man kapern, das ist korrekt. Ja, Piranha-Pflanzen kann man kapern, das ist korrekt. Ja, der Run ist nicht so gut. Woher hast du die UE-Kette? Aus dem UE-Shop. Nico, da gibt es ein frisches Prime, Mann. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Geklaut. Eigentlich war es eine Adidas-Kette, aber die habe ich geklaut und dann eingeschmolzen. Und woher hast du das UE-Parfümen? Jetzt frisch gerestockt auf UE-Clothen.de. Ach so, alle, äh, aktuell gibt es die nicht, aktuell gibt es die nicht. Die war, die war limitiert. Auf, ich glaube, 50 Stück hatten wir damals gemacht. Aber, äh, wir überlegen dieses Jahr wieder Schmuck zu machen. Also gibt es UE-Sachen im UE-Store, faszinierend. Wenn der Storzenhof immer auf hätte. Oh, Bruder, das ist ja die Sub-Area, wo man sich immer denkt, ey, jetzt merke ich mir irgendwann mal, wo die Mond-Medaillen sind. Und dann merkt man sich's nicht. Wobei, vielleicht habe ich Chancen. Oh mein Gott, ich habe, ich habe diese Sub-Area noch nie so gut gespielt. Jetzt muss ich noch den Secret-Mond finden. In irgendeiner Rückseite. Ah, nee, warte mal, ich bin in die falsche Richtung geflogen, Moment. Ah, doch nicht perfekt gespielt. Aber, aber, also, besser als sonst. Besser als sonst. Ey, ich habe den Run noch nie gemacht. Das ist mein erstes Mal, dieser Run, deswegen habe ich keine PD. Ich kann mir überlegen, ob ich ein Moonskip-Tutorial als, äh, Short, als Short mache. Äh, Impiep. Von Vibes ist tatsächlich noch was da. Bloß, wir haben es nicht geschafft, das ins Versandlager zu schicken. Die Vibes-Sachen liegen noch bei mir im Keller. Ich denke, im Rahmen meines Umzugs schicken wir es dann rüber. Ja, Vibes-Sachen kommen noch. Aber, ich kann noch nicht sagen, wann. Ich kann noch kein Datum geben. Also, ich könnte nicht meines geben, selbst wenn ich wollte. Ja, genau, Domi, das. So, warte mal. Ich höre den Vogel, aber ich weiß nicht, wo er fliegt. Aber warte mal, es gab ein Backup. Es gab ein Backup für diesen Bird. Ich weiß, glaube ich, sogar noch, wo. Hier müssen wir jetzt gleich mal nachdenken. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Die Nuss, by the way, habe ich beim letzten Mal in meinem Trainingsrun vergessen. Habe ich die jetzt auch. Na ja, Bruder, du kriegst ja gleich deinen Strung. Boah, hätte ich die mitnehmen müssen? Ja, die hätte ich mitnehmen müssen. Äh, so, USB-C-Kabel. Let's go. Ich hoffe nur, der lädt jetzt mehr, als er verbraucht. Weil, gerade nachher, wenn ich wieder viel schütteln muss, habe ich keinen Bock, dass dieses scheiß Kabel da in der ganze Zeit mit schüttelt. So, warte mal, das Backup ging, glaube ich, so, dass man sich hierhin teleportiert. So, und ich glaube, na, dann hier rüber müsste man gehen. Oh, nee, oh nee! Nein! Oh, shit, man. Yes, okay. So, und da muss ich jetzt wieder hier rüber. Das schwerste oder dümmste Kingdom für den Run? Äh, tatsächlich würde ich sagen... Also, das schwerste ist, glaube ich, tatsächlich Küstenland, weil es echt schwer ist, sich im Küstenland zu orientieren, weil die Monde echt alle gleich heißen. Äh, das dümmste ist wahrscheinlich das Mushroom Kingdom. Äh, ja, und genau, das schwerste ist auch noch Küstenland, weil da auch noch Volleyball ist. Äh, und das dümmste ist wahrscheinlich Mushroom Kingdom, weil du da die 60 Monde von Toadette bekommst. Und das dauert einfach so 10 Minuten, glaube ich, bis du alle einzeln abgeholt hast. Oh, okay. Das war's für heute. Rage to me reicht jetzt auch mal mit den sinnlosen Trollnachrichten, Bro. Du stellst schon sehr viele Trash-Nachrichten. Irgendwann ist es doch gut. Irgendwann muss auch zwischendrin mal was Sinnvolles bei rumkommen, um die Trash-Nachrichten wieder zu rechtfertigen. Ach Mist. Ach Mist. Ah, warte mal, den abnimmst du von hier oben, ne? Ne, warte mal. Doch, spawnt hier nicht irgendwo so ein Pflanzenvieh? Ne, hä? Äh, hä, hä, Moment, Moment, Moment. Ich dachte, hier würden irgendwo solche Pflanzen spawnen. Tun sie aber nicht. Der taucht, dreimal taucht der auf. Einmal im Forstland. Grab Uproot vom, ach, da drüben jetzt. Einmal im Forstland, einmal im Bowserland und einmal auf der stockfinsteren Seite. Jo, auf einen, ne? Okay. Okay. Und dann müssen wir, glaube ich, einfach wieder hierher zurück, ne? Nee, Eisenbergstraße 8 hier. Das klingt einfach wirklich wie so eine Adresse, wo man ein Paket hinschicken kann. Mh, nochmal wissen die Timer-Challenge da. So, sorry, dass ich gerade ein bisschen konzentrierter bin. Äh, aber ich hier im Rudit muss ich, äh, bin ich sehr konzentriert, um alle zu finden. Oh, verdammt, da brauche ich den Kollegen, ne? Das müssen wir nochmal machen. Gerade zweite Werbepause innerhalb von einer Minute, das kann nicht sein, weil Twitch darauf achtet, dass man nur in einem gewissen Abstand Werbung bekommt. Das heißt, wenn du den Stream betrittst und Werbung bekommst und der Streamer würde kurz nachdem du den Stream betreten hast und Werbung bekommen hast, manuell Werbung schalten, würdest du diese Werbung nicht sehen. Aua. Warte mal, ihr Purpose directly below the cliff nut. Und, ah, hier, hab ich die schon geöffnet, ja. Und ich bin nur diese eine Natt da unten noch. Sehr gut. Oh Gott, wo war denn das, wo war denn das Campfire? Ah, da vorne, ne? Da vorne. Sehr schön. Na, Lina. Purpose by the uproods back around the corner. Ah, da oben, ja. So, und jetzt, jetzt erinnere ich mich. Moment. Hier hatte ich auch Fettprobleme beim letzten Mal. Genau, erstmal du. Genau, und dann geht man hier schon weg. Ich dachte immer, dass hier noch irgendwas drin wäre. Ich mache 880 Monde, Nico, wie es im Titel steht. Äh, nein, habe ich nicht. Äh, ja. Wo habe ich? 80? Lila? Ja. Ja. Wie alt bist du? Äh, 19. Bro, mir fehlt eine komplette Mondrührung. Moment mal. Die habe ich noch nicht. Was war das für eine Area? Hoffentlich was Cooles. Ah, ja, okay. Das ist okay. Das ist, das ist tatsächlich okay. Was musste ich jetzt hier machen? Im unteren Karpon, ne? Und dann selber fliegen. Boah, Bruder, Bruder, Bruder. Kamera. Super-Stummoat hatte hier teilweise richtig krassen Scheißraber. Und das war, das war sehr, sehr übel. So. Habe ich 75 von 76? Yes. Und es läuft. Es läuft. Das war's für heute. Kannst du mir sagen, in wen ich verliebt bin? Ja, darfst du. Ach Gott, hier war mir diese Hinweiskunst. Warte, warte, warte. Das hab ich mir grob gemerkt. Das hab ich mir grob gemerkt. Das war hier. Schade. Warst du jetzt näher dran oder weiter weg? Nee, warte. Da, wo der Schatten ist. Ah. Nee. In die Richtung, wo der Schatten zeigt. Irgendwo hier. Jawollo. Ja, ich hab mir das noch gemerkt. Weil dumm ist nur, wer dumm mit einem M schreibt. Ja, ich hab mir das noch gemerkt. Oh, das ist ja. Ja, ich hab mir das noch gemerkt. Ja. 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 Das war ein Turbostart in die falsche Richtung. Wie kannst du deine andere Welt, ohne die Monde abzugeben, mit dem Portrait, was ich vor einer Minute verwendet habe? Oh, die Stolke ist hier so cringe. Im Mondland geht es schnell voran, das ist das Schöne. Im Mondland, Digger. Im Wüstenland, damit man schnell Monde, wollte ich sagen. Also mein... Okay, mein Hirn fängt langsam an, Dinge zu tun, die es nicht tun sollte. Oh, das ist das Schöne. Oh, ah So, dann muss ich jetzt, glaube ich, hier dann Genau, passend raus Und dann nehme jetzt, glaube ich, ich Kollege gleich Und dann flatterst du mich hier rüber Sehr gut Oh, im Wüstenland geht's so schön Das liebe ich im Wüstenland so sehr Das Wüstenland hat echt viele Monde Und die sind so leicht erreichbar Hast du den Impossible Jumps eigentlich selbst beigebracht Oder durch Tutorials? Ich würde sagen, so 80% selbst beigebracht 20% Tutorial, würde ich jetzt mal behaupten Klar, man muss sich schon mal angucken Wie ein Homing Capcrawl funktioniert Aber dann so, wie man Also in welchem Winkel man Mario am besten abfeuert Und so das Timing und so Das ist einfach Gefühlssache Durchs selber machen Er agent, ich habe alle YouTube Streams nur auf nicht gelistet gestellt Es gibt eine YouTube Playlist, die heißt Livestream Aufzeichnung Also such einfach mal nach Hübi Livestream Aufzeichnung Und wenn du da dann Dich durch die Playlist scrollst Wirst du die Streams dann finden Dich durch die Streams dann Warte mal, wo war die denn? War die da vorne? War die hier? Ne, die war weit in die Richtung YouTube zeichnet bis 12 Stunden auf Okay Findest du die Möglichkeit Nachrichten zurückzuziehen Oder löschen können Sinnvoll Äh, ja Ja, doch schon Hat die mein YouTube? Ja, aber ohne Scheiß Lea, genau auf diesem Niveau redet man da Genau auf diesem Niveau redet man da Wirklich Also jetzt wird nicht so stupide Aber wirklich in die ähnliche Richtung Also das ist so Da werden die dann Sachen als Insider-Infos verkauft Die einfach Also Da wird dir einfach quasi nur das FAQ vorgelesen Du bekommst keine echten Insider-Infos Dir wird quasi nur einmal Alles präsentiert Was im FAQ steht Es ist Es wird also ohne Scheiß Und vor allem was ich auch geil fand Boah Zum Glück weiß ich keinen Namen Sonst würde ich den YouTuber übelst wegranten Aber wir waren da Auf diesem YouTuber Wir sind hier in München Und Ich weiß nicht von wem das kam Aber da hat Da saß man dann so In so einem großen Raum Vorne auf der Bühne Waren so ein paar Vorträge Und dann ging es auch um YouTube Streaming Ne Und da wurde dann auch gesagt Bro, was ist das eigentlich mit YouTube Streaming Du findest keine Streams Es sind kaum Mod-Möglichkeiten Also all das Was wir schon seit Ewigkeiten kennen Ne Das YouTube Streaming halt zackt Wurde da auch besprochen Dann kam wieder Ja, leiten wir dann weiter Ja, wahrscheinlich leiten die das weiter, Digga Wahrscheinlich gibt es bei Google Irgendjemanden Was ein deutscher YouTuber gesagt hat Aber auf jeden Fall Kam dann eine Frage Von einem Streamer Schrägstrich YouTuber Ähm Wann denn Das ist nicht gelogen Das ist Also ich krieg's nicht eins zu eins zitiert Aber Sinnhaftig war es genau das Wirklich Äh Wann denn Auf YouTube Ähm So Giftet Mitgliedschaft Ne Ranglisten Eingeführt werden Weil das animiert Die Zuschauer Mehr zu spenden Weil sie auf Platz 1 sein wollen Und das sichert Finanzielles Einkommen Das wurde Da gefragt Öffentlich Laut David und ich Sind so Weggecringed Ihr könnt's euch nicht vorstellen Das war Digga Das Also David und ich Haben uns angeguckt Wir Wir wussten Wir waren sprachlos Wir waren einfach nur sprachlos Aber so ticken andere YouTuber So das ist so Und wie gesagt Dann wundert's mich auch nicht Wenn die sich mal mit den Analytics auseinandersetzen Wenn die schon damit an die Sache rangehen Wenn die schon damit an die Sache rangehen Da wird einer Da weiß ich wer es ist Aber ich werde den Namen nicht nennen Weil ich hier niemanden mit meinen Karren fahren will Ein YouTuber war als Shorts Spezialist Eingetragen Der sollte quasi so ein bisschen erklären Wie man Shorts gut in seinen YouTube Kanal einbindet Und der hat dann eben so Sachen erzählt wie Ja in einem Short kann man jetzt unten ein Video verlinken Und Streamclips funktionieren sehr gut Bla 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 So das eine wusste man schon Das andere ist Schwachsinn Und der Profi Und der Profi hatte im Schnitt 10.000 Views auf seinen Shorts Der hatte glaube ich zwei virale Shorts Die irgendwie so eine Million gemacht haben Und alle anderen waren so bei 10.000 bis 15.000 Views Und das ist für Shorts echt wenig Und der hält dann einen Vortrag Weißt du und wirklich David und ich wir saßen da so Da geht es nicht um die Größe Da geht es nicht darum Dass wir sagen Ohohoho Keine Ahnung Wir sind ja viel krasser Weil wir mehr Klicks haben Sondern es waren YouTuber Mit viel viel mehr Abonnenten als wir Viel viel weniger Klicks auf den Shorts Und der hält dann den Vortrag Wie Shorts funktionieren Also Digga Und dann hat der Applaus bekommen Und Leute haben ihm Fragen gestellt Und wir saßen da Und dann so Wirklich wir waren so Passiert das hier gerade? Ist das hier das YouTuber Meeting Mit den YouTube Mitarbeitern Wo man Insider Infos Und geheime Streps für seinen Kanal bekommt? Wir konnten das nicht fassen So krass Ich meine zum Connecten war das Event trotzdem cool Ich meine du warst mit vielen YouTubern an einem Ort Du konntest Menschen kennenlernen Ähm Also zum Connecten war dieses Event sehr gut Ich will das Event an sich gar nicht ranten Aber die Insider Infos Und die Best Practices und Tipps Die du bekommst Die waren einfach crap So Die waren einfach Mist So Muss man einfach so sagen Also jeder mit ein bisschen YouTuber Menschenverstand Findet das mit Mit ein paar Stunden Googeln raus Hey holl ich denke was geht Die Vorträge hätte man sich Also wenn es nach mir gegangen wäre Hätte das Event ruhig noch mehr auf dieses Connecten Aufbauen können Also es war wirklich halt cool Mit YouTubern zu quatschen Die du halt sonst nicht persönlich triffst Das war sehr cool Aber auf diese Vorträge hätte ich verzichten können Also David und ich haben aus diesen Vorträgen nichts mitgenommen Da war keine einzige Neuigkeit dabei Das Einzige was ein bisschen spannend war Aber das hat jetzt weniger was mit YouTube an sich zu tun Da hat einer so ein bisschen erzählt Ähm Was ist Ähm Was es alles so für AI und KI Tools gibt Also er hat so ein bisschen in Richtung KI und AI sensibilisiert Und hatte da auch eine ganz coole Präsentation Das muss man einfach sagen Das war cool gemacht Äh Einfach mal so zu sehen was AI und KI so kann Jetzt weit ab von JetGPT Ähm Das war cool Aber ansonsten war das jetzt Eher so War jetzt nicht so viel Knowledge dabei Hm So warte mal Wo muss ich denn jetzt hin Äh Da drüben Zum P-Switch Da war ich glaube ich noch nicht Und da muss ich auf den Säulen noch eine Standvertacke machen Ich habe jetzt in dem Kopf Wer zur Hölle isst Pizza ohne Randlaternenleuchter So warte mal So warte mal Found with Bowser Kingdom Art war hier ne Warte mal Oder war das hier dazwischen Ne Bro das War das nicht hier Ich dachte das wäre hier gewesen Warte mal Ah hier Ich wollte gerade zeigen Das war doch hier Also I don't know Pizza immer mit dran Also wo ich es eventuell Also wirklich nur eventuell noch nachvollziehen kann ist Weil diese American Pizza Wo die so richtig dick Teig haben Wo der auch wirklich nur begrenzt knusprig wird Weil es eben so viel Teig ist Da würde ich sagen Okay Maybe da ohne Wenn er vielleicht so richtig So nass Weird Latschig Whatever ist Dann okay Maybe Aber sobald der Rand auch nur in irgendeiner Weise knusprig ist Geschweige denn bei so einer richtig geilen italienischen Pizza Bro das Da ist der Rand das halbe Erlebnis Ja aber Lea Da sind wir auf einer Wellenlänge Es kann nie genug Dips zu allem geben Ganz alles dippen Oh ich habe den Mond vergessen Gut Also war dumm Oder? Hallo? Junge Danke Oh der Bird Habe ich den Bird? Ne den Bird habe ich glaube ich nicht Moment Moment Wenn der jetzt da auch gleich kommt Dann nehmen wir den gleich mit Käse im Rand ist auch geil Brauche ich nicht unbedingt Aber ich sage mal Wenn das irgendwo ist Dann sage ich so Ne Klar Warum nicht Aber muss halt auch sagen Da macht halt Ein Stück schneller Da macht halt ein Stück mehr satt Dann schaffst du nicht so viel Vom geilen Belag Das muss man Muss man Vorsichtig abwägen Wo war ich hier nochmal Jetzt habe ich das selbe Problem wieder Hier drüben War das Hint Art Ja genau Was brauche ich hier Track 61 ZR 5 times Okay 1 2 3 4 5 Let's go Ich habe nie Pizza Rand weggelassen Never Ich habe auch Toast Rand Zum Beispiel nie weggelassen Boah ich muss jetzt langsam Echt dringend aufs Klo Vielleicht glaube ich Muss jetzt mal kurz Eine Zwangspause machen So wo ist der Hund Da Der rennt doch dann übel los Ne Ja Ich glaube tatsächlich Freunde Dass die Äh Oh nein Ich glaube tatsächlich Dass die 12 Stunden Recht gut hinkommen Also wenn ich jetzt mal So grob gucke Wie wir vom Progress sind Das sage ich nicht irgendwie Galaxy 2 Core ist der beste Core Den Nintendo je gemacht hat Pfff Bitte nicht Bitte nicht Einfach immer in Bedingung bleiben Einfach immer in Bedingung bleiben Dann passiert hier gar nicht viel Rage du mir Du fängst schon wieder an Mit Mit absoluten Crap Nachrichten Die nichts zu sagen haben Es ist eine Sache Es ist eine Sache Crap Nachrichten zu schreiben Bezogen auf das Was der Streamer sagt Oder was ein anderer Chatter gesagt hat Und es gibt dieses Art von Crap schreiben Wenn du es einfach Kontextlos reinballerst Zum Beispiel wie Äh Wie Jui Leons Sparwitze Die einfach keinen Bezug Zu irgendwas haben Und das wird dann Das wird dann einfach Spam Warte mal Ist hier Ah der Ja Jetzt wird geangelt Aber Ich hatte heute Bei zwei von zwei Angelversuchen Direkt den Treffer Ich meine Ich habe eventuell Eine Lösung Fürs Angeln gefunden Mal schauen Ob sich das Bewahrheitet Ähm Bro Würdest du Ja Doch Ich habe es rausgefunden Ähm Es vibriert manchmal Ganz wenig Und manchmal Ein bisschen mehr Aber dann Wenn es Ein bisschen mehr Vibriert Musst du es nicht In diesem ganz kurzen Zeitraum schaffen Sondern einfach nur dann Wenn es etwas mehr Vibriert Dann ziehen Das gilt dann auch Wenn das Vibrieren Schon wieder Aufgehört hat Und wie bei Animal Crossing Am besten gar nicht Nach optischen gehen Sondern einfach nur Aufs Vibrieren achten Und gar nicht Aufs Gameplay schauen So warte mal Jetzt muss ich Chexy wieder rufen Warte mal Wo Hier ne Bei Animal Crossing Funktioniert Angeln Auch am besten Wenn du Wenn du gar nicht Hinschaust Sondern wirklich Nur aufs Vibrieren Achtest Du hast nun 20 Euro Controller Für deine Switch Moly Oh no Ich nehme jetzt hier Ich nehme Jaxi jetzt mal mit Ich habe irgendwie Das Gefühl Dass ich die brauche Dass ich Jaxi noch brauche Obwohl nicht Doch Keep Jaxi Doch 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 Alles gut Jetzt geht das wieder los So Zwischen den Kakteen durch Vor dem großen Busch vorbei Vor dem großen Busch vorbei Vor dem großen Busch vorbei Und bei dem weiß ich es nicht Ich glaube nicht durch den direkt durch Ne Ah zu eng Okay Um den anderen Busch dann drumherum Was Digga Diese Punktberechnung Ergibt Keinen Sinn Wo waren das 95 Wie wird das berechnet Wie So Wii U Nintendo Wii Wii Mini Oh nein Ich bin wieder gehüpft Ja Ja 70 Punkte Digga Das ist 100 Wenn das nicht 100 ist Bro Das muss 100 sein Bro Gebt euch das mal Aber krass Oder War krass Ey Mina Einen wunderschönen guten Tag Herzlich willkommen Zu meinem großen Odyssey Marathon Schön dass ihr hier seid Wir sind Wie ihr es am Timer seht Schon stabile 8 Stunden im Run Stabile 4 Stunden sind Wahrscheinlich noch vor uns Ist aber nur Schätzung Ich weiß nicht was die finale Zeit wird Aber Seid gerne dabei Und findet es heraus Was gab es bei euch Hi Lily was geht Wow Digga Was dieser Spawn Nein Aber warte mal Das kann man save Ja Wollt gehen Dann hast du das letzte Mal Fortnite gespielt Vor eineinhalb Wochen Leider Wird gern mehr zocken Supermarkt Simulator Das Game hat gern übelst einen Hype Ich hab mitbekommen Das ist grad das Hype Game Aber on the Eastern Pillar Müsste vermutlich Der da oben sein Ne Ja Hendrik Es ist nicht so Als ob ich nicht spielen will Ah ne Doch nicht Ich muss da hoch Aber wie soll ich denn da hoch kommen Oder muss ich da rüber Aber wie soll ich auch da rüber Ich muss mir jetzt hier einen Kugel release snacken Oder Wahrscheinlich So der hier Genau Den da rüber lenken Und dann von hier glaube ich Ne Oh Rob 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 Oh der Yui Supermarkt Geht nach zwei Tagen pleite Mir geht's sehr gut Lily Danke der Nachfrage Ich hab noch ein bisschen Hunger Weil ich heute nichts gegessen hab Außer ganz wenig Osterfrühstück um 8 Uhr Aber ich Ich boxe mich durch Ich boxe mich durch Ich bin guter Dinge Ja ich hab ja noch keine Einladung Sindo Also ich mein Amar hat im Stream gesagt Hey wäre doch cool wenn du dabei wärst Aber Ich hab noch keine schriftliche Einladung Und ich kenne Streamer Ich bin selber Streamer Manchmal lässt man sich so im Stream So ein bisschen von den Emotionen mitreißen Und Sagt dann so Ja machen wir Machen wir Bist du dabei Und ja ja cool Und dann fällt einem auf Keine Dann vergisst man es wieder Oder fällt einem auf Man hat doch keinen Platz Oder whatever Also Das ist echt Es ist sehr cool Dass er so diese Einladung Im Stream ausgesprochen hat Aber es kann auch einfach gut sein Dass es nichts wird Tausend Zuschauer Horgies Ja richtig sind doch genau das ist wenn jemand das gemacht hat kann es sein dass ich eventuell dabei bin es ist es sind einfach ganz ganz viele events und da mache ich mir jetzt tatsächlich nicht zu große vorfreude dass ich meine ich mich würde freuen wenn ich dabei bin ich hätte sehr bock ohne frage aber also wie gesagt ich bin ich komplett wrong wo ist denn peach hier wo ich bin jetzt richtig los wo ist peach in diesem kingdom auf der pyramide deswegen muss ich mich hierhin teleportieren wegen der stromleitung oder übelst brain lag gerade gehabt dass das die die das So, dann muss ich jetzt... Hier, Jaxi hochballern. Nee, warte mal. Erstmal brauche ich die hier noch. Ich schaue gerade ein neues Video. Sehr gut, Meister. Aber ganz durchlaufen lassen. Für die Rotsch-Time. Profound with wooded kingdom art. Das ist... Bei diesen Büschen, ne? Hier. Müsste das hier sein. Jawollo. Warum nennst du sie Jaxi? Wie soll ich sie sonst nennen? Ich versuche, die halt seitlich zu treffen, damit es den Kaktus nicht ins Nichts schießt. Weil der Kaktus kann auch runterfallen. Wann kommt Mario? Die Frage ist doch, wann erscheint Mario? Nach der Zwischensequenz wurde mein Input nicht angenommen. Schwierig. Und wie heißt der englische Name, Poké Dave? Und wie heißt der englische Name, Poké Dave? So, und jetzt macht man dann gleich hier die Schafe, ne? Die Schlaf-Schafe. Licker ist dann super im Maut. Ja, diese ganzen Dogs. Licker, Sniffer. Monkey Lick. Die ganzen Tiere, die mit ihrem Gesicht viel zu nah an die Kamera rangehen. Die sind großartig. Nicht zu weit, bitte? Ne. Wirst du Subnautica 2 Nicht-Below-Zero spielen? Bitte was? Was habe ich verpasst? Prinzipiell mag ich Subnautica, aber ich weiß nicht, wovon du redest. Nicht gegen den Kaktus laufen, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ja, aber Shagai, die in der Wüste, die Schafsmission geht voll. Die im Mushroom Kingdom, die ist Mist. Hier ist ja voll entspannt. Es gibt denn Subnautica 2, das Nicht-Below-Zero ist. Hä? Ist das ein Mord oder so? Ich habe gerade keine Ahnung, wovon du redest, Bro. Oh. Wo ist denn jetzt dieser Mond, Dude? Da! Warum gibst du dir die Monde nicht an der Odyssey? War das Zeitkosten? Das abgeben. Es kommt nächstes Jahr Subnautica 2 raus, was Nicht-Below-Zero heißt. War dafür da, um dich zu verwirren. Okay. Danke, Bro. Um nicht zu verwirren. Ach so. Oh. Also, wenn irgendwas Subnautica-Technisches kommt, egal was, habe ich Lust, es zu spielen, um die Frage einmal zu beantworten. Ich dachte zuerst einmal, dass das als Subnautica 3 gehandelt wird. Aber wenn das neue Spiel Subnautica 2 heißt, dann spiele ich auch Subnautica 2. Oh, nee, Digga. Oh, nee, Digga. Oh, nee, Digga. Och, Bruder. Och, Bruder. Okay. Das wird ein Angry-Engine. Ja, in welcher Engine sind die aktuellen Subnauticas gemacht? Ich meine, die aktuellen Subnauticas sind ja eher so ein bisschen so, ich weiß nicht, comic-haft. Aber ja, schon bunter. Ist das auch Unreal Engine? Koop wäre fett. Also, ein integrierter Koop-Modus, so ein richtig guter, wäre ich dabei. Wäre ich definitiv dabei. Machst du auch manchmal Streams auf YouTube? Nein. Ich bin ein Twitch-Fan geworden und dann geblieben. Spiel mal Faithless. Gibt's auf Roblox. Okay. Digga, ich muss jetzt gleich aufs Klo. Ich hab das Gefühl, ich hab zu viel Druck in der Blase. Was ist das? Ja, Digga, ey, ich spiele, als ob ich geistig nicht auf der Höhe bin. Digga, ich port mich jetzt hier einfach raus. Voila! Nee, Raft mit David kommt nicht mehr. Tatsächlich weniger wegen der Aufmerksamkeit. Klar, also ich sag mal, wenn jetzt Raft irgendwie übelst explodiert wäre, hätten wir es natürlich weiter gemacht. Aber es wussten wir ja, dass es nicht passiert. Aber wir hatten tatsächlich nicht so viel Spaß in dem Game. Also auch schon Part 3 war mehr so ein, ja komm, wir probieren es nochmal mäßig. Und, aber wir haben schon beide gemerkt, dass Raft nicht so unser Game ist. Walk to Sandpillar. Was ist denn Sandsäule? Was ist Sandpillar? Grab the seat in the ruin. Ah, hier. Das hier wahrscheinlich, ne? Sandsäule, ah, dahin. Hätten wir heute Abend entweder den Film Pearl Harbor oder Napoleon angeschaut, wäre ich erst mehr zu empfehlen. Also Pearl Harbor kenne ich, der ist gut. Napoleon habe ich noch nicht gesehen, will ich aber auch gucken, weil der auch gut sein soll. Schau einfach beide über zwei Abende verteilt. Pearl Harbor hat einen unfassbar starken Soundtrack. Da glaube ich auch Hans Zimmer, ne? Hast du diesen Sommerregenduft? Oh, ich beneide dich, Ofenkartoffel. Ich beneide dich. Warte mal, der Dude mit den Augen war hier, ne? Ist der Napoleon-Film nicht mehrere Tage lang? Genau. Mhm, genau. So, alles außer das 25er Souvenir müssen wir kaufen und ich muss das Clowns Kostüm kaufen, aber nicht anziehen, ich bete auch etwas für eine April-Info. Ich glaube nicht mal, dass es eine Direct wird. Nintendo Directed nicht im April, aber... So, Investorenkonferenz, neues Geschäftsjahr, irgendwelche Infos. Es sind nur noch Luigi's Mansion Remake und Paper Mario Remake in der Pipeline. So, beendet die Funkstelle, Nintendo, und sagt uns endlich, was los ist. Einfach nur Gewissheit, ich will einfach nur Gewissheit. Und selbst wenn sie sagen, neue Konsole, Winter 25, ey, wäre mir scheißegal, einfach nur Gewissheit. Einfach nur wissen, was los ist. Diese Ungewissheit killt einen. Aber ich meine, Nintendo Switch Release Trailer war ja glaube ich auch quasi so ein bisschen Shadow-Drop, ne? Och, verdammt. Ne, keine Minuten, Bratgauke. Würde sagen, eine halbe Minute, 30 Sekunden oder so. Ich finde es gar nicht so einfach, mit Glidor und diesem Mond da vorne zu treffen. Beauty-Talk. Also irgendwie, ich kann den halt nicht steuern. Digga. Digga. Okay, wir machen es jetzt anders. Ist mir jetzt scheißegal. Ich kann das nicht. Hättest du lieber so Shadow-Drops zu dingen, die sehr kurze Zeit darauf erscheinen, oder Ankündigungen, die erst ein paar Jahre später erscheinen? Boah. Das haben jetzt zwei Extreme ausgepackt. Ich meine, wir gehen jetzt davon aus, dass man sich entscheiden muss, ne? Ich glaube, also... Ich glaube tatsächlich, Ankündigungen, die in ein paar Jahren erscheinen. Weil diese Vorfreude einfach Teil des Erlebnisses ist. Diese... Diese... Diese Jahre... Dieses... Dieses ein Jahr Vorfreude auf Odyssey war so geil. Und klar wäre es geil, wenn einfach das neue 3D-Mario übermorgen erscheint. Natürlich wäre es krass. Aber diese Vorfreude gehört zum Erlebnis. Ich danke euch beiden. Vielen Dank nochmal für die 100 Pits und habt einen wunderschönen Abend. So, Freude. Jetzt mache ich eine ganz, ganz kurze Pause, weil ich echt aufs Klo muss. Ich muss wirklich, wirklich aufs Klo. Warte mal. Ach, Digga, der Song steht da. Scheiß drauf. Ich bin eh gleich wieder da. Yeah, yeah, yeah. Ich bin gleich wieder da. Yeah, 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 yeah. Ist das dein Enzybin in District Contest? Ohne Talente, da begebe ich mich zu Garn und tanz lieber so am Ende. Young Fly ist back wie Rücken und schießt nicht nur gegen dich. Denn Enroi-Croppen, ja, das finde ich mehr als heute. Bruder, das war Spaß. Vom Turn, du ist unser Senpai. Ich spitte die Bars, doch du schaust dabei nur Hentai. Dein Content ist Arsch, komplett hörlos und taussehendfrei. Alle Chatter, dumm außer dieser eine Fly. Song Battle lief schlecht, schon drichst du es auf YouTube ab. Klicksüchtiger Hund, mit Pfaff geht es ja wohl auch bergab. Weil ein Verzwein den Meme, du rindst, geheim willst du es auch. Hör einmal auf deine Viewer und sei nicht so laut. Wie Lab-Format auf deinem Kanal, nur Odyssey. Und Zweitkanal, dumm, du trägst Content wie Legacy. Deine Web-Karriere geht steil, aber nicht back auf. Schwarzer Toyota hört sich besser an als dieser Scheißhauf. Fan. Jetzt legen wir noch einen drauf. Du kleiner Bastard, bei deinem Streams krieg ich Kreislauf. Oh, warte, muss ich etwa kinderfreundlich sein? Egal, mir fallen eh keine Beleidigungen ein. Außer, dass deine Community nur aus Kindern besteht. Es gibt Spiele, mein Level, schlimmer als das Klimapaket. Gesellschaftskritischer Boss. Und du bleibst unpolitisch, so wie Dünner Lacoste. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Hogwarts Legacy. So, Freunde. Ich hoffe, der Song hat euch gefallen. Ich habe jetzt ein bisschen Osterstollen mitgebracht. Zuckerfrei. Let's go. Habe jetzt Ohrentumor. Der kommt von deinem Emote-Splatte. Was heißt, du hast die nicht mehr? Es ist doch nur ein Emote. Also, meinst du, weil wir die verboten haben? Oder wurden die irgendwie gelöscht? Oh, ich glaube, das wird nichts. Ich probiere es mal. Runs jetzt regelmäßig 880. Also, regelmäßig würde ich jetzt nicht sagen, aber so zwei-, dreimal im Jahr probiere ich es. So, aufpassen. Let's go. Oh, ich muss jetzt gleich das Ladekabel vom Switch Pro Controller wieder abmachen. Ich hoffe, der hat jetzt einfach ein bisschen Akku bekommen, dass es nicht wieder permanent diese Meldung kommt, dass ich nicht meinen Akku aufladen muss. Aber so, ich hasse Controller mit Kabelbildung. Ich brauche meine kabellosen Controller so. Ich kann nicht ohne die. Oh, das wird knapp. Boah, okay, okay, alles gut. Ich meine, es wäre kein Stress, jede Woche in zwölf Stunden Stream zu machen. Also, vom Zeitaufwand. Ich meine, der Sonntag ist eh, Bruder, okay, ist eh fast geblockt für einen Stream. Sonntag habe ich jetzt, glaube ich, immer auf zwölf Uhr angekündigt. Bruder, oh wow. Also, an dem Tag mache ich sowieso nicht mehr viel. Und ob ich dann von zwölf bis zwölf bleibe oder von zehn bis zehn. Aber es soll ja zumindest immer noch ein bisschen was Besonderes bleiben, ne? Beziehungsweise halt verschiedene Events sein. Deswegen arbeite ich ja gerade auch schon am Lego City an der Coverrun. Ich will mir jetzt so ein etwas größeres Repertoire an längeren Speedruns. Oder was heißt Speedruns? Einfach, ich will, ich will so längere, so längere Playthroughs so optimieren, dass man daraus einzelne Livestream-Events machen kann. Das ist die Idee. Ich übe gerade, Bratgurke. Ich übe gerade, beziehungsweise, na, ich bringe mir die Route bei, so wie ich mir für Odyssey auch die Route beigebracht habe. Das ist die Idee. Der muss jetzt genügend Akku bekommen haben. Warte mal. Ne, hier, warte, stopp. Hier, die letzte Route war es, ne? Ja. Luki, Alter. Volltrottel. Zieh mal ein, wie ich mir die 6 Monate hatte, dass du da bist. Gesellschaftskritisch Stopp aus. Outdoor-Kaffee-Checkpoint. Ah, das ist der hier, ne? So. Sehen wir irgendwo die Augen von, von diesem Head-and-Seek-Dude? Nehmen wir erstmal den mit und dann gehen wir auf die Suche nach diesem Auge. Alex, sehr gut. Wirklich, wirklich, wirklich sehr gut. Stabiler Run bisher. Muss ich so zugeben. Da ist er. Jawoll, gutes Timing. Das klingt sehr gut. Ich hoffe, dass deine Oma das verträgt. Ich mache mir eher Gedanken um deine Oma als um dich. Ach, bei meiner Oma. Oh mein Gott. Ich dachte, mit deiner Oma. Ach so, nee. Dann geht es deiner Oma gut. Okay, okay. Ich dachte, deine Oma hätte auch zwei Liter Speze getrunken. Dann wäre ich so... Respekt. Ne, Johanna, nicht mit allen. Nur mit so vielen, dass ich an die 880 Monde rankomme. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Okay. Ich glaube, ich habe eh ein, zwei lila Münzen zu viel. Äh, schaffen wir schon. Schaffen wir schon. Ne, warte mal. Stopp. Wo ob du... Ja, pass auf. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Nein, nein. Schaffen wir. Schaffen wir. Ich muss belieben. Beliebe in meinen Skill und in mein Wissen in das Game. Warte mal, die Metro Kingdom Timer Challenge. Das war, glaube ich, die oben, ne? Ja, genau, 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 genau. Ich finde es so geil, wie einfach diese... diese Straße hier so mitten im Licht... äh, im Nichts so... so entsteht. Ich finde es so geil, wie einfach das nicht so geil ist. Nee, Luigi Boy, so viele Liedermünzen, dass ich die 880 Monde kriege. Sorry, dass ich mit vollem Mund rede. Es scheint ganz viel Halbwissen über die 880 Monde zu geben. Wir müssen hier mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Aua. Läuft noch nicht so gut. Das war jetzt kein so guter Playthrough. Richtig simple, David. Korrekt. Wer hat sich eigentlich dazu entschieden, bei 880 Monde aufzuhören? Die Zahl tut doch weh. Ja, da bin ich voll bei dir. Das rückt so ran. Wobei man auch sagen muss, 120 ist irgendwie auch eine echte Wehle Zahl. Wir haben uns ja mittlerweile, sag ich mal, dran gewöhnt, weil halt so viele 3D-Marius, die sie 120 haben. Aber eigentlich ist 120 auch absolut wahllos irgendwie. Hey, Brold, was geht? Man hätte locker noch 179 adden können. Dann wären wir bei 1059, oder? Warum ist 1059 cool? 119. Okay. Aber Otefe hat doch 999 Monde. Ah, 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 ah! ich finde auch also gerade wenn sie 999 machen hätten sie auch einfach die 1000 voll machen können das ist irgendwie einfach so bis 999 wird die Zahl an der Odyssee so dargestellt und dann bei 1000 ist da einfach noch ein Stern oder eine Krone oder ein Mond oder keine Ahnung, irgendwie sowas Gesellschaftsgrittischer Boss Warte mal, Activate doch, achso, okay, wir müssen hier lang ja genau, so ein bisschen wie die Leben in 2D-Marius, ja in 3D-Marius war das so, oder? also, äh, hier vor allem 3D-World war doch da und ich glaube auch 3D-Land oder war NSM-B2 der erst? oh, ich weiß es gar nicht mehr buddeln mal, Bro boah, ich weiß gar nicht mehr, wo der buddeln muss ich glaube, irgendwo hier hinten im Eck, oder? oh Gott, dieser Vogel ist ja hier auch noch wo rennt der jetzt hin? hallo, hier, hier, hier irgendwo hier bestimmt, oder? oder nicht? nicht hier irgendwo? hier hinten? doch, ich glaube hier richtig wahllos, irgendwo an der Seite so ganz unpassend, unsymmetrisch ja dieser Bird fliegt ja glaube ich immer hier lang, ne? der fliegt glaube ich immer hier seine Route warte mal, wo ist er denn? oh nein, jetzt habe ich ihn wieder verpasst okay, aber ich glaube, den habe ich jetzt schon, ne? den habe ich gemacht ja ja genau, der fliegt jetzt da oben lang ich glaube, dann kommt der wieder äh, ne Yoshi, dann ist die Bestätigungs-Mail noch falsch vom letzten Drop alles, was aktuell im UI-Shop bestellt werden kann, ist direkt verfügbar dann hast du, da hast du da noch eine alte Bestätigungs-Mail bekommen dann müssen wir das anpassen richtig, richtig Bratwisch zum Abendessen, glaube ich, gegrillte Pilze, ne? ja welches Land würde ich derzeit am liebsten bereisen? ich glaube, Cloud, naja floorless was meinst du, Julian? achso, du meinst mit OBS? in der Rolle der Bürgermeisterin fantastisch sehr geil, sehr geil ich glaube, spazieren gehen magst du, oder? capturing, ne, RC-Autos going on walks, ne, ne, spazieren gehen magst du oh nein nein, nein Chico hat geschissen nee, Digga nee ich riech's doch schon wieder ich smell's doch schon ich frage sich nur, wie lange ich's aussitze, ne? ja, ich mach's direkt das wird eh nicht verschwinden je früher, desto besser okay Chico sabotiert Speedrun ich f Assiste ich mach's package ain't ja morgens wird wir machen wir geht wir irgendwie Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß gar nicht, ob es Chico war. Ich weiß gar nicht, ob es er war. Also, weil es war alles verbuddelt. Und Chico verbuddelt normalerweise seine Kacke nicht. Der kapiert das nicht. Der ist ein bisschen zu dumm dafür, leider. Aber, also entweder hat er es erfolgreich verbuddelt, oder es war Luna, eins von beiden. Ey, Maiko, Chico, danke dir für deine Monate Prime, Mann. Hier ist das, ne? Ja. Chico hat zur Inselbegabung. Denkt über Relativitätstheorie nach, aber kann seine Kacke nicht verbuddeln. Ja, wie gesagt, also der setzt sich ins Katzenklo. Chico kackt hinten, also kackt halt hinten, aber buddelt einfach nur mit seinen Vorderpfoten. Also, er buddelt halt einfach nur vor sich, aber seine Kacke liegt halt hinter ihm, immer noch unverbuddelt. Julien, danke schön. Der will ich jetzt, ich möchte bitte, dass er jetzt jeden Monat einen Sub bekommt. Mal gucken, Colin, wer weiß. Aber manchmal verwechselt er auch den Badteppich mit dem Klo. Also, es ist... Irgendwie! King! Dankeschön. Irgendwo hier? Ah, da. Ach, hier, die da, ne? Ja, 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 ja. Out of a crate? In the city? Ah, aus einer Holzkiste, warte mal. Was für ne Holzkiste? Aber warte mal, das hat mich letztes Mal auch gefragt. Die hier. Bro. Wenn ihr mich gefragt hättet, wo spawnt der Mond, ich hätte niemals gesagt, auf diesem Schild. Hast du deine Zuschauerzahl irgendwo angezeigt? Nee. Hab ich nie. Also, hab ich seit Jahren nicht. Der Paar. Alles klar. Down, right, up, left, left, up, left, up. Das ist schon Splatty, weil ich kriege auch von Twitch immer so eine Zusammenfassungs-Mail, da sehe ich schon. Also ich weiß schon immer gut, was auf Twitch los ist, aber nicht während des Team. Sehr gut, Fire Shock. Ich bin tatsächlich sehr überrascht, wie flawless der Run läuft. Das habe ich so verpasst. Roundabout 600 Monde, I guess. Und vielen, vielen Dank Mr. Raymond noch. Mit einem 19. Monat. Hi. Meine Zielzeit aktuell ist 12 Stunden. Und ich habe zumindest das Gefühl aktuell, dass das im realistischen, äh, im realistischen Arm liegt. Okay. Jetzt kommt Peach als nächstes, ne? ist hier. Wunderbar. Ey, jetzt, jetzt, jetzt float's hier aber brutal. Hallo, fünf Döner, bitte. Ich habe immer Angst, wenn man, wenn man jetzt diesen Joke bringt, diesen Assalamalaikum, fünf Döner, bitte. Dass Leute irgendwie Angst haben, dass Leute es irgendwie so als rassistisch falsch verstehen oder so. Ist das... Was heißt Assalamalaikum? Das heißt, heißt das einfach nur sowas wie Guten Tag? Okay. Ja, dann ist es nicht schlimm. Okay, okay, dann ist es nicht schlimm. Du bist gottmäßig, okay. Wie viel Döner verdienst du durch Spenden in deinem Stream? Zwei. Drei. Kriegen wir das ja mit? Wie heißt das übersetzt? Na, okay. So, irgendwo kommt jetzt hier, glaube ich, der Bird. Ja, genau, der. Verdammte Axt. Nieb jetzt nicht so gut, probier man es. Äh. Moment, dann machen wir erst das hier. Und dann probieren wir es nochmal. Nein, das war dumm. Egal. Ich hab ja Jojo die ersten neun Folgen gesch... Du hast einfach neun Folgen reingepfiffen, Digga. So, warte mal, wo kommt dieser Bird? Wow, der ist schon weg. Chillig. Äh, alles klar. Ja, um den Bird kümmern wir uns noch. Ich kenne seine Flugroute noch nicht so gut. Das sieht zu weird mit den ganzen Moden aus. Ich weiß, ich verstehe, was du meinst. Aber ich nehme die tatsächlich... Also, Real Talk, ich nehme die gar nicht mehr wahr. Okay. Wie mache ich das mit dem Bird am besten? Mann, der fliegt da jetzt, aber wie soll man an den rankommen? Machen wir es folgendermaßen. Gehe ich einfach nochmal hier oben in die Rüge, ich glaube, das sind sinnvoll. Wenn ich die dann direkt wieder verlasse, dann kommt der auch wieder. Ich habe nicht Katara als Tattoo-Gibriente. Ich glaube, du meintest, du verwechselst Katara gerade mit Azula. Och, Digga. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Och, Digga. Oh, der fliegt aber auch mit 4 Millionen kmh. Alter. Du, 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 Alter, Digga. Doinus? Do, you, Bruder. Danke für deine 5 Monate, Prime-Digi. Dankeschön. Oh, das muss ich, glaube ich, auf die Laterne gehen, ne? Na, das ist alles. Okay. Äh, dann Sea-Sat Kingdom Art. Das ist... Nicht hier. Das ist... Hier, ne? Über dem E. Yes. So, Purple Shop. Buy all items except Golf-Head. Also, nicht das Golf-Outfit kaufen. Ehrenholger, gefällt das nicht. Sag einfach nächstes Mal stumpf Kuss, Diggi. Okay. Muss ich noch lernen. Und jetzt muss ich das Piraten-Outfit kaufen. Ah, nein, das hätte ich auch anziehen müssen. Egal, mach ich gleich, mach ich gleich. Ich geb mein Bestes, Doin. Ich geb mein Bestes, Bruder. Clowns Pirat sieht auch stabil aus. Oh, nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. Stopp. Abbruch. Da will ich rein. Ah, der ist schön im RC-Car Young Fly pumpen. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Übi. 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 Wie er folgt beim Run? Dankeschön. Warum gibt's im Odyssey-Shop keinen Creator-Code? Hey, Kiel, grüß dich. Wie gesagt, Julian, ich möchte so zwei- bis dreimal im Jahr machen. Einfach als cooles Wochenend-Event. Ähm. Aber ich werde jetzt nicht, keine Ahnung, wöchentlich einen Run machen, um da eine gute Zeit zu grinden. Da liegt mein Fokus dann doch eher auf Lego City Undercover. Okay. 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 Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Moin, Meister. Wollte eigentlich noch eine Nachricht zum Sub schreiben. Hab zwei Tickets für die Podcast-Tour in Berlin gekauft. Kustige kleiner als 3 PS. Bin übrigens der Marc, der ein Placement in deinem Hit gemacht hat. Ah, I see. Meister, danke schön. Ey, dann freut's mich, dich bald persönlich zu treffen. Schön, dass du kommst. Das ehrt mich. Danke dir. Ah, warte mal. Ich weiß schon direkt, was ich mach. Dieses unneste Video mit der Fliegen-Mod war so fett. Ey, danke schön. Ich war auch sehr, sehr happy. Also, mit der Mod konnte man so viel Trash machen. Das hat so gebockt. So gebockt. Ich hab ein bisschen Schiss vor Zeo. Inwiefern? Also, so nervös-mäßig, Impi? Ach, Bro. Ich weiß, wenn du kaum Bezugspunkte zu ihm hast, dann musst du ja eher nicht nervös sein, weil du ja, weil du ihn ja gar nicht so gut kennst, oder? Ist nicht eher so, dass welche, welche, also Leute, denen man viel folgt, dass man da dann eher nervös ist, die zu treffen? Der bedroht uns immer. Also, wenn das passiert, dann müsst ihr mir nochmal Bescheid geben in Ruhe. Bei dir bin ich inzwischen confident genug. Das, äh, nehme ich als, nehme ich als, äh, Kompliment. Ach, Zeo ist ein ganz lieber. Ich glaube, ich glaube, Zeo hat mindestens genauso viel Schiss wie ihr. Nein, das nicht. Aber ich glaube, ich glaube, womit ihr euch auf jeden Fall beruhigen könnt, ist halt echt, also legit der Fakt, dass er eigentlich auch gar kein Öffentlichkeitsmensch ist. Und, äh, ich glaube, ich glaube, wie gesagt, für den ist es genau, nicht genauso, aber eine ähnliche Überwindung, so krass in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, ich bin auf jeden Fall zum nächsten Mal. Oh, ich bin da. Hey, Kyra, danke schön für deinen neunten Prime. Oh, damn, Loki. Aber ich sag mal so, also, ähm, überleg dir das in Ruhe. Ich will dich da auf gar keinen Fall, äh, zu irgendwas, äh, hinlocken, schräg, schräg, werben, äh, wo du jetzt keine Lust zu hast. Aber meistens ist das Studium bis Anfang eher noch entspannt. So, Bruder, äh, ich krümmel hier alles voll. Ich muss nur dringend saugen hier noch. So, hab ich alles? Ah, fehlen mir zwei. Ne, mir fehlt einer. Fuck. Welcher Mond fehlt mir? Geh ich nochmal nach Metro? Ne, es kommt kein Metro 3 mehr. Shit. Welchen hab ich übersehen? Toad, hilf mir mal. Hab ich nen Samen nicht ausgebrütet? Schauen wir mal. Ganz, Digga. Bruder. Wie, wie, wie? Der prominenteste Mond. Aber es ist immer so. Man denkt immer an diese ganzen Monde, die man vergessen könnte. Und bei den offensichtlichen, denkt man gar nicht drüber nach, ob man die jetzt eigentlich hat oder nicht. Ich bin jetzt den ganzen Tag aus dem Urlaub zurückgefahren. Danke für den Stream währenddessen. Ey, das freut mich. Das klingt richtig gut, Kibi. Das klingt nach einer richtig guten Unterhaltung, Mann. Ich mir eine Ehre, deine Urlaubsrückfahr-Unterhaltung gewesen zu sein. So, wo war hier eigentlich die Hinweiskunst? Ah, die war auf dem Dach. Mit der haben wir interagiert. Ja, ja, weiß ich. So, hört die Musik jetzt auf. Ich hoffe, ich habe nämlich gar keinen Bock mehr auf die. Ja, genau. Die offensichtlichen Fallen aus dem Radar. Genau das, genau das. So, Lake Kingdom. Einfach viel zu entspannt und viel zu schön. Das ist jetzt wieder genau die Entspannung, die ich brauche nach dieser RC-K-Musik. Was isst du nach dem Stream? Äh, das hängt tatsächlich sehr davon ab, wann ich fertig bin. Wenn dann noch ein Lieferdienst auf hat, äh, werde ich mir eventuell irgendwie so einen geilen Salat oder irgendwie Sushi oder so bestellen. Äh, wenn dann schon alles zu hat, esse ich eventuell einfach gar nichts. Und habe heute quasi einfach eine Art Fastentag gemacht. Mh, oder ich habe noch so ein bisschen gekochte Eier und Brot und so vom Osterfrühstück. Ne, ich mache keine Essenspause. Ich mache nur Pause, um die Katzen zu füttern. Aber die haben jetzt schon Frühstück und Mittag bekommen. Abendessen kriegen sie nach dem Stream. Das ist okay. Und ich pfeife mir eigentlich, glaube ich, nur einfach so ein halbes Kilo Milchreis. Und vielleicht noch ein paar Mini-Salamis oder so rein. Wo halt jetzt auch eine Portion für sechs Leute ist. Wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ich kann es einfach immer noch nicht fassen. Ich kann es einfach immer noch nicht fassen. Das ist so, das ist einfach so. Das glaubt dir keiner. Das glaubt dir niemand. Wie läuft es in das Fitnessstudio? Ich kam leider diese Woche noch nicht dazu anzufangen. Hätte leider sehr Zeitproblems. Und da haben wir die 20 Minuten Heimworkouts besser reingepasst als zwei Stunden Gym. Eigentlich frech, dass niemand diese Geschichte animiert hat, wie bei der Story mit dem Handy. Ja, das wäre wirklich, das wäre eine Verfilmung wert. Aber sowas von. Diese Geschichte müsst ihr eigentlich ganz YouTube kennen. Was gibst du deinen Katzen zum Fraß? Nass und Strockenfutter. Wie, glaube ich, jeder Katzenhalter? Oh, Severin. Real Talk. Das müsste ich mal probieren. Das klingt nach einer fucking geilen Sache. Superfelix! Es sind nur so viele, wie ich für die 880 Monde brauche. Ach, gut. Der Streamer darf im VOD-Kanal hochgeladen werden. Oh, close. Wirst du nicht irgendwann müde oder Chef vom Spielen? Nö, nö, eigentlich nicht. So, bitte einfach first try. Ja, also, das war ja nicht mal close. Ich stream, bis der Run durch ist, ja. Nehmen wir schon mal dich mit. Frosch-Gift-Area. Also, ohne Scheiß, wenn man so ein bisschen das Odyssey-Movement beherrscht, ist sie ohne Frosch leichter. Oder die Kamera verdreht es einfach mal komplett. Okay. Second try ist auch in Ordnung. Was ist, wenn du verhungerst, bevor du fertig bist? Hm. Get rich or die tryen, würde ich sagen. Magst du die Ärzte? Hm, ja, weil die machen mich gesund. Oh, ja, weil die sind. Also wie gesagt, ich esse harte Eier gern mit Maggi. Megageil, also absolute Empfehlung. Wenn ihr Bock habt, mal euer hartgekochtes Ei-Game mal aufzusteppen und ihr immer nur mit Salz esst, dann probiert auf jeden Fall mal mit Maggi. Ultrageil. Seit mir das einer mal gesagt hat, esse ich nie wieder hartgekochtes Ei mit Salz. Aber ich muss sagen, die Würzketcher stelle ich mir auch nais vor. Es hat jemand eine Umfrage geballert, I have nobody. Manchmal muss man sich den wichtigen Fragen des Lebens stellen. In meinem Praktikum in der 10. Klasse hat mir das ein Mitarbeiter von mir gesagt. Dann habe ich es probiert und wie gesagt, seitdem nie wieder anders. Welche Brands sind deiner Meinung nach gut für Katzen? Ähm, also ich bin jetzt nicht so der Brand-Typ. Ich schaue einfach immer, dass kein Zucker und kein Getreide drin ist. Das sind die Dinger, auf die ich immer bei Katzenfutter achte. Also, äh, das Nassfutter kaufe ich immer von Vita-Kraft. Und, äh, das Trockenfutter von, äh, ich glaube, Josera heißen die. Heißen die. Heißen die. Heißen die. Ah, Bruder, ich skipp grad was. Egal, egal. Eins am anderen. Schmeckt Ei mit Maggi auch, wenn Huhn noch drum ist? Huhn! Okay, das hab ich stabil gemacht. Also was sollte Huhn an deinem Ei zu tun haben? Achso, weil das Huhn das Ei legt, oder was? Oder hä? Ich check's nicht. Kann's? Ey, wir sind gerade an dem Punkt, wo ich, wo ich, wo meine Augen immer wieder nur nachrichten, da bin ich schon bei denen ich mir denke, so denkst du, was, Bruder? Ey, Leute, danke schön. Heute Frage nach die Reaction, ach, wo die Nostalgie immer noch Geld macht, weil ich die heute gesehen habe, keck weh. Ob die Reaction auf wie Nostalgie, what? What? Aber danke für die 1,50, aber ich kann dir gerade nicht ganz folgen. Vielleicht ist einfach mein Brain mittlerweile ein bisschen zu matsch. Warum habe ich keinen Cheap Cheap mitgenommen? Das war dumm. Ach, das von Tiny Goomba. Ach so, äh, äh, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie die Klicks da drauf sind. Weiß ich nicht. Solange es noch Klicks macht, macht es Geld. Die Frage ist ja, du, wie viel, ne? Oh. Ja, mein, 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 mein Hirn ist gerade ein bisschen Hübe-Zombie. Ja, doch, schon, schon muss ich, muss ich schon ehrlicherweise zugeben. Das war's für unser Kacken. Ja, wer ist das? Was war ihm? Wo ist er? Ich war ihm, was erin Das war ihm, was er für den Beruf. Was er konnte nicht? Ja, nein, mein Hitler wäre er. Oh mein Gott, ist er. Eben, was er? Was er hat mir immer. Angst? Was er mir Zeitgäuf? Das war ich. Was er dir? Oh, was er wille? Was er mir so IDE? Wie geht es? Das war ihm, was er. Ich finde es immer noch lustig, dass ihn der Gift-Sub sehr verwirrt hat. Also meinst Tiny Goomba. Er ist ja nicht ganz frisch jetzt auf Twitch gegangen. War da nicht irgendwas? Ach, Bruder, nee, ist die Kamera. Heute erstes Mal, ja, du, das ist, Twitch ist am Anfang eine andere Welt. Und das ist das Schöne daran, das ist nochmal so ein komplett neues Abenteuer. Das Problem ist einfach nur, dass das Twitch halt auch wirklich echt, echt bestrafend ist. Weil du kommst so von YouTube, bist so gewohnt, hey, keine Ahnung, meine Videos machen immer ein paar tausend Aufrufe. Und ein paar hundert. Und wenn ich dann auf Twitch live gehe, dann läuft das. Dann hast du so zehn Zuschauer oder fünf. Weil halt Leute auf Twitch transferieren, wirklich nicht einfach ist. Ist wirklich nicht einfach. Same, Impi, same. Ja, das ist schon die Frage ist halt, was bringst du mit, Brot, ne? Wie groß warst du davor auf YouTube? Wie viele bringst du mit? Ah, okay. Ich krieg' heute Besuch von einem Kumpel. Ich bin eventuell mit dem Run fertig, bevor er kommt. Mal gucken, mal gucken. Ich bin eventuell. Bis zum Beispiel. Ist ja. Es ist ja. Das ist ja. Diese ganzen Darkside-Monde. So, hier. Space-Outfit. Jetzt noch Super-Secret-Zipper und Unzip the Chasm. Das sind dann wahrscheinlich die Sub-Area hier, ne? Äh, Volleyball habe ich gemacht, aber mit Two-Player-Mode. Das tue ich mir nicht an. Oh, jetzt hier so die Flug-Mod. Würde ich jetzt hier nicht Nein sagen. Bei wie viel Monde bist du? Ich weiß nicht genau. Ich würde mal so 700 schätzen, roundabout. Ja, warum ist das? Also, ich fange langsam an zu belieben, dass unter 12 Stunden possible ist. Aber immer noch nicht sicher. Immer noch nicht sicher. Aber ich glaube, also groß länger als 12 Stunden wird es auf keinen Fall gehen. Oh, das ist... Geht das? Geht das? Geht. Hä, was ist dieses Google-Lokium? Was ist dieses Google, wo ich Informationen bekomme, wie Dinge funktionieren? Ich kenne das nicht. Kannst du mir das mal... Kannst du mir googeln erklären? Ne, warte mal. Terrasse, hier muss ich hin. Google ist ein System in der Elite, das uns die Zeit unterjubeln will. Ja, mit dieser Umstellung heute. Aber heute irgendeine Umstellung auf Google. Geht das, hier muss ich hin. Das war's für heute. So, ich... Oder nein, mir fehlen schon wieder irgendwo ein paar lila Münzen. Das darf doch nicht wahr sein. Was soll diese? Was soll diese? Warum fehlen mir jetzt schon wieder drei? Digger. Wie schaffe ich das immer? Wie schaffe ich das immer? Okay, jetzt muss ich mal hier. Purpose on the Arc Front. Auf der Outfit Room habe ich... Behind the Stake... Ah, nee, ich weiß, welche mir fehlen. Alles gut, ich weiß, welche mir fehlen. Die hier unten. Schau dich jetzt seit fast vier Jahren. Krass, Digi, freut mich. Wie komme ich denn da hoch? Gönnt mal. Gönnt jetzt mal hier. Nach oben kommen. Please. Danke. So, und dann hier, glaube ich, ne? Nicht? Bruder, mach nicht diesen. Mach nicht diesen. Ich, ich wollte gerade... Ich habe gerade echt daran gezweifelt. Ich habe echt daran gezweifelt, ob ich jetzt die Metro Kingdom Hinweiskunst angeschaut habe. Loki, warst du zu Anfang... Warst du direkt zu Anfang Twitch-Zeiten dabei, oder was? Man schließt das nicht mal in Fortnite. Na, irgendwann nächste Woche, glaube ich. Ich habe jetzt schon wieder Lust, ein paar Runden mit der Community zu zocken. Warum haben wir dich nicht früher entdeckt? Ich weiß es nicht, Impi. Ich habe mein Leben lang nach dir gesucht. Weißt du noch, was dein erster Kontaktpunkt war, Loki? Einfach so Interesse halber. Glaubst du an Aliens? Jetzt mal fragen, wie man Aliens definiert, ne? Also ich glaube, dass die jetzt mit irgendwelchen fliegenden Untertassen hierher kommen und ins Weltall beamen, glaube ich, jetzt weniger. Dass es Leben im Weltall gibt, ja. Ach, bin ich mir jetzt nicht sicher. Habini, wie alt bist du denn? Warte mal, ich muss zum... Hier. Wunderbar! 100 Prozent. Heute wurde noch nicht Raid-Anführer eingelöst. Nein. Durch Domi und Vic auf dich gekommen. Inwiefern Domi? Ich meine, das Einzige, was ich mit ihm gemacht hatte, war ja mal diese eine High-and-Seag-Runde. Ah, dahinter, dahinter muss ich halt. Geil, ich hab mit dem Fun die ganzen Lila-Münzen gesammelt. Let's go. Geil! in den kaputten youtube-algorithmus gestoßen weil du warst und in dem video von ulti mit einem video von vor drei jahren mit david zumal wir damals noch gar nicht so viel miteinander gestimmt habe ich hatte ich habe früher sind vier streams gemacht ja habe ich habe ich habe ich gemacht mit arbeit am tendu es hat funktioniert bei peach muss ich reden ach so und dann in der stadt jetzt schöner treffer hat sie nicht tatsächlich dieses hässliche farmer outfit an ja zieht euch bitte niemals so an ladies mechaniker outfit anziehen das hier naja oh, botv randomizer war auch geil jetzt habe ich noch mehr bock auf die tk-rendow ich freue mich sehr auf tk-rendow und auch auf die videos dazu die will ich richtig cool editieren da habe ich bock zu backpfeifen challenge mit david oh das war ja sogar das war bei mir im garten ne stop doch das war bei ich habe gerade ich habe gerade den mond habe ich gekauft aber egal wir betreten den shop sowieso noch mal das war ja das war ja Ey, Huber, dankeschön für deinen Support. Bei dem Video. Ach, das war das Typenraten-Video. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und wir hatten dann auch noch so ein IQ-Test-Video gemacht. IQ-Test-Video war verdammt funny. Bento, willkommen zurück, Meister. Ich hoffe, du hast schön den Osterhasen begrüßt. Ich weiß noch nicht, Osterhasengross. Oh, das ist doch sicher. Vielen Dank, alle Nuggets auf Fritteuse. Digga, der Name. Was geht? Vielen Dank für den Prime. Hast du das wegen der Ankündigung? Nee, die Ankündigung? Nee, hast du das wegen der Ankündigung? Nee, es sind hier One-Sub. Oh mein Gott. Ich dachte gerade erst, das wäre wegen der Prime-Ankündigung von Stream Elements. Aber alles entspannt. Jetzt war ich schon verwirrt. Keine Ahnung. Das war's. Schau dich in ein Jahr. Dich und David auf YouTube dachten, jetzt muss ich endlich mal was in Support dalassen. Ah, Kuss. Dankeschön. Das ist auch so eine Random-Timer-Challenge. Lauf geradeaus, hüpfe und lauf wieder zurück. Hübs. Ich glaube, das ist unser letztes Freerunning, ne? Ich glaube, das ist unser letztes Freerunning. Ich glaube, das ist unser letztes Freerunning. Oder? Haben wir doch irgendein... Ich glaube, wir haben jedes Kingdom betreten und weitestgehend geleert. Ich habe gottlos in der Tänz, bruh. Bro ist auch so gut, man. Bro ist auch so ein guter Emot. Das gibt im Freerunning gleich eine ganz andere Bedeutung. Du meinst, wenn man eine ganz andere Route geht, ist das eigentlich vorgesehen? Oder was? Opal-Gibriente heißt die App, die die Social Media blockt. Oder du kannst jede App damit blocken lassen. O-P-A-L. Ich glaube, ein Diamant heißt auch Opal, oder? Freerunning ist auch, wenn Häftlinge ausbrechen. Das ist korrekt. Just spitting some facts. Oh, no. Freerunning ist auch mit freiem Pimmel unter freiem Himmel. Netheron, zurückspulen geht nicht auf Twitch. Was ich auch absolut okay finde. Zappt mal alle. Sagt derjenige, der nicht gesappt ist. Okay. Hey, Atmow, was geht? Oh, shit, 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 shit. Nein. Alter. Es ist der einzig wahre. Seine Twitch-Premiere gebende. Die dritte Reich-Witze machende. Und in deinem Ankündigungsvideo falsches Datum, sagen der Boss. Was geht, Männer? Was geht? Einen wunderschönen guten Tag. Es freut mich, dass ihr euren Weg hergefunden habt. Und ich hoffe, ihr hattet ein großartiges Twitch-Debüt. Tiny Goomba will mit dir essen gehen. Ich will mit Tiny Goomba ganz andere gottlose Dinge tun. Wie läuft der Run, süßer? Großartiger. Legit deutlich besser. Deutlich besser als ursprünglich gedacht. Läuft richtig gut. Dachte, ich würde mehr strugglen mit der Übersicht. Aber ich komme echt gut klar damit, die ganzen Monde und so zu finden. Dachte, ich würde mehrmals auf den Weg, die ganze Monde und so zu finden. Hey, Markus, grüß dich. Scrolling Sub-Areas. Immer wieder eine Freude. Ja, ich erinnere mich daran, im Superstar-Mode musste man so superpräzise Sprünge auf diese Wolken machen. Da gab es ja die Plattform überhaupt nicht, ich weiß es gar nicht mehr genau. Hey, don't learn it. Was geht? Scrolling macht jedes Level großartig, egal ob Zelda oder Mario oder whatever. Scrolling immer wieder schön, egal in welcher Form von Spiel. Ich brauche ein Ding. Hier, Hothead, ne? Joach, gut, dass ich den Hothead gekapert habe. Ja, Schlangenblöcke sind die beste Form von Scrolling. Ich frage mich übrigens immer noch, was hier von Nintendo der gewollte Weg ist, um diesen Firebrow da hochzubringen. Ich mache es immer hier über diesen Stiel. Aber das ist nicht mal der Gewoll. Doch, warte mal, hier. Doch, über den Stiel, glaube ich? Moment. Okay, ja, doch, so. Keine Ahnung, es wirkt trotzdem irgendwie nicht richtig, wenn ihr mich fragt. Ah, warte mal, ich muss hier in diesen Käse treppen, ne? Da sind ein paar drin. 3 mal 2, auch 49. Sehr geil, da habe ich eigentlich, glaube ich, obwohl, ne, ich glaube, ich habe 1, 2 zu viel, aber nicht sicher. Es kann auch sein, dass ich nur welche geholt habe, die die Speedrun-Route nachher holt. Deswegen, ja, passen wir jetzt hier auf. Hey, Rainbow, welcome back vom Urlaub. So, hier fährt jetzt irgendwie dieser Hase rum, ne? Oh mein Gott, den kann ich sogar als, äh, Pan-Bro schnappen. Das ist cool. Weil der darf jetzt nicht sterben. Ist schon ätzend genug, den da hier bis zum Schluss mitzunehmen. Das sind immer die dümmsten Monde. Wenn du in irgendeinem Königreich einfach so einen Charakter, ne, oder so ein Schaf oder was auch immer, welches ultra langsam ist, über die gesamte Map transportieren musst. Irgendwie macht das Odyssey echt gerne und ich, ich verstehe nicht, warum. Rainboy, oh mein Gott, Entschuldigung. Bro, du hast vollkommen recht, du hast gar nicht Rainbow. Aber ist schon, ist schon ein bisschen, ein bisschen, äh, verleitet zum Falschlesen. Ja, genau, der Goomba im Wüstenland, das Schaf im, im Pilzkönigreich, gibt da so einige wunderbare Beispiele. Äh, ja, ich denke schon, dass, dass, äh, dass Odyssey das beste 3D-Mario-Game ist. Wie gesagt, also meine Nostalgie schlägt halt schon sehr für Mario 64, weil ich dieses ultra-präzise Movement liebe. und Mario 64 durch die Speedrunning-Szene auch brutal lebt. Aber wahrscheinlich ist Odyssey schon das beste Mario-Game auf dem Blick. Doch, doch. Muss man, glaube ich, schon sagen. Auch wenn mein, wenn meine... Mario 64 hat es da ein bisschen rebelliert, aber... Meine Liebe für Odyssey ist schon auch sehr, sehr, sehr großartig. Äh, Odyssey! Meine ich natürlich, Entschuldigung. Ich weiß nicht, was dieses Odyssey ist. Reicht mir der 4er-Turm? Ich hoffe es, oder? Reicht der mir? Oder brauche ich da noch einen? Ne, es sind alles 4er-Turm. Ich probiere es mit dem 4er-Turm. Ich hoffe, er reicht. Ich weiß es nicht. Please? Ja, okay. Okay. Bruder, Chat gerade... Komplett-Psychose. Wie viele Monde? Hast du Bowser besiegt? Warum 880 Monde? Wie viele Monde hast du? Kannst du mich grüßen? Den ganzen Premium-Chattern geht, glaube ich, langsam die Energy aus wie mir. Aber es ist okay. Wir sind schon, wir sind schon seit 10 Stunden am Start. Oh Gott. Flo, danke dir für die 30. Ey, meine Energie ist auch... Also sie ist nicht ganz weg. Aber ich merke halt schon, dass ich jetzt länger nichts mehr gegessen habe. Na, das macht sich definitiv bemerkbar. Aber ich ziehe jetzt durch. Ich denke, es ist noch so ein Stündchen, eineinhalb. Na. Und dann sind wir, glaube ich, gut am Start. Äh, nein. Waui, Leute. No Jump, No Coin, No Damage-Stellen mache ich nicht. Das war einmalig, eine geile Erfahrung, aber brauche ich jetzt nicht permanent. Energie ist gerade am Höhepunkt, bin seit 8 Stunden dabei. Okay. Beeindruckend, Bro. Nein! Okay, nehme ich das Königshatz. Na, wenigstens irgendeine Belohnung mitnehmen. Ich könnte mir echt nochmal meinen zweiten Gönner-Dew holen. Welter Rekord ist 8 Stunden, glaube ich. Oder 8,5 Stunden. Aber ich habe auch die Beginner-Route genommen, weil die am einfachsten zu lernen ist. Es gibt schon deutlich krassere Routen, auch mit Wall-Clips und allem drum und dran. Aber das ist mir tatsächlich einfach zu aufwendig zu lernen. Muss ich einfach dann so zugeben. Ich bin froh, wenn man hier so eine Route hinkriegt, die es zu so einem chilligen 12-Stunden-Stream macht. 7 Stunden ist sogar der Weltrekord? Digga. Krass, 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 krass. Wirklich? 7? Bei all purple Outfits, außer die Malerkleidung. Oder alle purple Sachen, außer die Malerkleidung. So, und das Koch-Outfit natürlich an. Ja, ich war kurz, ich tippe das Slash immer, aber welche Nummer war das Slash normal? Nein, 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 nein. Nicht kaufen. Ich denke, ich habe aktuell 700 Monde, würde ich mal schätzen. 720, irgendwie so. Krass, sieben Stunden. Heftig, heftig. Ah, hier brauche ich ja gar nichts mehr. Da habe ich, hier habe ich ja schon geshoppt. Aber jetzt habe ich nochmal die Überprüfung. Ich war mir vorhin nicht sicher. So, ich mache jetzt hier die Mucke aus, weil die mir jetzt auf den Sack geht. Hören wir nachher noch. Das muss eine Final-Mucke bleiben. Man zahlt eigentlich die Monde ein. Nach Mushroom 2. Oh, ich will einfach Darker Side First Trime. Das wäre, das wäre mein Wunsch. Darker Side First Trime wäre schön. Ach stimmt, ich muss ja auf dieses Ding hier. Ich erinnere mich. Was ich aber tatsächlich ganz geil finde, ich mag das Hammer und Firebrow Movement. Ich finde das tatsächlich, äh, tatsächlich ganz chillig. Also die hüpfen zwar, aber du hast trotzdem zu jeder Zeit die Kontrolle über das Movement. Also auch in der Luft. Du kannst halt auch während der, während die Hammer oder Firebrows in der Luft sind, kannst halt trotzdem noch einen Sprung starten. Ist da unlogisch? Aber es ist ziemlich cool. Also man kann mit denen deutlich präziser spielen, als es die Animation aussehen lässt. Also man kann mit denen, wenn man die Hüpfen und die Hüpfen und die Hüpfen ist. Pfff, pfff, okay Oh, Digga, Digga Bruder, Bruder Okay, Digga Okay, jetzt machen wir nochmal Bro, was war diese? Hi, Rocco und Ariad, was geht? Ich glaub, Luna spielt gerade mit einem Lego-Teil Mit einem 1x1-Stub, so wie es klingt Dieser wird die Probe aufbauen? Nein, das ist ja gut Das ist ja gut Witter, das ist ja gut Das ist ja gut Das war's für heute. So, das war es jetzt aber gleich mit dem Lanschen. Ich glaube sogar komplett. Start ground pounding the cracks. Int-Art war einfach hier vorne, ne? Jawollo. Was passiert auf YouTube, wenn man nach zwölf Stunden nicht neu startet? Dann ist das VOD einfach kaputt. Also dann ist das VOD einfach nicht mehr anschaubar. Sag mal, ich habe noch nie eine Nachricht gesehen, die so schön Emotes benutzt. Da bleibt mir quasi gar nichts anderes übrig. So, habe ich jetzt alles? Jawollo. Let's go. Wann genau spielst du Paper Mario 64? Das weiß ich nicht. Ja, der Hase im Park fehlt noch. Absolut richtig. Gut, dass du es sagst. Ich weiß nicht, ob ich daran gedacht hätte. Aber noch, äh, noch holen wir, glaube ich, noch nicht die Samen ab. Ich glaube, noch holen wir nicht die Samen ab. Es gibt noch mal ein Mushroom 3. Und ich glaube, beim Mushroom 3 gibt man die dann ab. So, ich hole mir ganz kurz was zu trinken. Hier bin ich wieder. Ich glaube, wir sind nicht die Samen ab. Läuft ganz Baba, würde ich sagen, ne? Läuft ganz gut. Oh ja, Split 2. So, komm schon, first try. First try wäre schon Baba. Aber ich meine, wir kriegen 60 Monde, kriegen wir noch durch Toadette. Aber da fehlen ja immer noch fast 100 Monde. Ah, Bowserland hat noch einiges. Ah, schauen wir. Oh geil, ich hab sogar schon das sechste Herz. Das ist Baba. Darf ich jetzt nur nicht dumm bei der Hothead-Section verlieren. Sondern, warte mal, aber hier... Habt ihr mir... Habt ihr mir einen Hinweis gegeben? Und zwar... Glaube ich bei der Uproot-Section... Oh, Bruder. Okay, was geht dazu? Kann ich da wohl noch einiges skippen? Hast du auch Eier gemalt... Eier angemalt? Nein, hab ich nicht. Aber meine Familie hat's gemacht. Also wir haben heute zum Osterfrisch gefärbte Eier. Gefrühstückt. Das war sehr lecker. Sind da Herzen drin? Nee, ne? Ich darf jetzt nur nicht das Maxi-Herz nicht verlieren. Lass ja drum. Aber ich mach... Diese Section find ich halt... Diese Section find ich echt nicht ohne. Also da Damage-List durchzukommen. Es geht schon. Es gibt so einen gewissen Rhythmus. Wenn man den einhält, passiert einem eigentlich nichts. Quasi gut ausziehen. Gut. Aus. Jawohl. Ey Sunny Boy, grüß dich. Ihr meintet, bei dem Herzblock kann ich noch weit... Ich kann auf den Herzblock drauf, ne? Und dann mit dem noch mehr skippen. Ich glaub, das war die Aussage. Ja, ja genau. Da muss ich hoch. Oder? Moment. Ah, darüber. Darüber, ja. Ja. Och nee. Och nee. Okay, scheiß drauf. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Die Eis-Passage ist nicht so schlimm. Aber ich weiß auf jeden Fall, was gemeint ist. Wenn ich's nicht first try, können wir's nochmal probieren. Aber das wird nicht passieren, weil ich's first try. Please? Ich hätte auch die Platz... Nee, ich hätte die Plattform gar nicht weiter hochfahren müssen. Das Hochfahren hätte es mir nur erleichtert, auf dem Fragezeichen drauf zu kommen. Ich mein, es kommt nur auf die Glide- und Passage, es kommt einfach nur drauf an, ob ich den Glide- und Glitch hinbekommen. Ich mein, ich könnte halt auch den normalen Weg gehen. Aber der würde halt deutlich länger dauern. Darko, danke für die 33. Was geht, Digi? So, jetzt die wunderbare Forstland-Musik. Die, die entspannt, finde ich richtig. So, hier, du bist eigentlich in der schwersten Challenge des Spiels. Aber erst mal schön ein bisschen Forstland-Mucke ballern. Warum aktivieren sich nicht die Feuerkreisel? Äh, weil sie nichts berührt. Sie ist normalerweise dafür da, dass man, glaube ich, die mit der Yoshi-Zunge, glaube ich, trifft. Oder dass man irgendwie Käppi auf die wirft. Und dann aktivieren sich alle gegenseitig. Aber wenn du die nie anfängst zu aktivieren, gibt's nichts, was die berührt, so weit ich weiß. Alter, wo warst du unterwegs, Silvinus? Mein Tag ist aus Leipziger Zoo. Let's go. Ich hoffe, wir hatten eine gute Zeit. Oder warum? Warum? Weil ich nicht auf der Kante, weil ich nicht draufstehe, ne? Ne, oder? Ne, warte, stopp. Ich glaube, wenn ich draufstehe, ist doch das das Problem, oder? Oder? Gönn doch jetzt! Gönn doch jetzt! Darf ich nicht draufstehen? Hä? Bruder! Muss ich jetzt draufstehen, oder nicht? Okay, ich muss draufstehen. So. First try, ja, oder not? Let's go. Bin ein bisschen nervös. Das ist es. Also, ich meine, ich muss vorne noch aufpassen, aber ich hab insane Höhe bekommen. Ich hab insane Höhe bekommen. Und ich glaub, wir haben noch ein Homing vorne gemacht, ne? Ich glaub, wir haben gesagt, mit dem Homing ist es noch leichter. Mein Pro-Controller wackelig ist. Let's go, Freunde! Das sieht nach First try Darker Side aus. Darker Side, Entschuldigung. Homing ist, wenn man, wenn man Cappy vor sich wirft. Und beim, beim, äh, und dann so schüttelt, dass Cappy ganz schnell, dass Cappy ganz schnell zurückkommt. Und man da nochmal so einen Rainbow Spin in der Luft hinbekommt. Der heißt Homing Cap Bro. Homing Cap Bro. Homing Cap Bro. Sehr schön. Man kann die, die Bowser-Passage theoretisch auch skippen, aber die ist geschenkt. Und die spielt auch nochmal sicher. Oh, Leute, man kann da drüber skippen? Leute, man kann vom H aufs A einfach so instant drüber. Alter, crazy. Ufo, 3, 6, 1. Ach, jetzt fau. Konzentriert. Was zum Fick toll. Ey! Es ist unglaublich. Ich bin ja auch ein Vielficker. Reigen die Olga. Nicht schlecht. Oh, oh. Digga. 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 Selvenos? Selvenos? Bro, hast du im Zoo den Geldscheißen, den Esel gefunden, oder was? Digga. Alter, mir fehlen die Worte. Ich sag nur noch Digga. Bro, wo kam das denn her? Dankeschön. Oha. Oha. Ein Kuss, Digga, reicht auch. Wow. Wow. Ey. Ey, das ist... Es kam überraschend. Wow. Danke. Danke. Danke, 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 danke. Wahoo. Wow, 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 wow. Ey. Insane, Mann. Insane. Absolut insane. Zwei Jahre rauchfrei, ohne dass ich es messe. Da kann man schon mal was dalassen. Dann doppelt congrats. Einmal für zwei Jahre rauchfrei und, 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 und dann noch für, für diese absolute Spendierhose, die du anhast. Ey, richtig gut, Mann. Freut mich. Immer schön Erfolgsstories zu hören. Ich höre gerne Erfolgsstories. GG, Meister. Aber du musst nicht zu jedem deiner Jahresjubiläen hier was raushusteln, ne? Damit das klar ist. Richtig gut, freut mich. Freut mich sehr. Bauer, freut mich. Das ist einfach ein Schuss. Ich bin ein Schuss. Ich bin ein Schuss, das ist nicht so gut. Ich bin ein Schuss. Sashmaster, Glückwunsch. Ey, Serio, du hast mich ja komplett aus der Routine gerade geworfen. Ey, ich habe immer noch erhöhten Puls, Mann. Das nächste Mal beim Fünfjährigen, der, ich hoffe es, ich hoffe es, dass du noch ganz, ganz viele feiern kannst. Mal wieder die kurze nostalgische Erinnerung, als wir alle auf das Skelett-Outfit gegrindet haben. Nein, Dark Sonic, ich werde nie einen Sabathom. Also ich meine, ich war ja schon immer so ein bisschen dagegen, aber ich habe auch definitiv den Reiz gesehen. Aber mittlerweile wird dieses, wird dieses Sabathons-Thema so ausgeschlachtet. Jeder macht mittlerweile ein bis zwei Sabathons pro Jahr und ich sehe mich da einfach nicht. Ich sehe mich da einfach nicht. Früher war das irgendwie nochmal was Besonderes, wenn sich jemand gemacht hat, aber gefühlt gehört das mittlerweile einfach zum Standard-Repertoire. Mindestens einmal im Jahr schön, äh, einmal schön die Geldbeutel der Community auszunehmen. I don't know, ich fühle es nicht. Sehe ich mich nicht. Lorenz wieder mit der, mit der absoluten Giga-Chat-Nachricht. Ja, der, der hat das ja groß gemacht, Brot. Der, der hat das ja, der hat das Thema ja so gepusht, beziehungsweise so in den Mainstream gerückt. Oder, äh, wahrscheinlich auch nochmal anders, er hat die Profi- Profitabilität davon, äh, einmal jedem Streamer präsentiert. Aber er selber sagt ja, dass er es, glaube ich, nie wieder tun würde. Den kenne ich nicht, Brot, den kenne ich tatsächlich nicht. Ist das der Mist-Raum? Nee, das ist noch der Gute, das ist noch der Gute. Der Kugel-Reallye-2D-Raum kommt noch. Ich, 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 äh, hab, ich schiebe jetzt schon Paranoia. Stabil. Ja, das ist, I don't know. Wie gesagt, also, eigentlich, ich glaube, kaum ein Zuschauer hat ein Problem mit einem Sabaton. Also, äh, sag ich schon selber Sabaton. Sabathon. Aber, ich meine, der Streamer muss auch immer mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren, das schaffe ich nicht. Falls ihr Interesse an zwei FTE-Tickets für die Fantasy Basel habt, könnt ihr euch gerne bei mir auf Reddit per DM melden. Weitere Infos gibt's in einem Reddit-Post. Oh, nein! Äh, was? Falls Interesse an zwei Freitagstickets für die Fantasy Basel habt, könnt ihr euch gerne auf Reddit bei mir melden. Ah, okay, hast du was abzugeben? Freunde, dann erstmal danke für die 94 und meldet euch bei dem Meister im Reddit, falls ihr auf die Fantasy Basel am Freitag wollt. Nee, aber das Ding ist, ähm, wie gesagt, prinzipiell ist Sabathon ein cooles Stream-Event. Ich glaube aber eben auch, dass man ohne, dass der Zuschauer Geld ausgibt, geile Stream-Events machen kann. Und ich sag's auch ganz offen und ehrlich, da hat sich auch meine Meinung im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt. Lieber irgendwie ein, zwei Sponsoren annehmen. Na, also einfach ein, zwei Placements annehmen oder so. Äh, und dann einfach zwei Wochen vor Free-Stream sozusagen. Und einfach über die Sponsoren vom Stream-Event sich die Kohle geben lassen, als den Zuschauer auszunehmen. Lieber das Geld von Firmen nehmen, als von Privatpersonen, die vielleicht selber gar nicht so viel haben. Und dann unüberlegte finanzielle Entscheidungen treffen, weil sie nicht wollen, dass der Stream aufhört. Du erzeugst halt beim Zuschauer diese Fear of Missing Out. So, fuck, was, wenn der Stream jetzt ausläuft? Muss ich jetzt auch spenden, damit der Stream weitergeht? Das ist so ein Gruppenzwang, nicht Gruppenzwang, aber du erzeugst so ein Teamgefühl. Jeder, ah, ich müsste auch noch was ausgeben, ich müsste auch noch was ausgeben. Ey, hol dir lieber ein, zwei Sponsoren ran und sag, ey, yo, ich will, keine Ahnung, zwei Wochen durchstreamen. Ich platziere euch zwei Wochen Fett in meinem Stream, lässt man sich eine gute Stange Kohle geben. Und der Zuschauer muss keinen Cent ausgeben. Ich sag dir, wie es ist. Also. Ja, mein Kogger, dafür hast du aber halt auch dieses, immer wenn du einschaltest, ist er da. Also, ich seh den Reiz von Sabathons schon. Aber sobald du halt drüber nachdenkst, der Sabathon basiert auf dem Geldbeutel der Zuschauer. Und das ist... Ach, ach, nee, 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 einfach nee. So, wenn die Zuschauer was tuneten wollen, dann sollen sie es einfach tun. So, freiwillig. Weil sie sich jetzt dafür entscheiden, ihren Lieblings-Streamer oder YouTuber zu supporten. Oh ja, split. True. Aber ich hab eben das Gefühl, Sabathon lockt Leute dazu, zu donaten, die vielleicht nicht gerade die finanziellen Mittel dazu haben. Oder lockt die Zuschauer dazu, vielleicht mehr zu donaten, als sie es eigentlich könnten. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ich find, die Stream-Qualität leidet immer auch in dem Sabathon. Also, I don't know, ich, 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 äh... Bro, das ist, äh, das ist no front an Sefi, meinen Boy. Äh, oder das heißt no front, es ist mir nur bei ihm aufgefallen. Also, ich hab Sefi sehr lieb, ich möchte ihn mir nicht an den Karren fahren. Aber es war zumindest so, als er seinen Sabathon, ich glaub, letztes Jahr hatte. Ey, immer wenn ich reingekommen bin, hat er halt irgendwelche X-Faktor-Videos geguckt und shiny gehuntet. Immer. Und teilweise hat er gar nicht geredet, weil er irgendwie so kaputt war. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt irgendwie auch nicht den Sefi-Stream, den ich mir jetzt gerne angucke. So, ich sehe Sefi lieber gern energiegeladen, so wie ich ihn kenne. Und nicht irgendwie nach eineinhalb Wochen da total zerstört. Einfach nur, ohne zu kommentieren, auf irgendwelche Videos zu react, ne. Und, äh, ja, eigentlich gar nicht wirklich zu entertainen. Warte, 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 ich muss das gleich nochmal in Ruhe durchlesen. Ich muss das gleich nochmal... Äh, Alter, Ivoria, danke dir für die 94! Hä? Warte mal, ging das nicht so? Warte mal, ach so, muss ich den anderen Stein in den Mondstein tragen. Wow. Okay, warte mal, warte mal. Dann hieet ich den jetzt. Einfach in die Pampa. So. Dann rede ich kurz mit Peach. Und dann gehe ich nämlich in die Mondröhre. Und wenn ich dann aus der Mondröhre wieder rauskomme, sollte der Stein respawnen. Und dann bringe ich den anderen Stein zum Mondstein. Und wie gesagt, auch in anderen Subathons. Du schaltest meistens rein. Und meistens schimmelt der Streamer nur rum, redet viel weniger. Man schaut eigentlich immer nur kurz rein, guckt auf den Timer, bleibt vielleicht ein halbes Stündchen und geht dann wieder. Also selten, dass ein Subathon halt wirklich interessiert, weil der Streamer performt. Und eigentlich wartest du als Streamer dann nur auf die nächste Donation, um dann darauf zu reagieren. Das stimmt, Asta. Eigentlich sitzt... Du hast irgendwann gar keine Energie mehr, sitzt nur noch drin und wartest nur noch auf Alerts, dass die für dich deinen Stream carryen. Oh, das war dumm, aber es könnte trotzdem gehen. Wie gesagt, also ich möchte irgendwann mal so ein Event machen, wo ich zwei Wochen am Stück streame oder so. Da habe ich wirklich sehr, sehr Bock zu. Aber das mache ich dann ohne irgendeine Form von finanziellem Support von euch. Entweder mache ich es einfach for free und ich sage, hey, jeder, der Lust hat, das zu supporten, kann es gerne tun. Oder ich hole mir irgendwie einen Sponsor ran, weil ich natürlich dann nach zwei Wochen nicht Videos aufnehmen kann und so. Und man natürlich gucken muss, ob das dann einfach sinnvoll wäre, weil man dann einfach auf viele Einnahmen durch YouTube verzichten würde. Nee, ich meinte jetzt eigentlich die Doni von gerade. Oh! Entschuldigung. Ich hatte vor kurzem eine Weisheitszahn-OP und dein Stream macht die Zeit, wo ich nur Babybrei esse. Das ist sehr viel erträglicher. Oh boy. Das ist eine Sache, wo ich so happy bin, dass ich da irgendwie dran vorbeigeslidet bin. Also alles an meinem Gebiss ist Arsch, aber man musste mir glücklicherweise keine Weisheitsszene entfernen. Da bin ich sehr, sehr happy drüber. Muss ich hier oben lang? Ich weiß es gar nicht. Das ist, glaube ich, auch nur der Rückweg. Warte mal. Wo war denn jetzt hier der Secret-Weg? Hier. Hier. Ah, genau. Ich musste den Roten darüber jieten. So was. Was ich richtig cool finde. Warte, warte, warte. Das sind diese Events, wo sich eine Gruppe an Streamern gemeinsam trifft und in der Woche da so daily zwölf Stunden live ist und gemeinsam krasses zockt oder so. Ja, ja. Da sehe ich den Reiz auf jeden Fall auch deutlich mehr. Das hat dann fast immer so ein bisschen Big Brother-Vibes. Hat ja auch mal vier Tage durchgestreamt mit Hilfe, ohne einen Cent zu verlangen. Das wäre ja so mega weg gewesen, wenn ich dafür cash mit Hilfe... Ja, genau. Das ist so. Das ist ja sowieso dieses moralische Dilemma, in dem sich jeder Streamer befindet. Ich meine, auf YouTube ist es nicht so. Auf YouTube verdienst du dein Geld halt durch die Werbung. Das heißt, der Zuschauer muss nur zugucken und du verdienst Kohle. Aber Streaming ist ja schon so. Gerade Only... Ach, nicht Only Fans. Also, aber Only Streamer. Leute, die nur streamen. Sind ja wirklich auf den finanziellen Support ihrer Zuschauer angewiesen. Dass sie ihre Zuschauer so gut unterstützen, dass der Zuschauer sagt, ey, das ist es mir wert, Geld auszugeben. Und ich finde, das ist gewissenstechnisch nicht so einfach. So dieses, meine Selbstständigkeit basiert auf der Gutmütigkeit und der Großzügigkeit von der Zuschauer. Das ist ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Wie gesagt, ich finde, so wie ich es mache, damit komme ich gut klar. So dieses, ich könnte ohne jegliche Form von Bits und Subs auf jeden Fall über die Runden kommen mit den YouTube-Werbeeinnahmen. Und deswegen habe ich keinen Grund, euch irgendwie in Donations zu baiten oder in Subs zu baiten. So, hier gibt es nichts für Geld. Hier gibt es keine Vorteile für Kohle. Und wenn dann trotzdem jemand sagt, ich möchte, dann sage ich, ey, cool, danke. Aber das ist aus 100% freiem Willen entstanden. Hä, okay, den kann man nicht. Den kann man nicht. Mit einem anderen Stein kaputt machen. Ist es denn schwer, solche Sponsoren zu finden? Je größer du bist, desto einfacher. Sponsoren ist eine Sache, die einfach sehr von deiner Klick- und Abozahl abhängt. Also, je größer du bist, desto einfacher ist es, Sponsoren zu finden. Als kleiner Streamer kann es schon schwer sein, Sponsoren, also, du kannst da auch Sponsoren finden, aber dann findest du meistens echt nur so Sponsorings, wo dann halt ein Huni rausspringt oder 50 Euro. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber ob man für, keine Ahnung, 50 Euro sich irgendwie eine Werbung ins Video holen wird, ist halt die Frage. Ich hatte irgendwie gehofft, dass man das mit dem anderen Stein aufplatzen lassen kann. Aber ich habe es jetzt in beide Richtungen probiert. Den Mondstein zu dem anderen zu bringen und den anderen zum Mondstein zu bringen. Es hat beides leider nicht geklappt. Ich glaube aber, der hält auch länger durch als andere Rollsteine. Also, ich glaube, das ist bewusst ein Rollfelsen, der länger braucht. Fühlt sich zumindest so an. Oh, das ist ein Rollfelsen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ursprünglich sollte der Rollfels mit dem Mond kaputt gehen, wenn du mit dem auf einen anderen Rollfels hinläufst, anscheinend war das ein Bug oder so, weil der Rollfels mit dem Mond auch nicht kaputt gegangen. Hm, I don't know. Lief auf jeden Fall nicht so wie geplant. Ja Brot, wenn sowas durch die Abnahme geht, ist es witzig, also das ist tatsächlich auch so ein bisschen meine Überlegung, um einfach noch ein bisschen unabhängiger von eurem Support zu sein, also wirklich einfach so ein bisschen offen und ehrlich damit umzugehen, jo Leute, das ist einfach ein Sponsor, der gut zahlt, das Produkt ist nicht wack, aber es ist jetzt nicht 100% mein Fall zum Beispiel, dass du das dann einfach so, ich hab mir zum Beispiel tatsächlich überlegt, aber da ist noch nichts in Mache, so dieses, ich hab ja zum Beispiel diese Kaizo-WG und dass man sich halt irgendeine andere Form von Sitcom überlegt und dass immer, wenn in irgendeiner Art und Weise ein Placement zustande kommt, egal was es ist, ist, dass dieses, dass dieses Placement immer von dieser Sitcom präsentiert wird. Ne, irgendwelche neuen Charaktere in irgendeinem neuen Setting und einfach immer wieder so, bam, jetzt kommt die Werbung und dann geht dieses Sitcom-Intro los und das quasi immer, dass dann ein Placement immer so auf Joke-Witzig-Basis von so einer Sitcom präsentiert wird. Ne, dann sehen Leute irgendwann, ah, die Sitcom ist wieder, okay, dann ist das Video von, von, äh, von jemandem gesponsort und dass man auch wirklich so ganz einfach auch so ehrlich sagt, Yo, dieses Video ist jetzt von Firma XY gesponsort, dankeschön dafür, ne? So, das, das könnte, glaube ich, äh, das steh ich mir sehr witzig vor. Warum schreibt die alle Split? Ich hab doch gesplittet. Oder habt ihr alle so ein Delay? I'm a purpose near the moon rock. Ah, purpose in the poison hole, okay, ich bin hier komplett falsch. Nein, also, äh, natürlich, okay, aber zum Beispiel, das Ding jetzt, weißt du, so ein Honkai Star Raid zum Beispiel, das ist, das ist ein absolut stabiles Spiel. Klar, es hat vielleicht ein bisschen Gacha-Elemente und so, aber ich kenn ganz, ganz, oder Genshin zum Beispiel, ich kenn ganz, ganz viele Leute, die ultra viel Spaß damit haben. So, das Ding ist jetzt aber, ich würde ein Genshin zum Beispiel nicht spielen, weil es einfach nicht mein Interesse trifft. Aber ich weiß von Freunden zum Beispiel, dass es einfach ein gutes Spiel ist, was Laune macht zu zocken und was sehr, sehr viele gerne spielen. So, und wenn dann zum Beispiel, und das ist halt gerade so dieses Ding, gerade diese ganzen asiatischen Spiele zum Beispiel, das weiß ich jetzt durch UiMedia, diese ganzen asiatischen Spiele zahlen dumm und dämlich für Placements. So, und sollte man dann nur auf so ein Placement verzichten, weil man das Spiel nicht spielt, wenn man weiß, dass Freunde es gerne zocken und das Game was drauf hat, so, und dann kommt es halt einfach drauf an, wie du es rüberbringst. Liebe Grüße aus Hessen und frohe Ostern an alle. Dankeschön, Ella! Frohe Ostern zurück! Ich muss nur kurz... Drop down to the top of a tree. Warte mal, ich habe das Gefühl, dass das genau einer ist, den ich beim letzten Mal vergessen habe. Kann das sein? Drop down to the top of a tree. Was? Ich weiß gar nicht, welcher Mond das ist! Wuihue! 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 Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Es ist... War hier unten nicht irgendwo einer? Bruder, ich fühle mich gerade so lost, ich verstehe es nicht. Der ist bei den Shards. Okay, warte, warte, warte. Ich baue mir das schon mal auf, das brauche ich für den Tropenriggler dann. Wuihue! 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 Ah, dear! Okay, 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 okay. So, und da drüben, Freunde, diese... Diese Purpose brauche ich jetzt noch. Die habe ich, glaube ich, auch in meinem Testrun, habe ich die, glaube ich, auch nicht bekommen. So, jetzt ist noch die Frage, schaffe ich die... Ja, ich schaffe die andere Glideon. Ich glaube, die sollte man normalerweise mit Glideon machen. So, dann jetzt Tropenriggler. Äh, nee. Impi, aber das ist so eine Gewissensberuhigung. Weißt du? Das ist so eine absolute Gewissensberuhigung. Weil, äh, ich sag mal jetzt zum Beispiel, ich war jetzt zum Beispiel, also ich habe es jetzt halt so ein bisschen Anfang dieses Jahres bemerkt, ne? Ich war halt mal im Urlaub, weil ich den meiner Meinung nach auch gut gebrauchen konnte. Und habe dadurch halt 10, 11 Tage nicht gestreamt. Und dann war ich halt nochmal zwei Wochen krank. So, und man hat das dann Twitch-technisch an den Zahlen schon gemerkt. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Also, in keinster Weise habe ich da jetzt irgendwie Minus gemacht oder bin nicht zufrieden mit meinen Einnahmen. Aber ich dachte mir dann, ey, lass mal irgendwas anderes passieren. Ich fahre mal drei, vier, fünf, sechs Wochen aus. Irgendeine Operation. I don't know, ne? So, ich will dann nicht irgendwie merken, oh verdammt, irgendwie geht jetzt, ähm... Ich muss aufpassen. Mir geht jetzt dann, keine Ahnung, mir geht die monatlichen Einnahmen aus, weil ich nicht live sein kann, damit ihr mir Geld in den Rachen werfen könnt. So, 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 blöd gesagt. Und durch sowas schafft man sich halt einfach so ein finanzielles Polster, dass man da entspannter sein kann und nicht jetzt immer so zahlenfokussiert streamen, sondern einfach weiß so, ey, alles klar, let's go. Na, auch wenn ich jetzt mal fünf, sechs Wochen weg bin und danach vielleicht nicht mehr so viele da sind oder halt auch die Subs gekündigt werden, absolut zurecht, weil ich ja dann auch nicht live bin, dass ich dann nicht in so einen Druck komme, scheiße, ich muss wieder streamen, sonst passt es irgendwie nicht. Ähm, also ich mein, Brot als, äh, als Streamer ist man, äh, ja, in den meisten Fällen selbstständig und als Selbstständiger sichert man sich privat ab. Also ich hab alles, ich hab Berufsunfähigkeitsversicherung, ich hab Krankenversicherung, ich hab, äh, Krankentagegeld, also ich, ich hab, ich bin da, ich bin da ausgestattet. Aber man macht das privat. Also man hat das nicht von allein, man muss das selber abschließen. Äh, ja, das ist, das ist, äh, Berufsunfähigkeits, äh, Versicherung, EPG. Es gibt Krankentagegeld, das, äh, da kriegst du ab dem 40. Tag, glaube ich, Arbeitsunfähigkeit, kriegst du Geld und wenn du bis zu 90 Tage arbeitsunfähig, arbeitsunfähig bist, kriegst du, glaube ich, nochmal mehr Geld und dann gibt's tatsächlich auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn du wirklich zum Beispiel so eine starke Behinderung bekommst, dass du wirklich nicht mehr weiterarbeiten kannst, dann greift die Berufsunfähigkeitsversicherung und zahlt dir auch, äh, quasi Gehalt. Aber ich, das muss man alles, alles privat machen. Äh, b-b-b-b-Mushar zur Jungle, hab ich, hab ich, hab ich. So, jetzt müssen wir hier rüber, ne? Und ich bin mir sehr sicher, dass viele Influencer das nicht haben. Das ist nämlich das ganz große Problem. Na, da, da. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich hab irgendwann mal so einen Clip von Honeypoo gesehen, so richtig random. Und die hatte sich dann auch mal über irgendwas, über irgendwas beschwert, über irgendwelche Versicherungsbeiträge oder irgendwas, warst du irgendwas mit dem Zahnarzt? Auf jeden Fall, sie hatte sich über irgendwas beschwert und anhand dessen hast du ganz klar gemerkt, die hat nichts in privater Absicherung und, und, und Versicherung und, äh, Selbstständigkeit und so gemacht. Also die meisten Influencer merken einfach, oh geil, ich verdiene Kohle, ähm, und horten das dann einfach auf einem Konto und eventuell legen sie es vielleicht noch irgendwo an. So, das machen aber auch nicht alle. Also wirklich, da hab ich auch mal einen Podcast gehört von so, äh, in Amerika, ähm, mit so amerikanischen Twitch-Streamern. Und da hat auch einer gemeint, der war irgendwie so, irgendwie ganz dick mit ganz vielen Streamern. Die meisten Streamer da kommen halt aus der Schule, verdienen einen Arsch voll Kohle und denken sie sich so, ja, geil, ne? Wissen aber nicht, äh, wie gesagt, man kriegt dann das mit den Steuerproblemen mit. Ich mein, wie viele Influencer habt ihr schon mitbekommen, die Steuerprobleme haben? Wenn du auch nur ein bisschen weißt, wie, wie dein Business funktioniert, dann gerätst du in keine Steuerprobleme. Tust du nicht. So, ne Steuer ist etwas Kalkulierbares. Du weißt genau, wann du wie viel Steuer zahlen musst. Ich bin grad durch den Hasen gekritscht. Eine Steuerrückzahlung erwischt dich nur kalt, wenn du nicht damit rechnest. Und wenn du nicht damit rechnest, bist du nicht organisiert. Bruder! Bruder! Ja, ne, natürlich, ne Steuerrückzahlung macht natürlich, äh, macht natürlich trotzdem keinen Spaß, Impi. So ist nicht. Aber wie gesagt, im Normalfall, also so mach's ich, äh, ich hab's bei meinem Konto so eingestellt, sobald ein Geldeingang über mehr als 100 Euro auf mein Konto kommt, naja, das kann ja alles sein, ne Rechnung, die ich schreibe, das kann Google- und Twitch-Auszahlungen sein, oder ich krieg den Hasen nicht, äh, wird automatisch 30% davon, was ungefähr, ne, Einkommenssteuer ist, Digga, Bro, also jetzt, jetzt mal retalken, kriegt man den. Frag für einen Freund. Geht automatisch 30% auf ein anderes Konto. Also egal, wie viel Gehalt ich bekomme, ne, jetzt hab ich, ich hab'n, davon geht immer erstmal 30%. Und das bleibt da so lange liegen, bis ich für das jeweilige Jahr meine Steuern bezahle. Das ist richtig Business Fridge Lifestyle. Da isst man einfach, man isst ein Business Fridge. Oh, ich spiel grad richtig lost, weil ich mich grad zu sehr in das Thema reingesteigert hab. Lassen Sie jetzt hier mal den Run entspannt zu Ende bringen. Und nicht so viel Business Fridge Talk machen. Line it up, blow it up. das ist das oben noch ein der kollege stimmt da war ja was die hallöchen was geht dankeschön für deinen giftes ab an feuer geht sehr gut hey timmy macht das kompliziert schön deinen spielstand meister olysee ist ein spiel was es verdient kompliziert zu werden denkst du dass du es unter 12 stunden schaffst ich glaube dass es ziemlich straight auf zwölf rauslaufen let's go wohnen wir zum schluss noch mal nehmen zum schluss werde ich mich verabschieden nicht für den ultra epischen stream bedanken und mir dann so ehrenlos irgendwas rein drücken was mein körper bis morgen früh gar nicht verdauen kann und deswegen werde ich dann mich morgen früh auch nicht wiegen weil noch das komplette essen vom vorabend in meinem magen ist wodurch sich meine gewichtsmessung komplett verfälscht deswegen werde ich mich dann schön auf und dann um mitternacht mache ich mir fünf dübel an ja so fünf töner bitte so so ungefähr wolltest du dich nicht gesund ernähren ich habe einfach nur gesagt ich esse was bro aber selbst wenn ich mir jetzt drei kilo salat rein pfeife habe ich morgen bei meiner gewichtsmessung drei kilo salat im magen und bis morgen früh wird mein körper das nicht auskacken helden Ich bin noch voll vom Osteressen. Ja, das hatte ich nicht. Was? Du isst was? Das ist ungesund. Essen ist ein Konstrukt der Zeitumstellung. Oh, Bro. Also Plan Ben, ich habe jetzt nicht alles krass geübt, aber ich sag mal so, mit den meisten Orten in Odyssey komme ich gut, klar. Oder habe ich schon mehrfach gespielt. Soll ich ja Menschen geben, die sind ohne Grund fröhlich. Ja, sowas hasse ich auch. Ich hasse Menschen, die glücklich sind. Lucky Leo, hast du deinen Sub geteilt? Warte mal. Timer Challenge, Timer Challenge. Die war hier. Also gerade wenn man Prime subbt, ist es häufig so, dass man seinen Sub nochmal manuell teilen muss. Und das vergessen viele. Und dann Primes haben sie, aber es kommt noch kein Alert im Chat. Und solange kein Alert im Chat kommt, kommt der Alert auch nicht im Stream. Ich hoffe, du hattest bosshafte Weihnachten. Ja. Ich glaube, mein Weihnachtstest war okay. Tag dir, Leo. Feliz vier Monate. ... Ich bin immer weiß, wo es mache mir. Oh, wie sie das war? Was ich accidentell? Gefühlt war gerade erst Weihnachten. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr echt schon einige Events gehabt und einiges erlebt, wodurch sich das Jahr tatsächlich bisher sehr wertig anfühlt, würde ich sagen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hey, Bencraft, auch mit dem 12. Dankeschön für dein Jahresjubiläum. Und wir haben doch noch nicht unser letztes Cooper Freerunning. Ich glaube, unser letztes Cooper Freerunning ist hier, Friends. Zeit fühlt sich immer nur so verschwommen an, wenn man lange keine einprägsamen Erlebnisse hatte. Ich war jetzt dieses Jahr schon, ich war im Urlaub, das war wunderbar, Hybi Charity war. Ich war in der Schweiz, ich war auf der Gigi Bavaria, ich war in Friedrichshafen. Ich habe mich schon um eine neue Wohnung bemüht. Jetzt kommt ganz bald Kai zu Besuch, die Utopia-Planungen laufen schon. Ne, ist sehr, 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 sehr cool, sehr, sehr cool. Ich bin sehr, sehr happy. Ich war bei Zeo, genau, allgemein, der Podcast hat angefangen, die Tour wurde geplant. Kai ist schon unterwegs, ja, der kommt heute im Laufe des Abends. Hey, Feilius. Ja, Fida musste auch mal auf die Messen kommen. Nein, Utopia bleibt gleich link. Leider war es nicht bei Tibs Geburtstag. Ja, aber dafür war ich da bei Vince, ne? Direkt noch das nächste, ich war bei Vince zu Besuch. Also schon, ist schon, ist schon viel passiert. Ist schon viel passiert, viel gereist auch. Das hat halt auch dafür gesorgt, dass ich... Code, ich probiere es noch einmal, wenn es nicht klappt, dann restart ich. Dass ich natürlich nicht so viel streamen konnte bisher, dieses Jahr. Was mich ein bisschen stört, aber das will ich ja jetzt eben Stück für Stück mit den Events nachholen. Ja, danke für die 200 Prime. Ja, Larry, das ist immer noch crazy. Ähm, 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 ah, da. Oh, du machst Abi dieses Jahr, Fie. So, okay, dann haben wir das. Das klingt gut, Pascal, das klingt gut. Bist du müde? Nee, tatsächlich gar nicht. Das wundert mich auch. Vor allem, weil ich echt nicht so viel geschlafen habe heute Nacht. Ich habe viereinhalb Stunden. Heute Morgen war ich auch müde. Also heute Morgen aufstehen war ziemlich pain in the ass für mich, muss ich zugeben. Äh, aber irgendwie hat es mein Körper ganz gut geschafft, fit zu bleiben. Schlaf mit alles, Käse. Wir sind jetzt schon so lange live, dass sich die ersten Leute schon ins Bett verabschieden. Heute Morgen haben wir mit Leuten begonnen, die nach dem Aufstehen hier reinkamen. Und jetzt gehen schon die ersten Leute ins Bett. Daran, daran merkst, dass du einen langen Stream hattest. Und es gibt Dauer... Scheißen. Leute, die nicht ihr ganzes Limo-Mübi planen, Pipo-Spit. Horse-Champ ist auch wirklich so ein stronger Emote. So, jetzt muss ich hier die Hinweis-Kunst finden. Jawollu. Oh. Eigentlich schon, Asta, ja. Horse-Champ ist sehr, sehr, sehr strong. Der kann so subtil ganz viel aussagen. Und sieht dabei aber irgendwie immer noch so freundlich süß aus. Ja, Horse-Champ ist... Sehr big. Zählen diese Pixel-Ugis auch? Na, die zählen jetzt nicht irgendwie zum Run dazu oder so, aber die geben mir... Äh, viel Kohle, die ich noch brauche, um Outfits zu kaufen. Ich glaube, hier war jetzt irgendwann einfach so ein Mond, der vibriert hat, ne? War das hier? Ja. Ich finde es krass, wie viel Spaß es macht, deine Streams zu schauen. Hübi on top. Ach, Mensch. Ihr Süßen. Ihr Süßen. Dankeschön. Tippt. Wie, wie viele Sie haben? Der Goomba hat doch nur Mund, Augen und Augenbrauen, oder? Der hat ja keine, äh, der hat ja kein Bart oder keine Nase. Wunderbar. Müsste schon mal easy sein. Er hat einen insane langen. Das stimmt, Jendrik. Oha, der war, alter, der sieht ja mal ultra strong aus. Das stimmt, Jendrik. Oho, hooo. Hm? Oho. Papa, Mama. Oho. Ah. Ich glaube, ich kapiere den. Ich habe die Nase vergessen, Joke nicht. Das ist Domtendo. Okay. Ja, easy, Liga. Darkseid-Art müsste, glaube ich, der hier sein. Jawollo. Okay. 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 Let's do it. Das war's für heute. Das war dumm. Egal. Nehmen wir in Kauf. Für den Speed. Ach, hier kommen jetzt die Hammer Bros, ne? Kann der Raideanführer jeden raiden? Wenn's jetzt nicht, keine Ahnung, irgendein extremistischer Kanal ist oder so. Prinzipiell kann der Raideanführer jeden raiden, ja. Aber ich würde zum Beispiel auch keine Streamerin oder keinen Streamer raiden, der dessen Content nur darauf basiert, dass man auf den Körper gafft oder so. Es sollte ein unterhaltsamer, massenverträglicher Stream sein. Ansonsten kannst du theoretisch jeden raiden. Nee, tatsächlich sind mir nicht aufgefallen, dass die Monde immer gelb sind, wenn man in einem Land ist, wo die Autostare abgestürzt ist. Beziehungsweise, wo sie ungeplant landet, ne? Ja. Cool, Garfinet. Dass ich irgendwann vielleicht nochmal auf einen neuen Odyssey Weltrekord reagiere, schließe ich nicht aus. Aber dann muss schon irgendwas nochmal Sinnvolles passieren. Also irgendwas, was ist rechtfertigt, dass man nochmal drauf reagiert. Nur noch vier Splits, ja, ja, ja. Ja, Henrik, das ist uncool. Der Pokémon-Go-Song-Dude macht jetzt einfach normal Musik und ist erwachsen. Wie bist du da drauf gekommen? Auf diese sehr, sehr traurig machende Info? Brauche ich die lila annehmen? Ah, damn. Zetsch, Jendrik. Zetsch. Eine wunderschöne gute Nacht, Jesse. Schön, dass du hier warst. Oh, no. Der hat von Kiko angegriffen. Oh, der kratzt immer von hinten mal in der Lehne. Und dann ist es immer so weird, wenn auf einmal ein Pfote dich von hinten attackiert. Bruder, Kiko, mach doch nicht diesen mit mir. Ich bin ein 19-jähriger, schreckhafter Mann. Er sitzt einfach hinter mir. Ich bin ein 20-jähriger, schreckhafter Mann. Ich habe heute erstens bei Parts vom Poképark-LP gesehen. Hab das Spiel noch nie gehört, aber es ist voll cute und chillig. Oh, das freut mich, Kräutereule. Ich habe sehr viel Spaß am Poképark-Projekt. Schön, dass du es enjoyst. Sagt mal, hier war irgendwo auf Sneaky Miki das Moon-Teil. Na, ja, ja. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, immer wenn Peach schwarzen Mantel trägt, zimpen Leute rein. Und ich verstehe es. Wie lange streamst du noch? Bis ich 880 Monde habe. Hier muss ich jetzt nur noch... Irgendwo ist hier noch eine. Ein Moon-Chart ist hier noch irgendwo. Ich verstehe die aber wirklich. Ich finde es geil, dein Zweitkanal-Projekt ist einmal Poképark und einmal Resident Evil. Ja, das ist true. Das sind interessante Kombinationen. Wird noch Sub-12? Ich hoffe. Ich hoffe. Aber ich glaube schon. Also Mushroom 3 hat noch ein bisschen... Obwohl... Keine Ahnung. Tatsächlich, die Monde hinten rausziehen sich noch mal ein bisschen. Oh nein. Es klang gerade so, als ob eine Katze gebuddelt hätte. Hat jetzt Chico seine Bombe? Hat jetzt Chico seine Bombe platziert? Oder vielleicht hat er auch mit irgendwas gespielt. Das kann auch sein. Aber es klang gerade so, als ob Streu gewühlt worden wäre. Was schon mal gut wäre, weil dann hat er nicht auf den Bartvorleger geschissen. Tschau, Rainboy. Schönen Abend wünsche ich. Grüß dich, Gamerlotz. Grüß dich, Gamerlotz. Hasen Hasen mitnehmen friends Wir haben heute echt was, first time cheddars, die straight aus Mordor kommen Strong, strong So, jetzt wird's interessant, Freunde Jetzt muss ich wieder richtig einkaufen Jetzt muss ich wieder richtig einkaufen Das wird jetzt wieder sehr, sehr interessant So, erstmal Alles lila, ne? Das ist kein Stress Brage me, noch einmal so eine Nachricht Ich time out dich für drei Tage Bro, du spammst das permanent Immer in einer leicht abgewandelten Form Niemanden juckt's, Digga Wir haben den Mond im Mondland vergessen Welchen, Digga, welchen, Bro, welchen? Wir kommen eh nochmal ins Mondland Moon King, dem kommt sowieso nochmal Dann kann ich den da mitnehmen So Alle 50er und 150er Kostüme Okay Grüß dich, Kevin Ne, den Hasen, der steht noch auf unserer To-Do-Liste, Marco So Dann alle 100er und 200er Kostüme Das sind die letzten Restplätze, ja Die Farbe ist chillig, Domi So Das 500er Kostüm Dann das Satellar View Full Set Warte mal hier Crazy Cap Kostüm auch Volles Musiker Set Das sind die beiden Katsudaru Dankeschön für acht Monate Prime Was geht Meisterhübe dann? So Dann das Satellar View Set Genau Und jetzt noch die Perücke Bam Genügend Münzen Es hat alles funktioniert, so wie es Nein Bruder, erzähl mir 22 Münzen Für den Stern Bro Bra Äh, wir kommen gleich nochmal Wir kommen gleich nochmal Äh, Warped Castle Hase Und, äh, Stern noch kaufen WİHOO 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 Spinnen Wat WIHOO 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 Gott, für ne Hinweiskunstschlager. Ja, dafür gibt's ja die Mondlisten, Clay. Das ist ja das Gute. Odyssey hat ja eine sehr, sehr gute Übersicht, was du überall hast. Beziehungsweise nicht hast. Ja, Darkseid, keine Sorge, die kommt auch, Bro. Immer entspannt bleiben. Was soll ich mir für Schuhe kaufen? Am besten welche, die man zumachen kann. So Schnürsenkel oder Klettverschluss ist gut. Ne Sohle wär auch wichtig. Und die sollten deine Schuhgröße haben. Ah, dein Pausern, was geht? Danke dir für 36 Monate Prime. Let's go. Ja, Professor David, der Kampf könnte wirklich besser sein. Da gebe ich dir recht. So, jetzt muss der Hase besorgt werden. Freunde, jetzt jagen wir den Rabbit. Jetzt wird der Rabbit gejagt. So, jetzt müssen wir nur noch den Shopmond noch nachholen. So, dann Darkseid Art müsste, glaube ich, hier sein. Das war gerade so weird, nach diesen Harry Potter... Äh, dicker. Nach diesen Mario 64 Jingles auf einmal wieder den... ...den normalen zu hören. Warte mal, ich muss, glaube ich, noch eine Sache nachholen, die ich noch nicht gemacht habe. Ich glaube, die hätte ich schon tun sollen. Ich glaube, ich hätte das schon tun sollen. Was ist der? Ah, nee, den habe ich schon. Leute, wenn man mich gefragt hätte, ob ich diesen Mond schon geholt hätte... ...ich hätte nein gesagt. Kann mich nicht mehr daran erinnern, diesen Tod verjagt zu haben. Schon zu lange her. Ich glaube, ich habe ihn. Ich bin weiterer. Ich bin weiterer. Ich bin weiterer. Oh, Jinxster ist gar nicht glücklich. Jinxster, warum bist du unglücklich? Oh. Jinxster hat, glaube ich, mit dem zweiten Konzern einen Bannumgang. Das ist nicht erlaubt, Bro. Ah, Bruder, was war dieses Head-and-Seek-Ding? Ich glaube, das war hier drüben, ne? Der da. Ich muss von hinten mit ihm reden. Was steht da drauf? Und jetzt, ey, man hat echt diesen absoluten Bullshit fast ganz am Ende. Boah, nee, komm, first try, please. Ich habe gelernt, dass ich mich auf ZR und ZL ducken kann. Das muss mein Gameplay für immer verändern. Please. Okay, aber einen Mond kriegen wir auf jeden Fall. Digger. Ja, der beste Stuff kommt zum Ende. Das ist einfach ein Mario Maker Klein-Timmy-Level. Aber weil es ein Odyssey ist und von Nintendo gemacht, sagt niemand was dagegen. Wenn das ein Mario Maker Level wäre, jeder würde es ranten. Also, ich glaube, schlimmer geht es nicht. Bruder, du kannst dem teilweise gar nicht entkommen. Real Talk. Das ist so... Dieses Level hat der Sohn von Miyamoto gebaut. Dann er so, ja, ja, passt schon. So, jetzt kommt der Crip. Unten lang. Unten lang war aber hier die Wiese, ne? Nicht hier oben lang. So, ducken. Und jetzt noch hier, genau. ZL ducken. Ja, ja, ja. Dann hast du nicht das Problem, dass du nicht weißt, in welche Richtung du deinen Joystick drücken musst. Das war's. Das war's. Ach, nein. Das war's immer. Ne? Danach darf's dann auch noch nicht vorbei sein, ne? Da muss dann nochmal so ein Ort kommen, wo du potenziell Schaden kriegen kannst. Ey, Stunny, oder Stunny. Bro, entschuldige, ich weiß nicht, ob ich deinen Namen falsch ausspreche. Vielen, vielen Dank für die 13 Monate. Frickin' Prime. Danke schön, Kollege. Vielen, vielen Dank für die 100. So, und jetzt wird's interessant. Ich muss noch Käppi werfen. Ich hab genügend Sprünge, aber ich muss noch 500 Mal Käppi werfen. Wisst ihr, wofür es jetzt Zeit ist, Freunde? Wisst ihr, wofür es jetzt Zeit ist? Is das alse? Ist das ein Enzypie? Kontest ohne Talente, da begeb mich nicht zu Garn und tanzt lieber zu Avermente. Young flies back wie Rücken und schießt nicht nur gegen dich Denn Endwall droppin, ja, das finde ich mehr als ruhig dich Bruder, das hat Spaß Funtendo ist unser Senpai, ich spitte die Bars Doch du schaust dabei in Hentai Dein Content ist euch, kommt mir Türlos und aussehen gleich 56, ja Bro, Alert kommt erst bei 100 Songbattle lief schlecht, schon brichst du erst auf YouTube ab Klickst sich die Gehörte Eine neue Serie, Film-Belchen im Film ist Nein, ich guck seit Monaten Game of Thrones Du rindst geheim, willst du es auch? Hör einmal auf deine VR und sei nicht so laut Wie Lab-Format auf deinem Kanal, nur Odyssey Und Zweitkanal, dumm, nur Tricks-Content wie Legacy Deine Web-Karriere geht steil, aber nicht bergauf Schwarzer Toyota hört sich besser an Dieser Scheiß-Hau-Fan Jetzt legen wir noch einen drauf Du kleiner Bastard, bei deinem Streams krieg ich Kreislauf Oh warte, muss ich etwa Kinderfreundlich sein Egal, mir fallen eh keine Beleidigungen ein Außer, dass deine Community nur aus Kindern besteht Es gibt Spiel, mein Level, schlimmer als das Klimapaket Gesellschaftskritischer Boss Und du bleibst unpolitisch So wie Döner-Lakoss Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Oh Gott's Legacy Oh, ist schön Immer wieder eine gute Unterhaltung in diesen Grind-Phasen Wie lang warst du ungefähr? Halbes Stündchen, denke ich Die Remastered-Version von Tühüeli Nee? Wurde erst Remastered? 40 Mal noch Denkst du, du machst was nochmal in der Länge? Bro, ich arbeite siebenmal noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Passt, oder? Ja Ähm Ich lerne ja gerade Lego City Undercover 100% Das wird auch eine Hausnummer So Ich glaube, ich müsste alles haben So Und jetzt beginnt halt der nächste Scheißdrick, ne? Jetzt gehen wir zu Toadette Freut ihr euch schon? Da hat Nintendo mal wieder Ganze Arbeit geleistet bei Toadette So Ähm Ja, jetzt brauchen wir aber wirklich gute Musik Jetzt brauchen wir aber irgendwas, was copyright-free ist Mal gucken, was YouTube so ausspuckt Imagine einfach 60 Monde auf einmal bekommen Imagine einfach die Anzahl bekommen Die du auch verdient hast Just imagine Imagine Wie gut machst du das, Toadet. Finde ich auch Clay. Ich muss fix auf die Toilette, Freunde. Warte mal, kann ich A-Spammen? Sammle ich die Monde ein, wenn ich A-Spamme? Ja, okay. Ich muss kurz aufs Toadet. Ich bin sofort wieder da. 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 Ja, ich glaube, wir haben knapp die Hälfte, würde ich sagen. Was haben wir denn noch so? Was spuckt ein YouTube noch so aus? Das ist brutal spannend. Scarlet, Violet, Penny Theme. Ich glaube, das kenne ich tatsächlich gar nicht. Scarlet, Violet, Penny Theme. Kenne ich? Bin gespannt. Hä, das ist ja das Cassiopeia Theme. Okay, erklärt mir das ganz kurz. Ich habe Scarlet Violet nicht gespielt. Danke für die neun Monate, Vic. Warum heißt der jetzt Penny und Cassiopeia? Oder sind das zwei unterschiedliche Charaktere, aber mit gleichem Theme? Er ist im Englischen Penny. Cassiopeia ist Penny. Okay, okay. Ja, nee, dann, das hatten wir schon. Die Decisive Battle Cure. Digger, was zur Hölle? Habe ich safe falsch ausgesprochen. Decisive Battle Cure. Curean oder what? Warte mal, wo ist es hier? Curean. Der sieht aus wie ein Kind. Allgemein, ich finde irgendwie die Charakter-Designs aus Scarlet Violet sehr weird. Aber er hat einen Tengu-List. Das ist geil. Tengu-List, bestes Pflanzenmon. Ist Beethoven Copyright-Free? Ja. Ich glaube, alles, was 70 Jahre alt ist, wird Public Domain. Apropos Public Domain. Uns wurde ja immer noch eine Odyssey-Challenge geblockt, weil wir ja in der Hall of the Mountain King verwendet haben. Das ist immer noch nicht geklärt. Digger. Junge, BBC-Orchester. Yahoo. Food-Verkäufer. Ich habe immer noch keinen Cent für das Video erhalten. Und wer weiß, das ist hochgeladen? Siebt mit der März. Ja, zwei Wochen. Vor zwei Wochen hochgeladen, immer noch nicht bearbeitet. Ich glaube, nach 30 Tagen müssen sie es bearbeiten. Ansonsten wird der Einspruch, glaube ich, zu meinen Gunsten entschieden. So, wie viel ist es denn eigentlich noch? Wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, wir fangen jetzt die achte Zeile an. Viel kann es nicht mehr sein. Viel kann es wirklich nicht mehr sein. So, das ist jetzt der Mond für alle Checkpoints. Rücksetzpunkt. Münz-Cheffler. Das ist dafür, dass man genügend Coins grindet. Münz. Münz. Immer noch Münzen? Immer noch Münzen? Ey, BBC ist, glaube ich, ein britischer Nachrichtensender, oder? Es ist sowas wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das ist eine riesen Presse-Nachrichten-Agentur. Und Dokumentation und was auch immer. Aber du hast Julian gesperrt, weil... Ah! Das war's! Jawollo! Weil er es wollte, oder wie? Okay. Interessant. Ah, jetzt geht's wieder. So, warte mal. Ich habe sogar genügend Münzen. Okay, dann kann ich mir jetzt noch hier den Dämon holen. Aber du hast ihn gebannt und jetzt kann er wieder schreiben. Hä? Was? Was? So, jetzt wirst du dich gleich rausstellen, ob wir noch irgendwo einen Mond vercheckt haben. Save haben wir irgendwo einen vergessen. Einen! Einer fehlt mir. Okay, wo fehlt mir noch ein Mond? Außer Sand. Da fehlen mir noch fünf. Genau, die sind geplant. Im Verlorenen? Digga. Was für ein... Das save wieder so ein Trottelmond. Der zweite Mond. Was ist der zweite Mond? Irgendein Ultra-Billo. Da hinten? Oh, nee. Das kann... Doch muss. Digga. Yeah. Pretty cool. Es sind die... Bro, im City-Land, denen auf dem Hochhaus und hier den Offenen da außen. Das kann nicht sein. Man konzentriert sich in dieser Route oder in diesem Run so sehr auf die ganzen skurrilen und potenziell schwierigen Monde, die man verchecken kann, dass man einfach die offensichtlichsten übersieht. Keine Ahnung, Bowser. Ich habe keinen Schimmer, wie die nummeriert sind. Ich glaube, das ist einfach ein Nummerierungs-Randomizer. Classic wird der Stream ein Video-Nachricht. Also ich glaube, mittlerweile ist die Nachricht, wird der Stream ein Video, kommt häufiger, als wie lang geht der Stream noch. Noch ist nicht vorbei, Chat. Noch ist nicht vorbei. Wir müssen noch Hübis Eier lecken. Nur meine Schoko-Eier, weil heute Ostern ist. Sub-12. Ja, das ist krass. Das ist krass. Nein, Leo, der Spruch geht anders. Du musst fragen, hast du meine Unterhose gesehen? Nein. Und dann soll ich... Wie ging der? Hast du meine Unterhose gesehen? Nein. Willst du sie mal sehen? Oder wie ging das? Boah, Bruder. Das war nicht Speedrun-mäßig. Nein, Leo. So geht's immer noch nicht. Das ist immer noch nicht verstanden, Digga. Du musst fragen, hast du meine Unterhose gesehen? Oder nee. Die Energie ist raus. Der Flirt ist weg. Der Funken ist verloschen. Du wirst einsam sterben, Bro. Du wirst einsam sterben, Bro. Für einen guten Anmachspruch. Bro, warum ist jetzt auf einmal alles gelb? Was habe ich denn jetzt verpasst? War das schon immer gelb in diesem Kampf? Ja. Okay. Ja, okay. Das Ding ist, ich hätte halt auch alle Spongebob-Folgen auf Platte, aber ich darf sie halt nicht streamen. Vor allem finde ich das Geile, dass man 880-Monorun einfach mit dem Mario-64-Outfit beendet. Das ist schon ziemlich nice. Werden sie Tiger-Easy? Das Feature wird gelöscht? Digga, mal wieder ein Big L von Twitch. 2. April. Der ist einfach übermorgen. Da muss ich erstmal zu Gano und zu auf am Ende tanzen. Nee, ich habe leider keine Zeit für eine Watch-Party morgen. Vor allem, also, ich denke mir immer so, was ist der Grund dafür? Ich meine, also, jetzt mal angenommen, es liegt daran, dass das Feature nicht oft genutzt wird. Es kostet sie doch nichts, das Feature einfach aktiv zu lassen, oder? Also, wo ist das Problem, das Feature einfach aktiv zu lassen? Sobald es mal ein Streamer macht, wird das doch safe neue Prime-Abos ins Haus bringen. So, wegen Bugfixing. Ja, stimmt, man kann es nicht unangetastet liegen lassen. Das ist auch wieder true. Können wir uns überlegen, Wind? Ja, können wir uns überlegen. Oh, da kann man einfach mal wieder komplett in den Schuh gemacht. Freunde! Sub-12! Das war unser Mario Odyssey 880 Monde Run am Ostersonntag. Das war aber eine riesen Ehre. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Es hat Ultraspaß gemacht. Es war fucking cool. War genau so, wie ich es mir gehofft hatte. So, ich musste kaum in meine Dokumente gucken. Ich hatte ganz, ganz, ganz viel Zeit für Just Chatting, was ich sehr, sehr fett fand. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich zu viel in meiner PowerPoint gucken muss, weil ich nicht genau weiß, wo es lang geht. Das war ultra geil. Werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch ein, zweimal machen. War richtig, richtig, richtig strong. Und Shoutouts an jeden, der am Anfang dabei war und jetzt immer noch dabei ist. Bäm! 1,45, 59. Geil! Richtig gut! Ich habe so Ultra-Hunger. Mein Magen ist so leer. Boah! Geil, ey! Boah, ich muss erst mal strecken. Boah! Aber natürlich dank des Fitness-RS-Stuhls von Topstar gar kein Problem, zwölf Stunden zu sitzen. Naja, aber es ist wirklich krass. Es ist wirklich insane, wie fit dieser Stuhl hält. Yo! Fire Shock! Let's go! Machen wir! Poggies! Poggies! Was isst du jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aaaaaah! Aaaaaah! Richtig geil. So, erst mal Splits-Saven. Ganz wichtig. Bäm! So. Freunde. Ich glaube, ich glaube, äh, es gibt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Äh, doch, Loki, es gibt, es gibt, ich habe immer einen Rabatt-Code, glaube ich. Entweder Hübi10 oder Hübi20. Ich weiß es nicht genau, aber es müsste, es müsste einen Rabatt-Code auf den Stuhl geben. Aber ich bin am Mittwoch sowieso bei Topstar. Ich bin am Mittwoch sowieso bei denen. Da kann ich nochmal nachfragen. GG. War's das jetzt? Das war's jetzt. Das war's jetzt. Ne, ne, Youngfly. Jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist gut, Bro. Ey, Wahnsinn. Es hat richtig, 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 richtig viel Spaß gemacht. Ähm, Dankeschön fürs Dabeisein. Ähm, ich glaube, es gibt nicht mehr zu sagen. Es war einfach ein richtig, 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 äh, Enjoying the Stream. Äh, ja. Wir sehen uns am Dienstag wieder, ab 16 Uhr, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ähm, morgen werde ich viel aufnehmen, viel Handball gucken. Wir haben ein Handballturnier in der Stadt. Und, ähm, Podcast aufnehmen. Und dann am Dienstag, 16 Uhr, geht es wie gewohnt weiter, Friends. So, in diesem Sinne raiden wir jetzt rüber zum guten Alex. Der Meister macht nämlich, glaube ich, gerade einen Charity-Stream. Wenn ich's richtig mitbekommen hab. Und da supporten wir natürlich gerne rein, Guys. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao.